Hallo zusammen zum Enjoy-Your-Bike-Podcast. Neben mir wie immer. Ja, wie immer. Die Begrüßung. Ja, ich bin auch dabei, Dan hier. Ich habe Dan letztens verraten, also ich bin Ingo Quendler, wie immer. Ich habe Dan letztens verraten, dass ein Zuhörer von uns gesagt hat, ich soll ihn mal ein bisschen veräppeln, indem ich das wie immer sage. Ich habe das auch gemacht in der Sendung, irgendwo vor zwei oder drei Sendungen war das, könnt ihr nochmal nachhören. Komplett ignoriert. Und Dan hat es aber gar nicht mitbekommen, ganz lustig eigentlich. Und ich habe es auch jetzt erst vor ein paar Tagen aufgelöst, deswegen lachen wir hier, wundert euch nicht. Das altbewährte Team, sagen wir es mal so. Dan und Ingo. Heute eine kleine Sendung, wie immer, wir haben keine Kapitelmarken, aber ich gebe die Minutenanzahl an, wann welches Thema besprochen wird. Und wie immer mit guter Laune. Ja, meistens hat man gute Laune, genau. Und ich, ja, heute viele, viele kleine Smalltalk-Themen, die wir besprechen und auch einmal so als großes Thema. Am Ende sprechen wir mal über die Technik 21, so ein bisschen Glaskugel, was wir so erwarten, was sich ändert, wo die Trends hingehen. Einfach so aus unserer Sicht, ganz, ganz unverbindlich. Ist jetzt kein Riesen-Blog wahrscheinlich, den wir da besprechen werden. Und ja, dann haben wir hier so ein paar Feedbacks, die wir, die wir besprechen werden. Wir reden ein bisschen über die Videoplanung und was wir für Videos gedreht haben, welche wir noch drehen wollen. Und geben auch so ein paar detaillierte Infos zu Videos, die jetzt noch kommen oder gerade veröffentlicht worden sind, wo wir jetzt einfach nochmal im Podcast vielleicht nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Dann natürlich werden wir auch mal die Festive 500 ansprechen, wie das bei uns gelaufen ist, weil das ist für uns die erste Folge in diesem Jahr. Ihr habt schon die letzte Folge gehört, die Nummer 55 war mit Silke über Physiotherapie und ähnliches. Und auch da vielen, vielen Dank für das viele Feedback, was wir bekommen haben. Ist ja auch gut für die Silke, die war das erste Mal im Podcast, hat sie gut gemacht. Und das verraten wir euch jetzt erst, dass wir die Folge schon im Dezember aufgenommen hatten. Einfach damit wir über die Feiertage was hatten für euch und das war jetzt auch eine Folge, die jetzt nicht so zeitsensitiv war. Aber ich glaube auch eine ganz, ganz wichtige Folge, weil ich glaube, der ein oder andere wird da sicherlich was draus ziehen, was wundert sich immer, warum irgendwas wehtut. Vielleicht gibt es da für den einen oder anderen eine ganz gute Lösung. Also zumindest in den Feedbacks habe ich jetzt viel gehört, dass Leute auf einmal Planken machen und solche Sachen. Genau, und dann kommt jetzt Concept 2, Garmin Varia, Open Mind, Entfaltung und sowas. Das Be Cool und Swift sprechen wir nochmal an. Das sind so Themen, die heute kommen. So ein bisschen Smalltalk, was uns so über den Weg läuft. Genau. Was ganz witzig übrigens ist, die hat uns auch einer geschickt, die unsere Anfangsmusik beim Podcast. Das ist, hat Mark Cavendish geklaut. Nein. In einem seiner Videos genau unser Intro-Song, den wir haben. Ich habe ja die erste Sequenz eines Songs, den ich mir ausgesucht habe. Das ist das, was ihr im Intro immer sagt. Das ist aber schade. Ja, den hat er nicht als Intro, sondern den hat er im Hintergrund eines Videos von sich laufen. Ich glaube, das ist so eine einmalige Sache. Ich kann keine Videos von Mark Cavendish gucken. Warum nicht? Weil der total unsympathisch ist. Findest du? Ich habe da keinen Bezug zu. Gut. Nee, jedenfalls ganz, ganz, ganz lustig. Das hat ein Kunde oder ein Hörer geschickt und er dachte, er hätte versehentlich auf das Podcast-Video geklickt. Na gut, dann muss ich mir das wohl mal angucken. Kann ich auch gar nicht verlinken. Den Link habe ich jetzt gar nicht. Irgendwo ist das mal passiert. Eigentlich ganz lustig, weil wir natürlich mit, in Anführungsstrichen, lizenzfreier Musik hier arbeiten. Noch haben wir es uns nicht geleistet, einen Musiker zu engagieren, der uns ein Intro, ein eigenes Intro hier komponiert. Weil dann hast du natürlich was Einmaliges, wenn du wirklich sagst, du lässt dir ein Intro machen. Aber soweit, der darf ich gar nicht erzählen. Ich habe das erstbeste Lied genommen, was ich ganz gut fand damals. Und habe gesagt, ach, hört sich eigentlich, diese Intro-Musik hört sich ganz gut an. Das ist natürlich irgendwie, in echt ist es ein zwei, drei Minuten Lied. Und vielleicht werde ich das mal irgendwo im Video mit einbauen. Wir müssen hier Geld sparen. Wir kriegen keine Werbung. Was ich auch da letztes Mal wieder lesen musste nach dem Motto, was wir alles für gut bezahlte Werbung kriegen. Und so, hallo, wo ist nochmal jemand, der uns für irgendwas bezahlt? Wo ich mal, das nutze ich jetzt mal als Schatz. Ja, das Feedback ist natürlich ein bisschen verständlich. Weil wir schon viel Eigenwerbung hier machen, muss man ja zugeben. Hoffentlich sehr objektiv und auch nur Sachen, die wir cool finden und so weiter. Aber es ist ja schon so, dass wir da, es ist ja nicht so, dass der Podcast sich nicht rentiert. Weil wir haben ja schon das Glück, dass da ab und zu dann doch mal einer hängen bleibt, der sagt, ich kaufe bei euch. Höre ich übrigens ganz oft im Feedback, dass Leute schreiben, danke für das Video oder danke für den Podcast. Ich habe es auch bei euch bestellt. Ja, gar keine Frage. Und da sind wir natürlich dankbar für und das gibt uns natürlich die Freiheit zu sagen, wir machen jetzt hier nicht irgendwie irgendeine Werbung für Audible vorneweg oder so ein Kram. Ja, es war nur, viele Leute wissen das ja nicht und wie das so entstanden ist und dann denken die immer, weil die Marke jetzt dreimal genannt wurde oder wir hatten sogar den Podcast mal mit einem Mitarbeiter von Conti gemacht, dass da irgendwas fließt. Fließt eben gar nichts. Nee, aber die Freiheit haben wir aber natürlich auch, weil wir es irgendwie anders finanziert kriegen und natürlich auch Bock haben, muss man auch sagen. Also, nicht so viel drauf rumreiten. Das nur mal am Rande mit der bezahlbaren Musik, da sind wir drauf gekommen. Ich glaube, da bist du ein paar tausend Euro los, wenn du dir da was komponieren lässt. Ja, also je nach Musiker. Ich weiß, dass dieser Expo-Song damals den Kraftwerk komponiert hat. Das war ja so ein Jingle, der irgendwie ein paar Sekunden nur ging, Expo 2000. Ich glaube, der hat Millionen oder Hunderttausende gekostet. Also das geht schon, ich glaube, das geht aber auch nach Reichweite und so weiter. Das ist bei uns jetzt nicht ganz so angesagt. Ja, aber netterweise, das muss man auch ganz, ganz klar sagen. Deswegen hört man auch manchmal in unseren Videos oder in den Vlogs, die ich mache, die Musik, die ich da nutze, höre ich dann in anderen Vlogs dann auch mal wieder. Und auch in sehr, sehr hochwertigen Produktionen hört man auch immer mal wieder die gleiche Musik, die ich benutzt habe. Weil das ist so ein Pool von Leuten, die halt auf diesen Plattformen, ich habe so eine Plattform, da zahle ich 200 Dollar im Jahr und kann die Musik nutzen, lizenzfrei, so oft wie ich will. Und ein paar Euro gehen dann hoffentlich auch, also es scheinen ein paar Künstler davon zu leben, die auch immer wieder Nachschub geben. Ich habe jetzt mittlerweile auch so ein Pool an Künstlern, die ich ganz gut finde da. Aber das ist eigentlich auch ganz cool, dass es das überhaupt gibt, also dass man so diese GEMA-freie Musik halt auch bekommen kann. Ist schon ein heißes Thema. Ja. Gut, dann gehen wir mal weiter, weil, ähm, klein, das ist jetzt, na, das, warte mal. Na, sind wir wieder nicht strukturiert, Herr Quendler? Wir sind schon sehr strukturiert, aber wenn, lass uns erst mal das Feedback machen und danach gehe ich nochmal auf das Thema Segeln ein. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum das Thema Segeln, aber gut. Weiter geht's, Feedback. Feedback, das, ähm, hat einer uns geschickt und zwar gerade im Rahmen der Carbon-Laufräder. Kommen ja immer wieder Fragen, so nach dem Motto und ich glaube, wir haben das hier im Podcast auch mal angerissen. Nochmal, so von wegen muss man Angst haben. Ich glaube, das kann in der Frage-Antwort-Spiel, kam das auch mal vor. Haben wir letztes Mal schon geantwortet. In Folge 54, ne? Ja. Und dann kam nochmal ein Feedback, wo einer gesagt hat, naja, Carbon-Räder macht er sich keine Sorge mehr, nachdem er ein Video gesehen hat von Danny McEskill. Du kanntest den wieder, den Namen, ich wieder nicht. Ja. Krasses Video, da hat er ein, wie ist denn jetzt die Marke von diesem Carbon-Laufradsatz? Santa Cruz. Santa Cruz, hat er ein Santa Cruz-Laufrad genommen und ist da mit Treppen hoch und runter und irgendwie gefahren. Dann hat er die Luft rausgelassen. Und zum Schluss ohne Reifen gefahren. Das Ziel war, diesen Laufradsatz kaputt zu kriegen. War natürlich auch ein stabiler Mountainbike-Laufradsatz, so ist es nicht, aber, und das, ja, um ihn kaputt zu kriegen, musste er wirklich eine lange, es war wirklich zwei so lange Treppenstufen runtergefahren und dann beim letzten Aufbahn, klack, ist es kaputt gegangen. Also es hat sehr, ohne Reifen gefahren. Ohne Reifen, ja. Es ist schon sehr, wir verlinken das hier unten mal in den Shownotes, es ist schon sehr witzig zum Ansehen. Ja, also es ist ein lustiges Video und krass, also ich fand es wirklich krass, wie lange der braucht, um so einen Laufradsatz wirklich kaputt zu kriegen. Also die Frage war auch, ich hatte einen Trekkingrad, Ritchie Stahl, denn warum hast du, das kam auch oft vor, wo ich sagte, ich brauche so ein Bulletproof-Bike, so ein richtig Hardcore-rannehmbares Bike, was mir keine Sorgen macht, wenn es mal umfällt. Und dann gab es oft die Frage, ja, aber denn, warum hast du denn da jetzt diese Carbon-Felgen reingenommen und so habe ich gesagt, du, weil sie tatsächlich stabiler sind als das Pendant in der Alufelge. Und das haben viele Leute auch schon mal so, huch, wie, was? Ja, also das ist noch so eine kleine vertrauensbildende Maßnahme, wo man dann wirklich sagt, okay, kann man, ich glaube, dass das Problem mit kaputten Laufrädern, natürlich kann man immer nur irgendwo einen Fabrikationsfehler kriegen, aber ich glaube, das ist auch ein gelöstes Problem, dass die mindestens genauso stabil sind wie eine Alufelge oder ähnliches. Also da würde ich mir keinen Kopf mehr drum machen. Dann kam als Frage, die ich schon häufiger mal gesehen habe, Online-Bike-Fitting. Jetzt haben wir Pandemie, wir können jetzt zum Beispiel auch seit Mitte Dezember bis aktuell keine Bike-Fittings mehr machen. Und dann wird halt gefragt, was haltet ihr von der Möglichkeit eines Online-Bike-Fittings? Ist das eine Alternative vor Nachteil und so weiter? Habe ich jetzt erstmal geantwortet, ja, bespreche ich mal mit dir. Und dass ich es aber eher so sehe, zumindest schwierig sehe, da das umfangreiche Bike-Fitting zu machen, so wie du es machst mit Beweglichkeit, 3D-Messung und so weiter. Also es ist ja doch schon ein sehr, sehr langer Prozess, wo du auch mal den Menschen anfassen musst und ein Gefühl dafür kriegen musst, wie beweglich es ja und ähnlich ist. Genau, ein Bike-Fitting teilt sich ja in zwei große Bereiche. Der eine Bereich ist ja, dass man guckt, wie beweglich er ist. Und dafür muss ich ja halt schon wie ein Physiotherapeut Hand anlegen und mal gucken, wie die Knie sind. Das könnte man vielleicht ja noch so ein bisschen über eine Video-Connection machen, aber das ist immer nicht vergleichbar, wie wenn jemand mir gegenübersteht. Dieser Teil fällt ein bisschen flach, was aber durchaus eine gute Variante ist. Also die perfekte Lösung, das muss man abwarten, bis diese Pandemie-Zeit vorbei ist, dass man halt wieder das vor Ort durchführen kann. Aber was eine gute Variante ist, wenn es nur darum geht, jemand ist sich unsicher, ob das annähernd die richtige Sattelhöhe ist. Jetzt nehmen wir mal das ganz klassische Frage. Ich fahre auf meinem 56er Fahrrad, also Rahmengröße 56 und ich möchte jetzt ein Rad kaufen einer anderen Marke und da bin ich mir unsicher, ob ich da 55 oder 57 oder Medium oder Large oder der hat vielleicht diese Größe nicht genau eins zu eins vergleichbar da, ob ich da auch mit zurechtkomme. Und wenn man da ein seitliches Bild kriegt, und das hatten wir jetzt auch mal bei einigen Kunden, sage ich, Mensch, da freue ich mich drüber. Nicht nur ein Bild, sondern vielleicht auch ein kleines Video, dass man das Handy aufgenommen hat, Zeitlupe oder sowas. Genau, das ist ja ein Riesending, die neuen Geräte können ja auch super Zeitluvenaufnahmen machen. Dann reichen ja mir da diese zehn Sekunden, wo man halt mal diese Durchpedalierbewegung mal sieht, wenn der Fuß ganz unten ist und wenn er ganz oben ist. Kannst du theoretisch sogar einen Winkel messen? Kann ich tatsächlich schon ziemlich guten Winkel messen, das ist gar nicht so abwegig. Das ist nicht die perfekte Messung, das ist nicht vergleichbar, das ist tatsächlich nicht gleiche Qualität, aber für die Beratung, welche Rahmengröße er kaufen soll, dafür kann ich schon den Hammer fallen lassen, damit er halt nicht aus Versehen den zu kleinen oder zu großen Rahmen kauft. Das kann ich hundert Prozent schon damit sagen und also das ist dann so eine Jein-Antwort und das wird dann halt nachgeholt, ob es jetzt nun wirklich nochmal fünf Millimeter höher oder sogar ein Zentimeter höher der Sattel sein muss. Da kann man sich tatsächlich am Videobild schon sehr täuschen, das ist aber auch nicht schlimm. Okay, das heißt, das ist jetzt aber auch in der Fahrradberatung, wir verkaufen ja weiter Fahrräder hier, ist das ja auch ein Mittel, wo du sagst, du machst mal FaceTime oder mit einem Video oder so, da sind ja die neuen Geräte mittlerweile so gut, dass man ja auch im Showroom mal sagen kann, guck dir mal die Farbe an oder die Farbe. Absolut. Das heißt, wir haben jetzt schon so eine Art Digitalisierung hier auch in der Fahrradberatung. Ja, also das würde ich halt bestätigen und auch mal tatsächlich kann ich auch schon erkennen, Mensch, was du da fährst, der Vorbau sieht aber schon sehr, sehr lang aus, du streckst schon sehr. Solche offensichtlichen Fehler, die sieht man dann doch vom Video schon ziemlich gut, was die Beratung eines Verkaufes angeht. Ich würde niemals eine Online-Bike-Fitting-Session in Rechnung stellen wollen für jemanden, der das als alleinige Dienstleistung haben wollte, das ist nicht unser Geschäftsmodell und das halte ich auch für sehr fragwürdig. Das war nämlich auch mein Gedanke, dass du wirklich eine perfekte Beratung und sowas online machen kannst mit perfekter Messung, weil es scheitert ja am Ende schon daran, jedes Telefon oder was auch immer hat eine andere Brennweite und so weiter. Du kannst dann ja den Winkel zwar vielleicht noch halbwegs erkennen, aber dann verzerrt das Bild und so weiter. Ich glaube, das ist schon ein Hilfsmodell und ich meine aber auch, wenn ihr jetzt einen Kunden am Telefon habt und wir haben auch schon vor Corona oder vor den Schließungen des Einzelhandels hatten wir ja schon viele, viele Kunden überregional, die du ja vorab am Telefon schon beraten hast. Welche Schrittlänge? Wo du genau wusstest, die Rahmengröße und dann beim Abholen, da ging es dann nur noch darum, Sattel einen Zentimeter höher, Zentimeter tiefer, Vorbau einen Zentimeter, mehr oder weniger. Das heißt, das funktionierte ja vorher schon und ein exaktes Bikefitting, glaube ich, führt keinen Weg an Präsenz vorbei, wobei ich auch das Gefühl habe, nicht nur, ich glaube, da ist auch ein Unterangebot im Moment in Deutschland. Es ist auch schwierig, Bikefitting-Termine generell irgendwo zu kriegen. Ja, ich sehe das jetzt bei uns. Wir sind hoffnungslos überbucht, was sowas angeht. Jetzt fallen, in der Regel sind wir ein halbes Jahr ausgebucht mittlerweile. Und jetzt fällt das halbe Jahr auch noch weg. Das heißt, die abgesagten Termine müssen ja nachgeholt werden. Und jetzt will ich das hier nicht rausposaunen, aber eine Idee, die ich jetzt hatte, wenn ich eine Prognose geben sollte, ich bin ja auch nicht ein Hellseher, wäre meine Prognose, nach den Sommerferien geht es vielleicht wieder los, August, September. Vorher sehe ich das eher nicht so. Ich glaube nicht, dass da was machbar ist. Das ist vielleicht ein Grenzfall. Und dass man dann halt sagt, da spreche ich mit Matthias mal durch, ob wir dann mal sagen, okay, wir machen mal einen, ich nenne das mal so einen Power-Monat, wo ich dann im Prinzip ganz viele Termine nachhole. Dass ich vielleicht mal sage, wir nehmen, ist noch gar nicht, ist noch in der Brainstorming-Phase. Aber dass man mal sagt, pass auf, wir gehen jetzt mal knirsch. Wir arbeiten niemals samstags und sonntags, aber vielleicht könnte man ja mal einen Monat ich und einen Monat Matthias die Samstage mit dazunehmen, dass man sagt, pass auf, wir schaffen drei, vier Kunden an einem Samstag. Dann ist es eben mal so. Und dann hätten wir im Prinzip acht Samstage zur Verfügung. Und wenn du dann achtmal vier nimmst, dann hast du halt dann immer nochmal über 30 Leute, die du nochmal als Termine zusätzlich anbieten könntest. Ja, und es ist natürlich so, dadurch, dass wir Bikefitting sehr seriös anbieten wollen. Also wir haben uns ja schon durchaus Gedanken gemacht zu sagen, naja, theoretisch könnte man ja zwei Bikefitting-Studios machen, jemanden einstellen, der die Bikefittings macht, weil die Nachfrage ist definitiv da. Und ich glaube auch, dass es deutschlandweit schwierig ist, da überhaupt den richtigen Ansprechpartner zu finden. Und wenn man einen findet, ist der wahrscheinlich auch sehr ausgebucht. Und es ist aber nicht so einfach zu sagen, naja, wir schicken dich jetzt mal einen Monat auf den Lehrgang und du bist danach Bikefitter. Das ist doch schon was, wo gerade auch, was du und Matthias machst, ihr macht das jetzt seit 10, 15 Jahren, wo ihr natürlich jedes Jahr was dazulernt und eben nicht einfach nur Schulung, was ihr in der Schulung gelernt macht, sondern auch mit jedem Bikefitting irgendwas dazulernt. Also es ist auch nicht so, wo man jetzt einfach Fingerschnipps sagt, okay, wir mieten uns jetzt hier mal eine Bude, stellen nochmal drei Leute ein, weil rechnen würde es sich. Rechnen drüber. Also ganz klar, es wären Geschäftsmodelle und es ist auch ganz schade, viele Kunden abzusetzen. Und es ist ja so, dass wir mit der Auslieferung von Bikes unser Bikefitting-Studio ja schon oft ausgebucht haben, weil einfach die Bikes, das ist natürlich wichtiger, wenn ein Kunde sein Fahrrad abholt, dass das erstmal passt, bevor wir überhaupt einen Kunden reinlassen können, der mit seinem normalen Fahrrad hier reinkommt. Und es ist auch wirklich ganz, ganz doof, macht uns überhaupt gar keinen Spaß, Absagen zu verteilen. Und ich habe auch, na gut, auch aus unternehmerischer Sicht hat man dann überlegt, na, was machen wir denn? Machen wir ein Bikefitting-Studio? Es ist ja wirklich in Anführungsstrichen ganz einfach. Und dann ist es aber doch sehr, sehr schwer, da den richtigen Menschen zu finden. Es ist eine ganz enge Menschen-Mensch-Sportler- oder Radsportler-Beziehung. Also da muss man auch ein Gefühl für haben. Und das ist schwierig. Ich werde euch versprechen, jetzt ist das unmöglich, da eine Lösung anzubieten, in einem Bikefitting-Raum zu sein. Und wir haben auch schon diese UV-Bestrahlungsgeräte und all diese ganzen Sachen, das haben wir alle schon. Trotzdem ist jetzt die Grenze erreicht, da geht nichts. Ich kann euch versprechen, dass Matthias und ich, die beiden Bikefitter in dieser Firma, uns Gedanken machen werden, möglichst viele Termine, wahrscheinlich dann nach den Sommerferien, wenn das sich gebessert hat. So viel es geht nachzuholen, aber auch wir haben noch ein Privatleben. Ja, und am Ende muss es einfach gucken, ob man denn vielleicht auch irgendwo personaltechnisch jemanden findet, der sowas mit übernehmen kann. Aber ich glaube, der braucht ein halbes Jahr, muss der jeden Tag erstmal lernen. Nein, das will ich jetzt eigentlich gar nicht über den Sender schicken, da erwischte mich auf dem falschen Fuß. Aber unter drei Jahren Lehrzeit nicht zu machen. Also würde ich ablehnen wollen, weil ich schicke perfekt ausgebildetes Personal auf Endkunden und nicht angelerntes Personal. Das heißt, das ist dann doch schon umfangreicher, als man denkt. Ja. Okay. Ja, und das ist schwierig. Das ist auch kein Ausbildungsbetrieb, wo man jetzt, also kann man das mit, gibt es auch nicht als Ausbilderberuf, oder? Ja, du machst das über Lehrgänge letztendlich. Das kannst du dann schon machen. Das ist alles schon zertifiziert. Das ist nicht die Sache. Aber es hilft ja nicht. Nehmen wir mal die Physio, die Silke, die in dem einen war. Dann wollte ich das eigentlich gar nicht ausschweifen, aber es ist doch ein gutes Beispiel. Die Silke hat jahrelange Erfahrung und dann kommt der Inge und sagt, Mensch, da ist irgendwas nicht mit meiner Muskulatur und da und hier und da. Dann hast du ein sehr gutes Vertrauen, weil sie eben nicht gerade in Anführungsstrichen ausgelernt hat und du bist ihr fünfter Patient. Das ist doch in der Natur der Sache. Wenn du den Zahnarzt an deinen Zähnen bohren lässt, dann nimmst du auch nicht den, der gerade fertig geworden ist. Aber der muss trotzdem ja mal was machen. Ja, der muss trotzdem mal. Aber dann guckt wahrscheinlich der Chef nochmal drauf, ob er es richtig macht oder richtig gemacht hat oder er hat nochmal jemanden, den er fragen kann, klar. Aber das ist ja mal unsere Hausaufgaben, die wir da machen. Die Message für die Leute da draußen, wir vergessen da keinen von, aber wie der Ingo sagt, das finde ich ja auch gut, dass er so sagt, wir wollen da möglichst professionell arbeiten und lieber auf das Geld verzichten, als nicht professionelle Arbeit abzuliefern. Ja, das ist jetzt für euch natürlich ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen, wie man hier als Geschäft sich Gedanken macht. Ja, wie kriegt man die Kunden unter oder was auch immer. Das ist ja vielleicht auch mal ganz interessant. Also wir sind ja ein relativ offener Laden, wo jetzt auch mal Hintergrundinfos jetzt rausseckern über den Podcast. Damit haben wir gar kein Problem. Gut, dann kam ein nächstes Feedback, was ich sehr witzig fand. Und zwar Ralf hatte auch im letzten Podcast ein paar Fragen geschickt, die wir beantwortet haben. Und ist auch jemand, der sich jetzt erst zum Radsport gekommen ist oder zum Radfahren. und hat dann irgendwie letztes Jahr 1300 Kilometer geschafft, was für ihn schon sehr, sehr viel war. Und hat jetzt am 5.1. seine erste 130 oder schon eine 130 Kilometer Tour gemacht und solche Sachen. Also wird schon mehr und steigert sich da rein. Und der hat, finde ich, ein sehr, sehr schönes Ziel formuliert, weil viele machen das ja im Januar, ja, ich will dieses Jahr vielleicht 5000 Kilometer fahren, 10.000, was auch immer. Und er hat sich vorgesagt, Ziel für 2021, ich fahre 202,1 Stunden, möchte er gerne im Sattel sitzen. Das finde ich eine sehr süße Idee. Die Idee hatte er ja schon umgesetzt. Ich weiß nicht, ob es dir klar ist. Er hat ja letztes Jahr 1300 Kilometer gefahren, das ganze Jahr über und hat ja im 5. Januar dann 130 draus gemacht als eine Fahrt. Finde ich eine gute Idee, Ralf. Also die 202 Stunden, also 202,1. Ja, um die 201. Er könnte natürlich auch 2021 Stunden Rad fahren, aber das wird ein bisschen viel. Dann wird es ein bisschen viel, dann wären es ja fast auch schon am Tag. Ja, erzähl. Ja, und wir hatten das kurz zusammen besprochen, die Idee finde ich toll. Auf Stundenbasis. Ja, es hat einen entscheidenden Vorteil. Viele, die sich Kilometer vornehmen, bedeutet ja auch, sobald ich im Deister fahre und ich nur in 5 Stunden 40 Kilometer schaffe, ist ja blöd, diese Stundengeschichte ist ja ganz, ganz wurscht. Das heißt, die nimmt den kompletten Druck raus, dass ich schnell fahren muss, dass ich viele Kilometer schaffen muss. Und gerade für jemanden, der da vielleicht jetzt einsteigt, deswegen erzähle ich das hier auch, weil es vielleicht auch für den einen oder anderen so eine Sache ist, zu sagen, naja, ich überlege mir mal 100 Stunden oder 50 Stunden dieses Jahr zu fahren, was auch immer dabei rauskommt, dann weiß man, okay, da zählt auch die Radtour, wo ich zwei, drei Stunden mit meinen Kindern unterwegs bin, zählt ja mit drei Stunden da rein, obwohl ich vielleicht nur 40 Kilometer geschafft habe oder obwohl ich nur ganz locker gefahren bin oder eine Tour gemacht, eine Radtour an der Donau lang gemacht habe. Das finde ich ein super Ding, weil es einfach ein ganz druckfreies ist. Trotzdem hat man ein Ziel vor Augen und sagt, okay, ich steige heute nochmal aufs Rad. Was ich auch richtig gut finde, das ist ja mathematisch, ziemlich einfach zu erklären, wenn du 365 Tage im Jahr hast, wenn man sagt, ich versuche im Schnitt, im Schnitt durchs Jahr, 30 Minuten am Tag Rad zu fahren, na klar, man muss da 180 Stunden abreißen im Jahr. Also von daher, das ist ja ziemlich cool. Ja, finde ich eine gute Sache und hoffe, vielleicht, ich habe es jetzt mit reingenommen, vielleicht ist das für den einen oder anderen eine Anregung, sich da ein Ziel zu setzen. Ja. Gut, dann war das das Feedback. Jetzt habe ich hier das, jetzt kommt das Thema, von dem du noch gar nicht so richtig weißt, warum ich sie reingeschrieben habe. Es steht hier bei mir gar nichts. Es steht bei mir Be Cool und Zwift, aber ist es das? Nee, jetzt geht es um die Vendée Globe. Ach so, okay. Und ich weiß ja, dass du das super verfolgst. Du hast mir auch mal den Link bei YouTube geschickt, aber mir war das dann ein bisschen viel. Das sind ja irgendwie jeden Tag 5, 6 Videos von diesen Leuten auf den Booten. Ich verfolg es aber täglich. Genau, du verfolgst das täglich und ich bin jetzt aber wiederum durch, weil YouTube ja so Algorithmen hat, um einem Sachen vorzuschlagen, habe ich jetzt mitbekommen und da kannst du uns ja, weil ja die Hörer das vielleicht auch ganz interessant finden und wir da auch viel Feedback zu bekommen haben über diese Segelgeschichte. Ein Deutscher war Platz 3. Zumindest der Stand, den ich jetzt da in diesem Video gesehen habe. Das war ja ganz interessant. Ich wusste, dass du mich das heute fragen wirst. Irgendwann im Laufe des Tages habe ich mir das Ranking nochmal genau rausgeholt. Jetzt aktuell auf Platz 4 ist Boris Herrmann, ein Segler aus Hamburg. Und den kenne ich gar nicht und der ist aber mega auch das Kevin-Dish-Gegenteil. Der ist ja mega sympathisch. Also die VR legt ja auch jeden Tag Videos hoch, meistens natürlich in englischer Sprache. Aber sowas von sympathisch, also ist ja schon beängstigend sympathisch. Aber der war ja relativ weit weg und wenn ich das jetzt in dem Video richtig verstanden habe, ist der Erste, also das ist ja krass beim Segeln, du bist Erster und du bist der Erste, der ist in die Flaute reingefahren und kam halt nicht mehr voran, weil kein Wind da oder nur ganz wenig und alle anderen konnten wieder aufholen, weil die natürlich später in die Flaute reingekommen sind. Wie krass ist so ein Rennen, wo dann auf einmal das Wetter dir ein Hüppchen schlägt? Die haben noch voll Druck auf dem Kessel. Was ich ja ganz kurz sagen wollte, ist A, wie kommt es überhaupt dazu, dass wir über sowas reden, weil wir auch über Sachen hier im Podcast reden, über andere Sportarten, die uns interessieren und rudern und segeln. Das ist eine Sache, die mich sehr interessiert und deswegen taucht das hier ab und zu auch mal auf. Ja, vor allem ist es nicht immer so langweilig, als wenn man nur über Räder redet. Und so, was mich immer fasziniert, sind natürlich so herausragende Abenteuer oder herausragende Leistungen, die es so gibt. Und dazu zählt zum Beispiel nicht, den Mount Everest zu besteigen, weil das ist irgendwie jetzt schon fast absurd geworden. Aber sowas wie so eine Einhand-Sägelregatta ohne nonstop um die Welt, das ist diese Vendée Globe. Mit einer Person pro Boot, ne? Ja, genau. Und wie gesagt, nonstop, das ist ja auch nochmal ein ganz entscheidender Faktor. Ja, deswegen berichten wir ab und zu darüber. Und das war mal ein kleiner Geheimtipp hier von mir. Das kann man alles live verfolgen, im Internet natürlich. Auf YouTube kann man es ganz doll verfolgen. Wir haben einen eigenen YouTube-Channel, den können wir ja nochmal verlinken. Und es gibt eine ganz hervorragende Vendée Globe-App für das Handy. Da könnt ihr das auch alles live verfolgen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verspringe da jetzt ja nicht Stunden am Tag. Aber ja, es ist nicht meine Klasse. Aber ich bin sehr fasziniert. Du guckst ja jeden anderen rein, ne? Genau, ich gucke ja auch Tour de France. Und es ist ja auch nicht meine Leistungsklasse. Aber du hast das sozusagen, das, was ich jetzt da bekommen habe, ist natürlich irgendwie, ich glaube, NDR oder ZDF hat da irgendwo mal berichtet. Das habe ich bei YouTube gesehen. Dadurch, dass jetzt ein Deutscher vorne mitfährt, ist es an die Mainstream-Medien ja irgendwie überhaupt erstmal reingekommen. Und du hast das wahrscheinlich jetzt komplett live mitbekommen. Wie die in die Flaute rein und was auch immer. Das mit dem gesunkenen Boot war ja irgendwie auch einmal so eine krasse. Die hast du ja, glaube ich, schon mal erzählt. Das Boot ist in der Mitte durchgebrochen, muss man sagen. Und das war auch ein sehr französisch geprägtes Rennen. Und der eine... Es gab noch nie einen Außerfranzosen. Genau, also der Engländer hat es immer probiert, Alex Thompson, der für Hugo Boss segelt. Und der ist auch dieses Jahr ausgeschieden, weil das Boot kaputt gegangen ist. Und das ist natürlich auch ganz klar, da geht auch viel kaputt. Und ja, und dann rutscht man auch in den Plätzen nach vorne. Also deswegen ist jetzt der Boris ist jetzt da auf Platz vier. Viel, viel krasser, was du nicht auf dem Schirm hast. Also A, klar, ist dann ein Deutscher mal irgendwo dabei. Dann springt auch irgendwie ZDF mal drauf an oder die Tagesschau. Das ist ja so ein Phänomen, was immer ist. Ja, ist ja auch gut so. Vorher ist es natürlich, man muss ja auch zugeben, das ist ein Thema, was mich nie interessiert hätte, wenn du nicht mal was gesagt hättest. Und selbst dann ist es so, dass es mich nicht annähernd so interessiert, wie es dich interessiert im Moment. Aber dadurch, dass ich dich kenne und dadurch, dass ich weiß, dass das Rennen stattfindet, wenn ich dann was erfahre, ist es auch interessant. Zwei Sachen sind daran interessant. A, es sind nicht viele Menschen auf dieser Welt, die das geschafft haben. Also der Vergleich zum Mount Everest ist völlig absurd. Aber die Leistung, wo wir jetzt auch nicht schmälern, da hoch ist schon krass. Ja, aber mittlerweile ist es ja so, dass die da jeden, der irgendwie zwischen 50.000 und 100.000 Euro locker macht, den schleppen die da drauf. Und die stehen dann in der Schlange oben. Ich will das jetzt gar nicht so schmälern, aber das ist jetzt die Menge der Leute, die die Weltumsegelung nonstop anhand gemacht hat. Das sind keine 100 Leute, die das geschafft haben. Das ist also noch wirklich sehr, sehr herausragend. Und die Belastung ist ja auch immens, muss man ja auch sehen. Auch sowohl fürs Material, was uns ja auch vielleicht interessiert. Und da kann ich auch einen Tipp geben, vielleicht kann ich das verlinken, als da geht ja auch viel Carbon kaputt. Wo wir gerade über Carbon geredet haben, wie toll und stabil das ist. Und das muss ja dann unterwegs auch repariert werden. Und für Leute, die so, das passt eigentlich gut zum Fahrradthema, die da mal so in das Material auch oft noch so Zweifel haben und sagen, siehste, guck mal da bei dem Engländer, bei dem Alex Thompson, das ist alles kaputtgerissen im Bug und so. Und dann hat er aber auch sehr schön, das ist ja auch toll zu den medialen Möglichkeiten, die man hat, hat er dann auch das gefilmt und live ins Netz gestellt, wie er dann sein Boot repariert, wie er das laminiert und macht. Da gibt es auch Schnipsel, die können wir ja auch mal verlinken. Sehr interessant, wie er das gemacht hat und auch gezeigt hat. Das Rennen findet nur alle vier Jahre statt. Das ist also wie Olympia. Das macht es ja auch irgendwie besonders, dass es nicht jedes Jahr ist. Das macht es besonders. Und was jetzt der Knaller ist, du musst ja überlegen, wir segeln einmal um die Welt und wir haben jetzt Abstände, ich habe sie mir vorhin rausgeschrieben, von Platz 1 bis Platz 9, jetzt in Kilometern, weil die Mehrheit der Leute ja mit nautischen Meilen nicht umgehen kann, habe ich mir die Kilometer zu sagen, haben wir jetzt von Platz 1 bis Platz 9 einen Abstand vom 1. bis zum 9. Platz 9. von 650 Kilometern. Wir sind in einer Distanz, die irgendwie Flensburg-München umfasst, als Distanz zwischen Platz 1 und Platz 9. Ja, das hört sich ja noch viel an. Ich glaube, die ersten drei oder vier, die waren noch innerhalb von uns. Aber überleg mal, die Distanz irgendwie von Flensburg nach München, einmal um die Welt betrachtet, ist das ja ein Witz. Ja, aber es ist schon signifikant. Nee, nein. Finde ich schon viel. Nein. Einmal durch Deutschland quer durch sind 700 Kilometer, das ist klar, dass solche Abstände entstehen. Ja, aber und jetzt… Dass es nicht viel mehr wird, ist mir auch klar, weil die ja alle mit diesen komischen… Die Boote fliegen ja, die haben ja so komische Dinge an der Seite, die fliegen ja fast übers Wasser. Freut. Also unabhängig davon, wenn wir jetzt Platz 1 bis Platz 4 betrachten, auf Platz 4… Das finde ich viel krasser, glaube ich. Genau, da liegen 240 Kilometer. Das heißt, die ersten vier Leute sind im Bereich von 240 Kilometer und das nach über 70 Tagen auf dem Wasser. Wenn du das umrechnest, das gebe ich als Aufgabe für euch jetzt mit, vergleich das mal mit einem 100-Meter-Sprint. Der 100-Meter-Sprint sind 9,8 Sekunden zu 9,9 Sekunden und hier vergleichst du also zwischen Platz 1 und Platz 4 beim 100-Meter-Welttrekord oder Olympia. Und dann kannst du das mal in Relation setzen von 100-Meter-Sprint zu diesen 70 Tagen. Das könnt ihr ausrechnen, schreibt da in die Kommentare. Als ich das Video gesehen habe, dieses deutschsprachige Video, war aber so, dass die, glaube ich, innerhalb von 20 Meilen oder 30 Meilen sogar waren. Also noch zu dritt die ersten drei, dann hat sich das jetzt schon wieder ein bisschen entzerrt, glaube ich. Genau, Platz 2 hat Rückstand 220 Kilometer. Dann ist der erste abgeschlagen, komplett weg vorne. Nee, 200 Kilometer ist ja nichts. Da braucht ja nur mal was kaputt gehen. Ah, okay. Also das ist ja auch Material am Limit. Wenn da was kaputt geht und das muss repariert werden, dann war es das. Weil die fahren gegen irgendwelche Gegenstände ins Meer oder so. Ja, leider ist das so in den Meeren. Das heißt immer unbekanntes Objekt. Man weiß nicht, was es war. Kann ein Container sein. Kann natürlich auch einfach eine schwimmende Euro-Palette sein, wo du gegennagelst und dann geht was kaputt. Ich muss mal gucken, ob ich mein Video überhaupt verlinken kann hier. Ja, aber bei YouTube ist das alles voll davon. Ich müsste das mal verlinken, weil was ich ganz sympathisch fand, den haben sie natürlich den Deutschen da auch interviewt auf dem Boot irgendwie. Oder der hat halt in die Kamera reingesprochen. Er hat ganz, ganz viele Glückwünsche gekriegt, dass er so weit vorne ist. Und natürlich aus Deutschland, aber auch von ganz vielen Größen aus dem Segelsport und auch ganz vielen Franzosen, die ihm alle viel Glück wünschen, weil die alle darauf warten, dass mal ein Franzose gewinnt. Nicht-Franzose gewinnt, beziehungsweise da sind auch welche, die schon ausgeschieden sind, die Franzosen, die dann sagen, naja, bevor jetzt der andere Franzose gewinnt, dann lassen wir lieber mal einen aus dem Ausland vor. Die Franzosen sind auch untereinander so wettbewerb. Entschuldigung, dass ich da reingehend bin, aber da muss ich mich ja wirklich kaputt lachen. Da gönnt der eine dem anderen nichts. Genau, und dann sagen sie, wenn, wenn, dann lieber den Deutschen gewinnen lassen. Das ist ja eine Todesstrafe. Also der hat das ganz nett und sympathisch da in die Kamera gesprochen. Also ich fand den ganz sympathisch. Was ich auch ultraspannend fand, da ist die einzige Frau, die… Es sind sechs Frauen dabei. Oder eine Frau, die jetzt noch dabei, die die letzte Frau, kann das sein, dass die letzte Frau, die dabei war, jetzt gerade ausgeschieden war? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Nee, 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 sind noch Frauen am Start. Okay, jedenfalls ist eine der Frauen ausgeschieden. Es sind mehrere schon ausgeschieden, ja. Und weil auch irgendein Defekt am Boot, die kann ja nur noch ganz langsam segeln und so weiter. Das muss man sich aber mal auf der Zunge zergehen lassen. Dass dann über was für Zeiträume wir da sprechen. Das heißt, die muss jetzt wieder zurück an Land. Die fährt jetzt zurück nach Hause. Redet die von zwei bis drei Wochen, bis die wieder zu Hause ist. Die fährt jetzt zwei bis drei Wochen mit ihrem kaputten Boot sehr, sehr vorsichtig irgendwo, um wieder an die Küste zu kommen. Das heißt, es ist nicht so, naja, ich scheide jetzt aus wie beim Radrennen und steige mal in den Besenwagen. Nee, ich muss jetzt erst mal 14 Tage, 15, 14 Tage mindestens weiterfahren, um wieder überhaupt an Land zu kommen. Also das war mir, das ist einem gar nicht so bewusst. Das war so ein Überraschungsmoment für mich, wo ich gesagt habe, okay, du sitzt da auf dem Meer und du scheidest aus und kannst nicht mehr weiterfahren. Ein anderer fährt übrigens noch weiter, aber ultra langsam, weil ihm eins von diesen Dingern weggebrochen ist. Das musste er dann irgendwie absägen, damit er überhaupt noch weiterkommt. Und der fährt halt langsam dann weiter. Keine Chance mehr zu gewinnen. Also es ist schon ein krasses Ding. Und dann ist es ja so, dass Segeln im Allgemeinen, dann war dieser America's Cup oder so ist jetzt auch, da bin ich dann mal drauf gekommen, wo ich dann gedacht habe, wieso sind so viele Leute auf diesem Boot? Der Ingo ist manchmal auch echt unbedarft. Ist natürlich auch in den Mainstream-Medien irgendwie angekommen, weil da eins dieser Boote gekentert war und die sozusagen nicht mehr weiterfahren konnten. Also ein Boot ist irgendwie auf die Seite gefallen. Wenn wir jetzt über America's Cup noch reden, dann wird es ja hier ein Segel-Podcast. Das könnte auch nach hinten losgehen. Aber ich mache das gerne, mich begeistert das. Ja, wir können es ja kurz anreizen. Verfolgst du sowas denn auch oder nur die Vendée Globe oder guckst du denn bei allen, was da so gerade passiert? Also, jetzt zwei Sachen mal unterscheiden. Bei der Vendée Globe ist es ja wirklich die Mega-Leistung von einer Person, um die Welt zu segeln in dieser Emoka-Klasse mit den Booten. Das ist ja einfach unvorstellbar, die Leistung. Also die menschliche Leistung, psychisch auch und diese ganze Sache. Und am liebsten würde ich so einen Boris, Hamburg ist ja nicht weit weg, vielleicht schicke ich dir einfach eine Einladung in den Podcast. Wir sind zwar ein Fahrrad-Podcast, aber irgendwie finde ich dich cool. Vielleicht wer weiß. Und America's Cup, das ist für mich Formel 1 auf dem Wasser. Das ist ja unvorstellbar. Wenn du jetzt überlegst, naja, irgendwie zu Michael Schumacher-Bendeten-Zeiten, dann hast du sowas geguckt und warst irgendwie Formel 1-Fan. Zumindest war das bei mir so. Jetzt ist Formel 1 durch, finde ich total schrecklich. Gucke ich nicht mehr, ist unspannend. Und auch da findet auch nicht wirklich ein Rennen statt. Das America's Cup auf dem Wasser, das ist für mich aktuell Formel 1 nur auf dem Wasser. Was da an Technik am Start ist, und da sind wir wieder, was den Bezug zu diesem Podcast hat, natürlich alles aus Kohlefaser, Carbon, alles das Leichteste vom Leichtesten, am Limit ausgereizt das ganze Zeug. Wenn du noch bei der Imoka-Klasse, was wir gerade hier beim Wohnen in den Globen hatten, wo du sagst, du hast einen Monohol, also so einen Einrumpf, und dann hast du rechts und links diese Foils. Ja, guck dir mal America's Cup an, wir können das ja verlinken, das Boot geht komplett aus dem Wasser. Ja, das ist ja das Krasse, die fliegen ja, das Boot fliegt über dem Wasser und hat rechts und links so zwei Ärmchen, die dann noch irgendwie im Wasser lenken. Genau, aber nicht mehr zwei Ärmchen, sondern ein Ärmchen wird sogar noch hochgeklappt. Du hast also im Prinzip nur ein, entweder links oder rechts, ein Ärmchen, wenn du das so nennst. Also das Foil ist dann eben nur an der Seite und dann hast du hinten auch noch ein Ruder, was so aussieht wie so eine Flosse von so einem Delfin, was das Boot auch hinten, hinten den hinteren Teil komplett raushebt. Das Boot hat keinen Wasserkontakt mehr. Das ist ja crazy. Ja, die fliegen ja über dem Wasser, dass man sich irgendwann überlegt, ob es irgendwann Segelflieger gibt, die so theoretisch, weiß ich nicht, gibt es da eigentlich eine Limitierung? Die könnten ja auch zehn Meter über dem Wasser fliegen oder ist das irgendwo reguliert oder müssen die immer im Wasserkontakt haben? Nee, sie müssen mit dem Wasser keinen Kontakt haben. Also das, da bin ich eine gute Frage. Also fliegen, glaube ich, ist nicht erlaubt. Aber es ist ja schon ein halbes Fliegen. Es ist ja schon ein halbes Fliegen. Das muss man sich wirklich in den Videos angucken. Das habe ich bis zu diesem Jahr auch noch nicht geschnallt, dass die so übers Wasser fliegen. Ja, und du musst natürlich auch bedenken, die ist schneller als der Wind. Logischerweise, da wird eine Geschwindigkeit aufgebaut, die ist ja, das ist wie wenn du ein Motorrad fährst. Also es ist ja Wahnsinn. Also wer das weiß, wenn du da mit 50 Knoten da lang schüsselst, das ist ja Wahnsinn. Was sind das? 70, 80 Sachen. Krass. Ja, ja. Also auf dem Wasser, wer mal hier so Jetski gefahren ist und hat mit so einem Jetski mal 50 Sachen drauf, der denkt, er fliegt zum Mond. Also schon krass. Amerikas Cup ist natürlich jetzt auch nochmal eine interessante Sache, weil letztendlich geht es ja immer darum, wer fordert den letztmaligen Sieger heraus. Und das heißt, beim letzten Mal waren die Neuseeländer die Sieger und jetzt geht es halt darum, wer fordert die raus. Der muss erstmal gefunden werden. Und die fahren dann zu zweit gegeneinander oder wie? Genau. Und das findet, glaube ich, im März ist das dann. Und Team Ineos ist auch dabei. Team Ineos. Chris Rohm eben. Ja, was da für ein Geld über die Wuppa geht. Also Team Ineos, wenn ich jetzt, das ist mir sowieso noch schleierhaft, wo das ganze Kapital daherkommt. Ja, also wir wissen das über das Tour de France Team, Team Ineos. Und dann gab es doch diesen Weltrekordversuch von dem Läufer, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß, mit der… Kipchoge? War das Kipchoge? Die zwei Stunden, ja, ja. Genau, das war ja auch von Ineos gesponsert, glaube ich. Der trägt jetzt übrigens Chorus-Uhren. Der macht, ja, das ist Ambassador für Chorus jetzt neuerdings. Ganz lustig eigentlich. Aber das hat er, glaube ich, auch, das war doch in Wien oder wo da das gelaufen ist. Und das war ja auch alles mit Ineos. Genau, es gab zwei. Es gab eines in Spanien oder Frankreich, was sie gemacht haben auf so einer Formel-1-Strecke. Und jetzt war es Wien. Wo er es dann geschafft hat. Genau. Und das war doch, glaube ich, auch irgendwie komplett gesponsert von Ineos oder nicht? Kann sein, ja, habe ich nicht im Kopf mehr. Und da habe ich mir auch schon gedacht, Mensch, da geht aber Geld über die Wuppa, also dieses Tour de France Team. Ich weiß auch gar nicht, was Ineos selber so macht. Und jetzt, aber eins ist mal ganz klar, das, was das Tour de France Team da kostet, das ist ja Peanuts im Vergleich zu das, was diese Americas Cup da, das ist ja, das ist gar nicht existent, dieses proletarische Tour de France Team von der Kohle her, was meinst du, was da beim Segeln verbrannt wird? Ja, wir hatten doch, ich hatte doch mal gepickt diesen Film über die Race Across America mit diesem Team. Wo ich gesagt habe, guckt euch mal das Vimeo-Video an. Ja, 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 das ist ja Vimeo, ja. Genau, das war so ein Vimeo-Video, was ich gepickt hatte vor zwei, drei Sendungen, die haben halt Race Across America gemacht, auch als kleines Team, Viererteam und so weiter. Und da haben wir ja auch mal so grob überschlagen, dass da ja 50.000 bis 100.000 Euro für so ein Fahrradteam schon zu viert. Amerika mit Supportern und so weiter, mit Hotels und Mietwagen und was man nicht alles brauchte, da gehen halt auch schon mal 50.000 bis 100.000 Euro über die Wupper, nur für so einen Kleinkram, der ja eher auf, die waren zwar ambitioniert, aber was ja eher so eine Amateur-Ebene ist, wo es ja nicht um professionellen Sport gibt, wie sonst wie, da kann man mal sehen, was sowas verschlingt, nur so ein zwei, drei Wochen Rennen. Wenn man das dann hochrechnet auf so ein Fahrradteam, was das kostet und dann nochmal diese Segelgeschichte, wo das … Der entscheidende Unterschied, den hast du nicht ganz auf der Platte, ist ja für das Team, ein Tour-de-France-Team oder jetzt auch, was du da gesagt hast bei dem Race Across America, da kann ich ja hingehen und sagen, ich kaufe einen Colnago-Rahmen oder einen Cervilo-Rahmen oder ich kaufe das, ich kaufe die Helme, ich kaufe dieses Zeug, das kaufe ich alles zusammen. Die Gehälter noch. Die Gehälter noch und dann kaufe ich noch einen Teambus und dann habe ich ja irgendwie, und die Hotelkosten und was auch immer dann alles zusammenkommt, das ist ja alles überschaubar. Also da kriegt man ja irgendwann mal eine Zahl kalkuliert. Und wenn du aber so ein Boot entwickeln musst, dann ist das unkalkulierbares Geld. Ja, hast du halt in eine Grütze gehauen, das fängst du nochmal von vorne an. Du musst ja auch ein Boot ingenieren und das muss ja auch gebaut werden, das muss ja auch auf die, das muss ja erstmal alles gemacht werden. Das heißt, da geht mal Geld aus so einer Entwicklung, in so eine Bauphase rein. Ja, du kannst eben nicht einfach den Cervilo-Rahmen für Geld kaufen. Du kannst so ein Boot nicht einfach kaufen. Ja, deswegen, es ist schon irgendwie natürlich… Aber Ineos ist, ich habe keine Ahnung, wo das ganze Geld herkommt. Ich weiß auch wirklich nicht, ich weiß, dass die so ein Fahrzeug machen, diesen Grenadier, das ist doch dieser ehemalige Land Rover oder sowas. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe nicht… Und das ist natürlich dann schlecht… Das ist eigentlich schlecht, ne? Eigentlich schlechte Werbung, dass wir den Namen Ineos kennen, aber beschäftigen tun wir uns mit der Truppe nicht. Nee, das funktioniert zumindest bei uns nicht, die Werbung, aber wer weiß, was die machen, wo es sich dann doch lohnt, keine Ahnung. Ja. Gut, dann wandern wir mal weiter, wieder zu Themen, die vielleicht… Für alle Leute… Mal gucken, wie viele Leute das Segeln jetzt übersprungen haben und nicht mehr zugehört haben. Genau, das ist ja auch verständlich. Gut, dann habe ich das Thema als nächstes, passend zum Januar jetzt, Be Cool vs. Swift, habe ich hier mal aufgeschrieben, weil ich beobachtet habe und wir natürlich zwischendurch auch mal gesprochen haben. Wir sind jetzt, ja, erstmal durch die Corona-Bedingungen, dann war der Deister verschneit, dann war es auch nicht mehr so, dass wir gesagt haben, wir treffen uns mal sonntags im Deister, weil durch den Schneematsch, mit der sind schon viele Leute da auch unterwegs, das macht dann auch keinen Spaß mehr, ist jetzt so ein bisschen unser Deisterfahren weggefallen. Und jetzt habe ich gesehen, dass du das erste Mal seit langem bei Strava zumindest deine Be Cool-Fahrten hochgeladen hast. Das heißt, und ich wiederum habe mich selber dabei ertappt, wie ich bei Zwift gesagt habe, ach, ich klicke mal diese Tour de Zwift und fahre die. Und dann haben wir mal so ein bisschen drüber gesprochen und wir haben ja beide unterschiedliche Ansätze, wie wir Indoor fahren und auch unterschiedliche Motivationen und auch unterschiedliche Geschmäcker, was wir wie gut finden. Das können wir jetzt ja mal so ein bisschen durchsprechen. Da haben wir sicherlich schon mal in einem oder anderen Podcast, glaube ich, auch. Ja, so am Rande, aber jetzt ist es ja wirklich mal so, dass du aktiv wieder auf der Rolle fährst, was du lange nicht mehr gemacht hast. Also irgendwie scheint ja die, wie ist es da überhaupt zugekommen? Na ganz, also wie es dazu kommt, ist natürlich, wenn mir nicht viele andere Möglichkeiten bleiben. Also ich fahre schon super, super gerne draußen, auch bei Regen und allem schlechten Wetter. Dazu gekommen ist es, dass ich im Dicester aktuell, wie du das gesagt hast, nicht sein möchte, weil zu viele Leute im Dicester sind. Das stört mich wirklich. Das ist jetzt, das hätte man sich nie erträumt, aber jetzt sind wirklich zu viele Leute im Dicester. Na gut, es war halt Schnee und der Witz ist ja, dass in Hannover kein Schnee liegt und tatsächlich der Dicester genau die Schneegrenze war. Dann ist dieses Schnee, der jetzt abschmilzt, wirklich so penetrant schlecht, dass es da so schlammig ist, dass ich sagte, okay, das kann ich zwar fahren, aber jetzt hatte ich mal so gedacht, das kann ich auch mal weglassen, denn, ja, wir fahren jetzt nicht mehr zusammen und ich möchte das auch nicht. Ja, also wir haben zwar so eine WhatsApp-Gruppe und so und ich bin momentan eigentlich durch, was das Thema ist. Ich bin auch kopfmäßig nicht bereit, mit jemandem zu fahren. Mit Ausnahme wäre letztendlich, auch wenn das jetzt wirklich komisch klingt und unsere Freunde hören ja auch alle noch den Podcast mit und so, das wäre dann tatsächlich Ingo Quendler, weil Ingo Quendler halt schon mal diesen Virus hatte. Ansonsten habe ich einfach eine schlechte Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich würde doch wirklich lieber alleine Rad fahren und wenn ich alleine Rad fahre, dann kann ich auch auf meiner Rolle sitzen. So ist es halt gekommen. Diese zwei Sachen sind zusammengekommen und hatte jetzt aber auch wirklich ein bisschen Lust dazu, mich mal zu quälen, denn eins kann ich auch sagen, diese Einheiten auf der Rolle, die bringen mich zur Strecke. Ja, ich habe eine gesehen, die fand ich auch sehr beeindruckend, 4 Stunden 45. Da habe ich mich auch total verschätzt. Aber dann fährst du es auch zu Ende, oder wie? Ja, ich fahre es dann zu Ende und habe mich auch komplett verschätzt. Muss ich noch ein bisschen Hausaufgaben machen. Ich dachte, ich wäre vielleicht mal so dreiviertel Stunde schneller. Aber ich habe auch das Gefühl, und das gebe ich jetzt auch gerne den Leuten mit, eins ist mal ganz klar, wenn du da ein bisschen was fährst auf der Rolle und nicht nur Tri-Trad-Tralala machst, das ist auch echt hartes Training. Und mental nicht so einfach. Ja, okay. Also es ist ja schon schön da draußen. Also ich fahre meinen Teil, ich habe zwar dieses Zwift geklickt, aber ich fahre eigentlich, versuche ich einmal am Wochenende, und zwar witzigerweise habe ich auch keinen Bock mehr auf schlammige Fahrräder im Moment, ich fahre dann mit dem Rennrad los. Also wenn die Straßen halbwegs trocken sind, dann mit dem Rennrad los. Sogar mit dem S5 bin ich jetzt ganz viel gefahren. Habe ich schon richtig Bock drauf, auf die kalte Luft und, ja, weiß nicht, diese frische Luft zu atmen, weil ja doch viel, momentan auch viel Indoor stattfindet. Den Zwang habe ich schon. Ich fahre auch zu zweit mit, dann meistens mit jemandem, der bei uns in der Nachbarschaft wohnt, wo es dann irgendwie auch passt, mal spontan loszufahren. Fahre ich doch nicht mehr mit dir. Ja, na doch, das kann man ja trotzdem verabreden. Verabreden haben wir ja in der Raffa ja auch geschafft, in der Festive. Aber es ist so, dass du gar nicht mehr rausfährst, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hätte ich schon gedacht, dass du sagst, na gut, weil du nicht so ein Rennradtyp bist. Du würdest dann eher sagen, wenn draußen, dann im Wald. Ich fahre halt auch alleine Rennrad, stört mich auch nicht. Ich habe heute nochmal als Thema. Ich habe aber eine ganz tolle Rennradzeit gehabt, die ich auch genossen habe. Und das war die Zeit zwischen 24. Dezember und 31. Dezember, war eine Knallerzeit für mich. Kommen wir ja später nochmal. Witzigerweise ist bei mir die hängen geblieben. Die hat mich angefixt, wieder Rennrad zu fahren. Die hat mich richtig begeistert. Ja, und warum nicht Zwift und Be Cool? Das ist ja relativ schnell erzählt. Das ist ja Geschmackssache. Und da sind wir halt, ja, da sind wir uns gar nicht einig. Und das ist ja auch okay, du liebst Zwift. Du machst aber Be Cool jetzt, so wie ich es gesehen habe, auch nicht immer mit Videobildschirmen, wo du die Strecke abfährst, sondern du nimmst einfach deinen GPX-Trick und fährst dir nach. Ja, also willst du den Leuten, die hier Neueinsteiger sind, nochmal kurz die Welten erklären, was ist Zwift und was ist Be Cool? Und dann würde ich sagen, warum ich mich für Be Cool entschieden habe. Wollen wir es nur mal den Leuten erklären? Genau, was ist Zwift, ist ja relativ einfach, weil es, glaube ich, fast alle kennen. Zwift ist ja die bekannteste Plattform und ist halt die, wo man sagt, man fährt als Avatar durch eine Welt mit anderen Radfahrern, die ebenfalls mit Avatar rumfahren. Also es ist eher so, Zwift baut ja eher darauf auf, dass man mit, ja, dass die anderen, die da rumfahren, halt auch rumfahren. Das ist, das ist was anderes als, als Be Cool, wo du eigentlich mehr oder weniger allein unterwegs bist. Be Cool kann ich ja erklären. Erklär du Zwift und dann sagst du, warum du das machst. Genau, also Zwift, ich kann ja mal sagen, warum ich Zwift gerne mag, weil ich diesen psychischen, also es ist bei mir tatsächlich psychisch funktioniert, dass ich nicht alleine fahre. Das heißt, da sind Leute, die auch auf ihrer Rolle sitzen, jeder, der um mich rumfährt, jeder dieser bunten Avatare, dieser Computerspielanimierten Radfahrer, steckt halt ein echter Mensch dahinter, der zur gleichen Zeit wie ich Rad fährt. Und manchmal gurke ich da nur rum, dann ist es mir egal, wer um mich rumfährt. Aber gerade dann, wenn ich dann sowas wie die Tour des Zwift jetzt klicke, dann ist es mir dann doch wichtig zu gucken, naja, also die erste Gruppe schaffe ich meistens nicht zu halten, aber ich versuche dann dort zu kämpfen, dass ich an so einer Gruppe dranbleibe, dass ich im Windschatten bleibe. Da gibt es ja auch wirklich eine Windschattensimulation. Das heißt, wenn ich abreißen lassen muss, habe ich auch keine Schocks, da hinten wieder reinzufahren. Wenn die vorne zu 10 fahren und ich bin der Elfte, der hinten nicht mehr im Windschatten mithalten kann und die lasse abreißen, dann ist es wie im echten Leben bei einer RTF oder beim Jedermann-Rennen, du kommst halt nicht mehr hinten rein. Und das ist was, was mich schon kickt, wo ich diesen Ansporn habe, da bleibe ich jetzt dran. Und mag es auch mal, da einfach zu klicken, diese Etappen, diese Bergetappen oder so ein Alpe des Zwift zu fahren oder ein Ventoux gibt es jetzt auch als Pendant, wo ich sage, okay, ich fahre jetzt einfach mal eine Stunde oder anderthalb Stunden nur berghoch. Gibt es auch diese Geschichte. Und wenn ich da jetzt die Brücke zuschlage zu dem, was du auf Be Cool machst, du machst halt auch dieses, dass du sagst, ich fahre jetzt mal eine Stunde oder viereinhalb Stunden sogar berghoch oder vier Stunden 45, nur berghoch, so und so viele Höhenmeter, ich reiße meine Höhenmeter ab, aber du kannst diesen ganzen Trubel drumherum nicht ab. Du willst da alleine gemütlich vor dich hinfahren und hast keinen Bock, dass da einer schneller dich überholt oder du hast vielleicht auch diesen Competitive-Gedanken nicht. Genau, also das trifft es ziemlich gut. Also Be Cool ist eine spanische Firma, die eine Videoplattform darstellt und du musst aber nicht ein Video machen. Das heißt, wie du das gerade geschrieben hast, wenn du bei Zwift einen Berg hochfährst, jetzt Alp to Zwift oder diesen Montu, den es da gibt, dann ist das eine künstlich erstellte Welt, so wie bei der Playstation oder Xbox oder wie auch immer das dann aussieht. Es ist halt keine echte Welt. Und bei Be Cool ist es so, man kann ein Video aufnehmen, während man diesen Berg hochfährt. Also das ist dann irgendwann mal, irgendjemand ist diesen Berg hochgefahren und hat während er den Berg hochgefahren ist ein Video gemacht, klassischerweise mit so einer GoPro am Lenker. Und diese Person stellt dieses Video inklusive dem GPX-Track auf der Plattform Be Cool zur Verfügung und Dan Meeson kann dann sagen, oh, das sieht ja toll aus. Ich fahre auch den, Entschuldigung, ich fahre auch diesen Montu hoch und dann fahre ich auch wirklich die Belastung mit den Prozenten und wie du das auch erwartest, dass der Rollentrainer smart reagiert, so und so viel, was musst du jetzt treten, mit deinem Körpergewicht da hochzukommen. Aber ich sehe ja auch das Videobild dazu. Wie sieht das denn wirklich aus am Montu? Das finde ich manchmal sehr reizvoll. Jedenfalls spricht mich ein echtes Bild, ein per Kamera aufgenommenes Bild, spricht mich persönlich mehr an als ein computergeneriertes Bild. Das ist aber allein meine Meinung und deswegen finde ich das schöner. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass ich auch das umblättern kann. Ich kann also sagen, okay, mach mir daraus ein computergeneriertes Bild, dann habe ich ja ein computergeneriertes Bild. Also ich nutze das nicht, aber die Möglichkeit ist da. Dann berechnet BeCool einfach so eine Fake-Landschaft. Eine Fake-Landschaft, aber die dann schon die Straße erkennbar macht und Berge erkennbar macht und Bäume erkennbar macht. Machen die das just in time in dem Augenblick, wo du ein GPX hochliest oder ist das was, was sie modellieren? Nee, das modellieren sie aufgrund des Videos dann. Und? Wie sie das machen, weiß ich nicht. Achso, sie brauchen aber das Video, um dann zu modellieren. Genau, ohne Video geht es nicht. Okay, also du kannst nicht einfach ein GPX und dann, okay. Was auch sehr, sehr gut ist, wenn man dann irgendwann mal sagt, ich möchte noch mehr abschalten, das finde ich eine ganz, ganz tolle Funktion ist, eine praktisch so eine Satellitenansicht, wie man das bei Google Street View oder wie man das, hätte ich fast gesagt, nicht Google Street View, aber von Google Earth, Entschuldigung, wo man dann sagt, ah ja, jetzt hast du jetzt hier noch zehn Serpentinen und dann bist du oben. Finde ich knallermäßig. Also mein Lieblingsview ist, dass ich meine Strecke von oben betrachtet sehe, aha, noch zwei Linkskurven, noch eine Rechtskurve, dann geradeaus, nochmal einmal links und dann bist du oben angekommen. So wie das auf dem Fahrradcomputer aussehen würde. So wie ich das auf meinem, genau. So wie ich das auf meinem Garmin auch sehe. Hier noch 30 kehren, dann bin ich oben am Rock de los Muchach. Aber du hast Satellitenview oder hast du Satelliten plus Straßenview? Kannst du wählen. Oder kannst du auch einfach nur die Karte wählen? Genau. Und das ist… Topografische Karte auch? Tatsächlich ja, genau. Und tatsächlich ist die topografische Karte auch etwas, was mir am meisten Spaß macht. Das wusste ich noch gar nicht. Ja, also du kannst die Ansicht wählen, ob du wirklich Straße sehen willst, ob du ein Satellitenbild sehen willst oder ob du Topografie haben willst. Das finde ich richtig gut. Und jetzt nehmen wir zum Beispiel mal den… Ja, weil du die Einheit, die kannst du ja verlinken, dann haben die Leute ja gerne vielleicht Spaß da zu gucken. Das ist dann eine Einheit, die ich auf Be Cool gefahren bin. Und ich bin die Strecke nachgefahren, wie ich sie auf jetzt La Palma auch in echt gefahren bin. Das heißt, die Strecke, wie ich auf La Palma mal aufgezeichnet habe, ohne Video, als sogenannter GPX-File, lade ich einfach zu Be Cool hoch und dann fahre ich sie einfach nochmal nach. So. Und das ist für mich… Welche Fahrt waren das? Also ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, das war ja Rocco de los Muchachos von Santa Cruz aus hoch. Einmal hoch und bist du auch wieder runtergefahren oder nur hoch? Das ist ja auch das Schöne, du brauchst halt nicht wieder runterfahren. Also mich interessieren ja Bergabfahrten gar nicht. Naja, bei Zwift muss man das machen, um die XPs noch einzusammeln. Ich bin ja nicht bei Zwift. Ja, also das ist ja das Schöne an der Sache, bei Be Cool sucht man sich ganz oft gerne die Berge aus. Also ich bin auch zum Beispiel Col de Tour Malé gefahren, ich bin auch früher schon oft Alpe d'Huez gefahren, vielleicht fahre ich das heute Abend mal. Was fahre ich mit Video? Und diese Rocco de los Muchachos bist du jetzt einfach mit diesem Satellite View gefahren, weil du einfach kein Video hattest. Genau, und das wäre ich auch nicht mit Video gefahren. Das wäre ich dann vielleicht mal eine Stunde mit Video gefahren, aber ich wäre sicherlich nicht fünf Stunden mit Video gefahren, weil das für mich zu anstrengend ist, für meine Augen. Das waren ja diese 2400, 2500 Höhenmeter. Bist du denn auch unten, bevor du losgefahren, unten ans Wasser gegangen und hast den Gami nochmal am Wasser genullt? Das wissen nicht alle, aber ein paar Leute verstehen den Insider, die das Video gesehen haben. Guckt euch vom letzten Jahr mal das La Palma Video an, wie wir über den Rocco de los Muchachos gefahren sind, dann wisst ihr, wovon wir hier sprechen. Hieß, glaube ich, La Palma Extreme oder so. Ja, ja, La Palma Extreme. La Palma Extreme, einfach mal La Palma und Enjoy Your Bike googeln und dann das Vorschaubild zeigt La Palma Extreme, dann wisst ihr, warum wir da jetzt lachen. Aber diese Funktion, die finde ich sehr ansprechend. Wir hatten da mal eine Diskussion, das könnte man theoretisch ja auch mit seinem Fahrradtacho abfahren. Ja, das finde ich aber nicht animiert genug. Das wäre mir wieder zu wenig. Jetzt nur mit dem Gami oder nur mit dem Wahoo die Strecke auf meinem kleinen Tacho, auf meinem Tacho zu sehen und der Tacho steuert dann das Kickerbike oder den Rollentrainer, den smarten. Das wäre mir definitiv zu wenig. Und diese Funktion ist bei Be Cool total klasse und ich werde davon irgendwann auch mal ein Video machen. Ihr habt eine Strecke aufgenommen, die findet ihr super und die wollt ihr irgendwann mal virtuell nachfahren. Das ist ein Kinderspiel, diese Strecke da reinzuladen in Be Cool und dann könnt ihr die nachfahren. Finde ich super. Also jetzt nochmal für die, die sich jetzt wundern, wovon wir sprechen. Also es ist ja so, du nimmst eine Strecke auf, erzeugst dadurch ja einen GPX-Track, den du bei Strava zum Beispiel wieder runterladen kannst, wenn du da hochgeladen hast, egal wie den aufgenommen hast. Und dann gibt es ja momentan zwei Möglichkeiten. Entweder sowas wie Be Cool. Ich weiß nicht, ob andere Trainer-Software das auch kann. Keine Ahnung. Ich beschäftige mich. Das heißt, du kannst diesen GPX-File zu Be Cool hochladen. Dauert das dann irgendwie zehn Minuten, bis du das dann fahren kannst oder geht das sofort? Sofort. Das heißt, du lädst die GPX-Datei hoch und dann kannst du die Strecke mit Höhensimulationen, das heißt, hinten wird es schwieriger, je steiler es wird. Wenn du einen Climb hast oder das Kicker-Bike, dann geht auch vorne der Lenker hoch, wenn du berghoch fährst und bei 15 Prozent gehst du dann halt den Wiegetritt. Volle Funktion. Volle Funktion. Und die zweite Möglichkeit, sowas zu machen, die es ja gibt, ist zum Beispiel beim Wahoo auch sehr, sehr einfach gelöst, zusammen mit den Kickern, auch eine GPX-Datei in den Wahoo laden und die einfach über den Kicker nachfahren. Auch, glaube ich, auch mit Kartendarstellung. Das ist ein Video, was ich eigentlich mal machen wollte. Du kannst mal das Be Cool-Video machen. Ich mache das zum Wahoo, weil das ist natürlich auch super interessant, weil man dann keine Drittsoftware mehr braucht, sondern einfach den Fahrradcomputer vorne hat und auch simuliert kriegt zum Beispiel eine Wettkampfstrecke. Und das geht ja, wenn ich das richtig verstehe, nicht nur mit gefahrenen Strecken, die man selber gefahren ist. Man kann ja auch jede Strecke nehmen, die mal jemand anders gefahren ist oder sich vielleicht bei Komoot auch was klicken und da hochladen, oder? Genau, aber da muss man immer aufpassen, dass es keine Fehler gibt, dass da nicht irgendwas geklickt ist, wo auf einmal so ein 40-Prozent-Sprung drin ist. Denn da habe ich leider eine fehlerhafte Strecke auch mal so erstellt. Du hattest mich da mal nachgefragt. Dann steht da auf einmal eine Steigung, die in Wirklichkeit 20 Prozent hat. Aber weil du dich minimal verklickt hast und dann praktisch auch nur 20 Meter weiter rechts geklickt hast in so einen Weinberg rein, hast du auf einmal 42 Prozent Steigung. Kann ich dir sagen, 42 Prozent Steigung am Kicker-Bike kannst du die Kurbel auch nicht runterbewegen. Es geht nicht. Also es funktioniert auch wirklich nicht. Und das ist tatsächlich auch ganz interessant, also ich habe jetzt das Kicker-Bike, zumindest haben wir ja im Podcast für sowas genug Zeit und bei 42 Prozent Steigung musst du dir das vorstellen, als wenn hinten einer am Kicker das ganze Ding sperrt. Dann kannst du machen, was du willst, du kannst die Kurbel auch nicht einen Millimeter bewegen. Es geht nicht. Das ist auch mal ganz interessant. Und das Kicker-Bike macht dann so eine Mikrosekunde mal diesen Widerstand wieder auf, damit er nicht durchglüht. In dieser Mikrosekunde schaffst du es dann eine Viertel-Kurbel-Umdrehung. Dann macht er wieder zu. Also wenn du so eine Fehlermessung hast mit 42 Prozent und musst das dann für 30, 40 Meter durchhalten, brauchst du tatsächlich zwei Minuten, weil du immer nur… Ach du schade. Und du hast auch keine Chance, das eben umzustellen, ne? Du kannst es nicht umstellen und du hast auch keine Möglichkeit, irgendwie diese Kurbel zu bewegen. Also das ist auch mal ganz klar. Ab 40 Prozent ist der Kicker auch mal zu. Ja, okay. Und dann kriegst du ihn auch wirklich nicht durchgetreten. Ja, das ist krass. Ich kenne das bei Zwift, wenn ich so strukturiertes Training da mal mitmache. Da gibt es ja auch so Trainingspläne und dann sagt er dir, du sollst jetzt mal 800 oder 500, 600 Watt für 10 Sekunden treten. Ja, ja. Und wenn du dann zu spät anfängst, macht er hinten auch zu, aber er blockiert nicht ganz und bei Zwift hast du wenigstens die Chance, mal eben den ERG-Button zu drücken, um das wieder freizugeben. Pass auf, will ich es mal noch anders formulieren. Wärst du in der Lage, noch 2000 Watt zu drehen, schaffst du es vielleicht. Aber ab 1000 Watt gehen bei mir die Lampen da aus. Naja, vor allem, das ist ja das, du musst ja in Bewegung sein, um 1000 Watt zu treten. Wenn du 1000 Watt auf ein stillgelegtes Pedal treten sollst, das ist ja ein Kraftaufwand. Vor allem machst du dir das Knie ja kaputt. Also von daher empfehle ich, und das ist natürlich eine, ja, das ist dann, vielleicht muss ich da eine Serie draus machen, so ein bisschen erklärbärmäßig, Video, wie arbeite ich mit GPX-Dateien. Denn jetzt habe ich mein Lehrgeld bezahlt, ich habe Leuten mal erklärt, wie ich bereinige, wie ich meine GPX-Strecken bereinige. Das können ja immer alle Leute unheimlich clever mit ihren Softwares, habe aber auch gar nicht verstanden, dass sie gar nicht an den rohen Daten arbeiten. Aber das will ich jetzt hier nicht weiter vertiefen. Wenn man das 100% sauber arbeiten will, dann nimmst du deine GPX-Datei, lädst die tatsächlich in ein anderes Programm, nur für die Nerds, die jetzt hier zuhören, nicht der Otto-Normal-Verbraucher mehr, der jetzt schon gar nicht mehr weiß, worum es geht. Du nimmst die GPX-Datei, lädst die in ein extra Programm, ich benutze dafür den Root-Converter, es gibt ja auch viele andere Programme, aber ich rede von mir jetzt, wie ich das mache und dann kannst du im Root-Converter auch unheimlich gut sehen, da gab es eine Fehlermessung und die nehme ich raus, umso smoother wird mein Erlebnis bei BeCool. Und besser ist natürlich, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist das Beste immer eine aufgenommene Fahrt zu nehmen. Das heißt, ich will vielleicht den Allgäu-Triathlon simulieren, dann google ich irgendwie bei Strava Allgäu-Triathlon, finde vielleicht jemanden, der es gefahren ist und lag mir da die GPX-Datei runter. Naja und sicherlich kann man das auch über die Suchfunktion sehen, wenn man jetzt zum Beispiel bei Strava auf die Suche geht, über die Segmente, wer hat den Allgäu-Triathlon da mitgemacht und dann gibt es Herrn Max Mustermann und von Max Mustermann klaue ich mir jetzt die GPX-Datei von dem gefahrenen Allgäu-Triathlon und dann kann man ja auch sehen, welches Gerät hat Max Mustermann genommen für den Allgäu-Triathlon und hat die Strecke aufgezeichnet. Hat er die Strecke mit einem Samsung-Handy aufgezeichnet? Nicht nehmen die Daten. Oder meinetwegen, um Samsung aus der Schusslinie zu nehmen, grundsätzlich wurde die Strecke mit einem Handy aufgenommen, gleich lassen. Ich würde mich da auf die ganz großen Player verlassen wollen und da sind sicherlich Wahoo, Roam, Garmin, Edge-Geräte ganz weit vorne, diese beiden Player und ich habe auch nichts gegen Sigma, auch gerne meinetwegen Sigma oder was auch immer da aufgenommen wurde, aber wenn ich mir Sicherheit verschaffen will, dass das perfekt aufgenommen ist, dann würde ich mich auf Garmin und Wahoo verlassen wollen, ohne mich für einen festzulegen, damit die Neutralität gewahrt bleibt, aber die Geräte messen schon super genau. Ja, zumindest ein GPS-Fahrrad-Computer, egal welcher, wir schätzen, ne? Naja, aber du hast jetzt, wenn ich, ich würde jetzt, ich würde die beiden nehmen, das sind die Marktführer und ich würde keine Messung nehmen, die mit einem Handy aufgenommen wurde. Ne, das ist klar. Ja, interessant. Aber das auch nochmal als Sagen. Und diese 4 Stunden 45, hast du dann Fernsehen geguckt währenddessen oder Musik gehört oder? Genau, beides. Beides, mal so, mal so. Genau. Dann nach 4 Stunden 45 wird ja auch Fernsehkunden irgendwann langweilig, ne? Tatsächlich. Du hättest unseren Weihnachtspodcast gucken können. Machen übrigens viele. Manchmal leite ich das bei Instagram in die Storys weiter, dass Leute Bilder schicken, wie sie gerade ihren Podcast auf der Rolle hören oder gucken sogar. Aber da muss halt, muss man gucken, ne? Ob man sich da irgendwie ablenkt oder nicht. Aber das ist auch genau mein Style. Also, wenn ich zugebe, dass ich ab und zu gerne Tatort gucke, muss ich, muss ja immer, ich muss ja immer hier Kommentare manchmal ertragen. Mein Gott, dann nur, weil ich sage, ich mag mal Tatort so gucken, als ob ich dann... Hast du das schon mal gesagt? Ja, ja. Und da hat auch einer so gemacht und so, wie nach dem Motto, wie kann man nur Tatort mal gucken. Aber das sind so schöne Sachen in der Mediathek, nebenbei laufen zu lassen, auf dem zweiten Gerät. Ist doch super auf der Rolle. Ja, lustig. Also, das ist so. Und ich muss ja sagen, Be Cool bin ich früher auch schon öfter gefahren. Ich finde an Be Cool cool, also, das sagt ja der Name schon, dass genau das, was du sagst, ich suche mir wirklich einen harten Berg auf, einen harten Anstieg. Auch nur dann macht es für mich Sinn, da geradeaus fahren brauche ich da nicht. Also, da bin ich dann wieder so, dann kann ich auch auf Zwift schön wieder mit den Avataren durch die Gegend fahren. Dafür finde ich es auch wirklich cool zu sagen, naja, ich nehme jetzt mal den Col de Tourmalé Alpe du Zwift, also das echte Alpe du S, also vor allem mal 1700 Höhenmeter, 2000 Höhenmeter, was du sonst bei Zwift zum Beispiel am Stück gar nicht fahren kannst. Und ich kann euch das, es gab mal, da bin ich das noch bei uns im Wohnzimmer mal gefahren. Ich werde nie vergessen, da bin ich Sacaloba gefahren, Mallorca, kennen ja viele von euch. Als Video gibt es das auch. Und dann hatte meine Frau das zufälligerweise im Vorbeigehen mal gesehen und einfach nichts kommentiert und so, aha, ja, okay, dann wieder weggegangen. Und das heißt, wir haben auch nicht gesprochen, dass es Mallorca und Sacalobra ist und gar nicht darüber geredet. Und dann, ein, zwei Wochen später, fahre ich den Mont Ventoux und bin dann da oben, wo diese mondähnliche Landschaft ist, das ist ja wirklich karg und so. Dann ging sie auch wieder durchs Bild, sage ich jetzt mal, und hatte das zufälliger sehen, wo ist das denn? Und dann sage ich, das ist der Mont Ventoux und das obere Drittel schon und da ist es halt ein bisschen karg. Da brauchen wir nie hin. Das sieht ja schrecklich aus. Und allein diese Aussage, das gefällt ihr nicht. Ja. Wir sind nicht hin. Und wo du das sagtest, so ertappe ich mich auch. Kolde Tourmalet bin ich noch nie gefahren. Ich war noch nie da, aber ich bin es ja schon ein paar Mal per Be Cool Video gefahren und eins ist klar, da will ich auch mal hin. Und umgekehrt kann es natürlich auch sein. Ja, ja, ja. Und das finde ich ziemlich knuffig. Da gibt es ja auch noch andere Dienste, die sowas anbieten, Fullgas zum Beispiel und ähnliches. Uvi nutzt jetzt Ole, habe ich gesehen. Genau, der fährt da, da fahren Avatare in der echten Welt, wenn ich das richtig sehe. Dann gibt es, glaube ich, RGT oder ähnliches, das fahren auch viele, auch das ist wieder eine rein simulierte Welt. Ich bin da ja ein Schussel, ich kann mich nicht, ich hatte also. Ja, aber jeder, also am Ende ist es ja so, du bleibst irgendwo hängen. Fullgas habe ich auch genutzt, Fullgas habe ich auch genutzt. Fullgas hat einen extremen Vorteil gegenüber Be Cool und einen Nachteil, den Be Cool unheimlich hat. Fullgas funktioniert unheimlich gut auf dem Apple TV. Okay. Das heißt, du brauchst kein anderes Gerät außer ein Apple TV. Be Cool funktioniert zumindest, letzter Stand meines Wissens, nicht auf dem Apple TV. Das heißt, du kannst es wunderbar auf dem Handy laufen lassen, du kannst es wunderbar auf dem iPad, das ist meine erste Wahl, iPad funktioniert sensationell, gut laufen lassen und du kannst es natürlich auch auf einem Rechner laufen lassen, also auf einem ganz normalen Laptop. Aber Fullgas war mein Favorit für Apple TV, muss ich sagen. Und Zwift läuft ja auch auf dem Apple TV. Und was war der Nachteil jetzt an Fullgas? Achso, Fullgas hatte nicht so, also ist es nicht so, wie ich die Strecken zum Beispiel, was ich gerade sagte, ich kann da nicht einfach meine GPX-Strecke reinknallen. Okay, also das heißt, diese GP, hast du nicht sogar, hast du da mal nachgeguckt, diese GPX-Geschichte bei Be Cool ist sogar kostenlos, die nachzufahren oder muss man da einen Account haben? Eigentlich muss ich das nachliefern. Ich habe jetzt einen bezahlten Account, von daher 10 Euro im Monat. Okay. Und ich glaube, wenn du das ganze Jahr, das mache ich nicht, ich habe einen monatlich kündbar, ich glaube, dann hast du einen Rabatt, logischerweise hast du einen Rabatt, den ich aber jetzt nicht weiß. Ich zahle halt 9,90 Euro im Monat. Wenn ich es nicht nutze, melde ich es wieder ab. Ja, jedenfalls habe ich das auch schon im Hinterkopf zu sagen, naja, wenn vielleicht mal so ein Ding 1.500, 2.000 Höhenmeter oder vielleicht auch mal den Rocket de los Muchachos einfach zu sagen, sich auch mal da hoch zu quälen, das ganze Ding. Und ich finde auch. Weil das ist für mich das, was mich da reizt, denn den Rest kann ich ja dann leicht mal drauf eingehen, was mich an Zwift reizt. Wollte ganz kurz, ich musste gerade, ich weiß nicht, was Zwift kostet, aber ich glaube 15 Euro, ist das richtig? Ja, auch monatlich kündbar. Finde ich auch nicht gerade, finde ich nicht ein super Schnäppchen. Nee, ist teuer. Es ist schon, ja. Also du kannst es natürlich im Sommer über pausieren, wenn es nicht nutzt, das ist dann okay. Andererseits, naja, ja, es ist schon teuer. Aber andererseits haben die natürlich laufend stabil, muss man sagen. Ja. Mit jetzt, glaube ich, der Peak war jetzt bei 49.000 ein paar Zerquetschen, die gleichzeitig gefahren sind. Das ist auch natürlich eine extreme Anbindung, die dahinter stehen muss. Also da stecken auch Kosten dahinter. Keine Ahnung. Aber ich finde auch, ich finde 10 Euro ist eigentlich der faire Preis. Egal, welchen Dienst man nutzt. 10 Euro finde ich okay, 15 finde ich schon eigentlich fünf zu viel. Das war aber damals schon, als sie es erhöht haben, fand ich schon doof. Ja, das ist, das Problem an diesen ganzen Sachen ist, dass man da leicht vergisst, etwas zu kündigen und man hat zu viele Abos, ja. So ein Netflix-Abo kann 8 Euro kosten und kann eben auch 15 Euro kosten, je nachdem, was man da abschließt. Und dann hast du Amazon oder nicht Amazon oder Prime oder nicht Prime, dann hast du iTunes und diese ganzen On-Demand-Dienste und dann von Software mal abzuschweigen, was Excel und Adobe und sowas alles im Monat geschenkt. Also am Ende des Tages, wenn man da nicht ein bisschen hinterher ist, auch was zu kündigen und wenn man es nicht nutzt, auch wirklich halt dann zu kündigen, dann leppern sich so monatliche laufende Kosten für so ein Klimbim an und dann hast du Internet und Telefon und so, dann sind ja 200, 300 Euro im Monat weg. Das muss ja auch alles verdient werden und das alles so wegzukaschieren, ach es sind ja nur 15 Euro, ja es wäre aber schöner, wenn es nur sechs wären. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, also es sind ja so grundsätzliche Themen, die sich jeder mal hinterfragen sollte und das ist ja auch vielleicht ein guter Punkt. Das Jahr hat frisch angefangen, da mal wieder aufzuräumen. Möchte ich denn noch ADAC-Mitglied sein oder nicht oder muss ich in dem Verein das wirklich noch machen oder möchte ich da absichtlich drin bleiben? Ihr bleibt bloß in den Sportvereinen drin, die haben sowieso zu kämpfen jetzt, weil keiner mehr Sport machen kann. Genau, da habe ich jetzt in der Zeitung gelesen, wie viele Abmeldungen es aktuell bei Schwimmvereinen zum Beispiel gibt und so, das ist ganz grausam. Ja, ja. Also da würde ich ja sagen, dann bleib doch lieber im Schwimmverein und sieh zu, ob du dann vielleicht woanders das Geld sparst, damit dieser Verein bestehen bleibt. Aber es gibt halt tausend Sachen, die man da mal, so ein Jahreswechsel ist ja auch mal ein guter Moment, darüber nachzudenken, was nutze ich eigentlich gar nicht, wo geht es wirklich nur über die Wupper, das Geld und wo ist es auch wirklich wichtig, dass ich vielleicht nur zahlendes Mitglied bin, hauptsache ich tue was für die Community oder für die Gemeinschaft an sich. Ja, jetzt kommen die Zwift-Fans an die Reihe. Entschuldigung. Am Ende werde ich nochmal, tatsächlich glaube ich, kann man ja auch so eine kleine Empfehlung geben, für wen, was das vielleicht das Richtige ist. Also ich bin nach wie vor Zwift-Fan. Ich finde verschiedene Sachen gut und auch immer unterschiedliche Sachen. Also ich fahre da gerne durch die Welt rum und finde das auch gut gemacht da und finde auch immer irgendwen, mit dem ich da dann vielleicht zusammenfahren kann, was auch immer. Es ist aber eigentlich sind so die Sachen, die mich jetzt am meisten reizen, sind tatsächlich diese Gruppenausfahrten mitzumachen, die ich manchmal einfach in meinem persönlichen Renntempo fahre, wo ich sage, es gibt verschiedene Arten von Gruppenfahrten, aber diese offenen Gruppenfahrten jetzt wie zum Beispiel Tour de Zwift ist schon so, dass da Platzierungen angegeben werden und man versucht da irgendwie schnell zu fahren und da habe ich mich auch schon ganz schön in den Lack gehauen, die letzten. Also ich bin jetzt drei Etappen gefahren und bin auch jedes Mal Vollgas mitgefahren und da bin ich auch ziemlich kaputt hinterher, ist aber kein langer Effort, ist dann maximal, ich glaube diese Bergetappe war jetzt etwas über eine Stunde, aber sonst sind das 45 Minuten, aber am Limit. Und bei mir ist es so, dass ich glaube, und das geht vielen so, jemand, der so ein bisschen Wettkampfcharakter sucht jetzt im Moment, für den ist das ein Anreiz, da mitzumachen und ich bin halt auch so ein Typ, ich brauche diesen Wettkampfcharakter, um halt überhaupt mal an so eine Grenze zu gehen. Sonst fahre ich halt einfach da rum und fahre den Berg hoch und fahre halt statt, also Wattzahl X, die ich fahren könnte, fahre ich halt nur 20, 30 Watt weniger, damit es nicht so weh tut. Und so habe ich halt die Chance, es ist ja auch so, wenn man draußen fährt und man hat einen gleich starken neben sich, dann battelt man sich so ein bisschen, das Gehen habe ich halt noch so ein bisschen. Und das kann dann… Dem spricht nichts dagegen, 100% nachvollziehbar. Ich weiß, dass du das Gehen in dem Sinne nicht mehr so hast. Es kommt darauf an, wer neben mir ist. Genau. Wenn du neben mir bist, dann vielleicht schon noch. Jedenfalls ist es so und da habe ich dann Spaß dran, wo ich dann einfach nochmal weiß, ich mache jetzt mehr, als ich sonst machen würde. Und das war tatsächlich die zweite Etappe von der Tour de Zwift, das ist eigentlich das beste Beispiel, ich fahre los, war schon auch vom Tennis und sonst wie so ein bisschen kaputt und habe ja auch drei Tage vorher diese andere Etappe gefahren oder war auch einen Tag draußen mit 80 Kilometern, die relativ anstrengend waren und gesagt, gut, fährst jetzt los und jetzt aufpassen, dass du nicht wieder zu viel machst. Es ist wieder schief gegangen, hast doch zu viel gemacht. Bin wirklich losgefahren, relativ, also natürlich fährst du, fahre ich das nicht ganz locker, aber so, dass ich gesagt habe, ich behalte mir noch ein bisschen Reserven, war dann irgendwo so auf 180. Platz und sonst wie und es hat fünf Minuten gedauert, wo ich gesagt habe, scheiße, jetzt fährst du mit da und so weiter und dann war das Ziel und dann habe ich gemerkt, okay, wir sind als Gruppe, haben wir dann die Gruppe vor uns eingeholt und so weiter und so weiter und das hat dann so einen Bock gebracht, dass ich am Ende dann im Zielsprint noch als 99. ins Ziel gekommen bin und mich gefreut habe, dass ich Top 100 geschafft habe, was auch sicherlich nur der 100. Platz ist und auch nur mich selber interessiert, also hat auch keins zu interessieren, aber es war so ein Anreiz, wo du gesagt hast, okay, du bist jetzt 105. da und sonst wie, dann versuch es nochmal. Und dann bin ich halt komplett kaputt von diesem Rad gestiegen und das ist aber auch gleichzeitig, so sehr es motivierender Faktor ist, es ist natürlich gleichzeitig auch eine Gefahr, dass man dann wirklich aufpassen muss, dass man dann wirklich danach einen Ruhetag einlegt oder was auch immer und sagt, okay, da kann man sich auch mal wirklich drei, vier Fahrten in den Lack schießen und dann musst du dich halt einfach mal vier Wochen regenerieren und machst dir dein ganzes, komplettes Training kaputt. Also es ist auch sicherlich mit Vorsicht zu genießen, aber für mich ist es so, dass ich da wirklich Anreize finde, da mitzufahren. Ich mache auch, das habe ich jetzt nicht so einen Bock drauf, jetzt finde ich dieses freie Fahren zu sagen, Tour de Zwift, jede Etappe und die auch möglichst ein bisschen ambitioniert mitfahren. Kann auch sein, dass ich mal eine locker mitfahren muss, weil es nicht geht. Also da bin ich schon intelligent genug zu wissen, okay, jetzt geht es wirklich nicht, mein Körper will nicht. Aber was halt auch cool ist und wo ich auch Freunde sehe, die dann diese strukturierten Trainingspläne da drin machen, wo du dann wirklich sagst, okay, fünf Minuten, was ich vorhin gesagt habe, fünf Minuten, was weiß ich, 200 Watt, dann 250 Watt nochmal drei Minuten und zwei Minuten, dann geht es hoch auf 300 Watt oder vielleicht auch mal ein Sprint. Da müsste ich natürlich fairerweise jetzt, ich habe ja nichts von Be Cool, aber das ist bei Be Cool auch machbar. Ja, kannst du auch machen, genau. Der entscheidende Vorteil, den ich noch bei Zwift sehe und wenn ich jetzt zum Beispiel und das ist tatsächlich was, was ich auch an meinen Kindern beobachte, ist dieses Belohnungssystem, dieses Computerspiel-Belohnungssystem. Meine Kinder sind auch schon auf Zwift mal gefahren und ich sehe ja auch andere Computerspiele und ich spiele auch selber Computerspiele, die meine Kinder spielen und habe mich da sogar ein bisschen anfixen lassen von meinem Kinder und spiele so ein Spiel auch mal mit. Und diese ganzen Online-Gaming-Belohnungssysteme funktionieren halt. Also die funktionieren bei mir. Ich weiß, dass das so ist, aber trotzdem ist es so, dass ich mal an so einem Computerspiel sitze und sage, okay, ich spiele jetzt nochmal eine halbe Stunde, um die und die Figur nochmal ein Level höher zu kriegen. Einfach diese Level, das kennt vielleicht auch jeder. Wir haben früher angefangen mit Tetris, hast du dich auch gefreut, ein Level höher zu kommen? Also es war schon ein Anreiz. Ich weiß nicht, ob du mal Computer gespielt hast oder komplett gar nicht. Ich war, Gott sei Dank, bin ich relativ immun dagegen, aber es hat schon Bock gebracht. Es gibt nur ein einziges Spiel, was ich computermäßig vielleicht über den gesunden Menschenverstand viel gespielt habe. Ich glaube, das hieß Galaga, wo diese Bienen immer runtergeflogen sind. Die Rakete konntest du nur nach rechts und links bewegen und die hat dann immer abgeschossen. Das kennst du auch. Ich glaube, es heißt Galaga. Weiß ich nicht. Den Namen kenne ich jedenfalls nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Und da gab es immer Stages. Und dann, ja, also genau, wie Level, ne? Und dann irgendwie, wenn du dann bei Stage 11 war, dann war gut. Ja, jedenfalls. Und das gibt es, glaube ich, auch noch tatsächlich als Handy-Ding. Ich glaube, es hieß Galaga. Aber das ist so, dieses Belohnungssystem funktioniert halt. Ja, aber muss ich, das ist ganz interessant, das geht, vielleicht täusche ich mich, vielleicht ist meine Selbstreflexion nicht gut genug, das geht ja komplett an mir vorbei. Ja, sei froh. Aber komplett. Also an mir nicht. Muss ich zugeben. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das geht komplett an mir vorbei, ob ich ein grünes oder ein schwarzes Trikot erreicht habe. Das ist für mich völlig total teneff. Das ist, ich sehe das immer, dass irgendwelche Leute so ein Tron-Bike dann haben wollen oder was? Ja, 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 genau. Oder dann sich dran arbeiten, dass sie endlich als Zwift fahren wollen und sagen, du, wenn die Firma das nicht will, dass ich das fahre, dann können die mich mal. Ja, aber ab Level 12 ging das nur. Jetzt geht es, glaube ich, ist es, glaube ich, frei. Ging eine Zeit lang nur ab Level 12. Damit ich ein leuchtendes Fahrrad wie dieses Tron-Bike oder was durch die Gegend fahre, das ist mir völlig wurscht. Ja, aber es funktioniert. Also es funktioniert und sicherlich bin ich ja noch ein reflektierender Mensch. Ganz, ganz kurz. Ich bin aber auch froh, dass ich da auch wirklich befreit bin. Dass ich da, das interessiert mich gar nicht. Es ist ja interessant, aber ich bin auch, 100 Prozent verstehe ich die Industrie und gerade weil mein Ältester hat jetzt so eine Xbox und so, das verstehe ich schon, dass das mit dem Belohnungsprinzip, das kapiere ich. Und den Trick, dass man auch relativ schnell irgendeine Belohnung kriegt, ohne wirklich herausragendes geleistet zu haben, den kenne ich auch. Ja, ja, der Witz ist ja, und das ist tatsächlich das Schlimme, und das beobachte ich auch bei diesen Computerspielen bei den Kids, Level 1, Level 2, Level 3 geht halt richtig schnell. Wenn ich jetzt von, jetzt bin ich bei Zwift auf Level 25 gekommen, wenn ich von 25 auf 26 muss ich halt, du musst jedes Mal ein paar Stunden mehr fahren um den nächsten Level. Also jeder Level wird schwieriger. Und wenn Level 50 dauert, dann zehnmal so lange wie Level 25 zu erreichen. Also es ist so, dass nach oben hin wird es immer schwieriger, Progress zu haben. Das ist wiederum, das ist übrigens, was ich an Computerspielen doof finde. Ich fände das cool, wenn das linear gehen würde, aber es ist wie so eine Art, irgendwie so eine Exponentialkurve, die dann nach oben geht. Du musst halt immer mehr, immer mehr, immer mehr spielen. Ich verstehe natürlich auch den Suchtfaktor dahinter. Die wollen die Leute halt zum Spielen animieren. Und Zwift arbeitet ja genauso. Bei Zwift kann man sich es noch schönreden, dass es ja eigentlich was Gesundes ist, jeden Tag Sport zu machen. Aber... Übertraining ist auch nicht gesund. Nee, das stimmt. Aber das ist so, es ist Anreiz. Ich kann damit umgehen, weil ich es erkenne. Jemand, der natürlich Kind ist oder so, der erkennt das gar nicht, dass die einen da versuchen, ein bisschen zu verduppen. Und dann kostet es ja auch noch Geld. Und mit Geld kannst du dann schneller Progress erzielen und so weiter. Das wird dann schwierig. Das kannst du bei Zwift Gott sei Dank nicht dir nochmal irgendwie ein schnelleres Fahrrad kaufen. Na doch kannst du, über die Schweißpunkte kannst du. Aber du kannst nicht für Geld ein schnelleres Fahrrad kaufen. Das wäre ja noch das Nächste, dass du sozusagen nochmal für 50 Euro ein schnelleres Rad kaufen kannst, um Vorteile im Rennen zu kriegen. Das machen sie zum Glück nicht. Das wäre aber bei Computerspielen wieder so, die machen sowas. Na klar. Aber das ist trotzdem so, dass mich das reizt. Und ich würde ja sogar zugeben, zu sagen, naja, ich würde ja versuchen, wenn ich jetzt Be Cool fahren würde, würde ich ja Zwift parallel laufen lassen, damit ich die Experience Punkte und diese Höhenmeter vielleicht noch für das Tron Bike irgendwann kriege. Würde ich beides laufen lassen. Und Zwift natürlich nur hochladen und Be Cool einfach nur als Plattform nehmen. Das war ein schöner Podcast. Unser letzter Podcast, den ich mit Herrn Quendler aufgenommen habe. Er ist in meinem Ansehen gesunken. Manche Leute, manche Leute, also würde ich auch nicht als Schummeln empfinden, weil ich sitze hier auf der Rolle. Leute, manche Leute fahren, habe ich schon Tricks gelesen, die fahren draußen, die fahren draußen Rennrad und lassen Zwift über dem Powermeter gekoppelt mitlaufen. Gut, was haben wir jetzt noch für ein Thema? Das ist ja absurd. Interessant, oder? Nee. Also interessant, dass Leute das machen. Also interessant, dass Leute das machen, aber gehört in diese Kategorie Leute, wo ich auch mit einem Baseballschläger vor den Kopf hauen würde. Naja, das ist ja so wie der eine, der die UCI-WM gewonnen hatte, der hat, um das Tron Bike zu kriegen, hat der so ein Gerät laufen lassen, so ein ANT Plus Gerät, um permanent auf Zwift zu fahren, immer halb zu Zwift hoch und runter, um dieses Tron Bike zu kriegen und der hat dann seinen WM-Titel aberkannt gekriegt. Also es gibt da wirklich Cheating. Das ist tatsächlich auch ein Nachteil an Zwift generell. Es wird halt gecheatet. Also wenn du da wirklich in der Upper Class irgendwas gewinnen willst, ist es, also so ganz ernst darf man die Platzierung da auch nicht nehmen. Ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das Fazit würde ich jetzt einfach sagen, be cool versus Zwift. Ich glaube, beides hat die Existenzberechtigung. Wenn du wirklich wettkampfmäßig orientiert bist, wenn du auch jemand bist, der vielleicht bei Strava die Segmente jagt, dann ist natürlich Zwift der Platz, wo du gut aufgehoben bist, denke ich. Ja, und ich bin auch völlig bei dir, wenn man sagt, da bin ich auch wirklich bei dir, wenn du weißt, du fährst in so einem Zwift-Rennen, das kann ich mir, also jetzt klingt ja immer das blöd, wenn ich jetzt sage, 20, 30 Jahre die Uhr zurückdrehen, dann wäre ich da sicherlich genau so wie du, voll am Brennen. Ich sage schon die Wahrheit, das wäre wahrscheinlich auch völlig infiziert. Das ist aber jetzt nicht mehr so. Und wie gesagt, ich finde das ganz toll, wenn ich einfach jetzt eine Urlaubsstrecke bei Be Cool reinlade und sage, ach Mensch, bin ich letztes Jahr gefahren. Das ist wie, wenn ich einen Roman lese, ich gucke ja nicht den Film, sondern ich lese einen Roman und da passiert ja was in dir, dass du dir Sachen vorstellst. Und das finde ich bei Be Cool auch gut, wenn man kein Video läuft, dass ich halt weiß, ach ja, da weißt du noch in der Kurve oder da und da hatten wir Orangensaft getrunken. Das kann gerne jeder belächeln, aber für mich ist es schon fast romantisch. Ja gut, Fantasie. Fantasie, genau. Nicht romantisch, das finde ich spannend und mir macht das Spaß und ich komme damit gut klar. Und dann kann ich dir zum Beispiel jetzt, das ist jetzt und dann ist es glaube ich auch gut, für diese vier, fünf Stunden Fahrt, die letzte Stunde, wo wir praktisch dann an den Observatorien sind und auf 2004, die ganze letzte Stunde habe ich Laptop runtergeklappt und habe mich nur auf die Kurven konzentriert. Die auf dem iPad dann mitliefen? Auf dem iPad mitliefen. Einfach nur eine Stunde lang und dann eben nicht Tatort geguckt oder Musik gehört und dann habe ich gesagt, ach das genießt du jetzt nochmal und dann lässt du deine, naja, so ein bisschen die Gedanken schweifen und das ist ja völlig fernab von, ich bin jetzt im Wettkampfmodus mit A oder B, der fährt gerade vorbei. Du bist ja auch locker hochgefahren, du bist jetzt ja nicht am Limit da hochgefahren. Also ich bin fünf Stunden 160 Watt gefahren, das ist für mich trotzdem eine Belastung. Ja, ja, dass man da nicht absteigt und sagt, ich habe nichts getan, ist klar, aber du bist jetzt nicht irgendwie mit Puls 160 da hochgefahren. Nee, das nicht, aber das ist auch eine sehr gute Sache, du hast halt kontinuierlichen Widerstand, du hast halt fünf Stunden 160, 170 Watt auf der Uhr und hast halt nicht mal 50 Watt. Das ist gut für mich. Ja, es gibt ja keine Bergabpassage in dem Sinne. Es gibt keine Bergabpassage. Ja, eine kleine nur, so wie es gerade ausgeht, ne, aber. Nehmen wir dann mal nicht den Berg, aber nehmen wir jetzt zum Beispiel, vielleicht fahre ich das heute Abend, dann haben die Leute was zu gucken, dann nehme ich das mal vor, dann sage ich das jetzt, dass ich das heute Abend mache. Der Podcast kommt morgen raus, am Donnerstag, könnt ihr in meinem Strafa-Profil gucken, dass ich dann heute Abend mal Alp-Duez fahre. Da brauche ich in der Regel irgendwie anderthalb Stunden wahrscheinlich hoch. Das ist dann kontinuierlich berghoch. Und dann nehme ich mir jetzt vor, und das ist das Schöne, und das macht mir auch wirklich Spaß. Ich fahre Alp-Duez mit 180 Watt Minimum hoch. So, und dann kann ich ja nachher gucken, ich gucke dann wirklich in meiner Auswertung nach, und das ist auch immer das Schöne an der Sache, habe ich dann 180 Watt im Durchschnitt getreten, das heißt, ich muss dauerhaft über 180 Watt treten. Kannst du theoretisch, wie cool, auch sagen, locke den Trainer auf 180, aber hast natürlich keinen Bock drauf, weil die Simulation dann fehlt, ne? Genau, das ist Ergo-Motor, Ergo-Meter-Motor, klar. Aber was hochinteressant ist, ich habe ja jetzt hier von meinem Belohnungssystem, worauf ich reingefallen bin, und auch diese Nummer, ja, ich falle darauf rein, dass da echte Menschen fahren, die aber trotzdem ja keine echten Menschen sind, sondern nur Figuren. Am Ende ist ja bei uns beiden psychisch irgendwo ein Rädchen geschraubt worden, warum wir das cool finden, obwohl es eigentlich totaler Quatsch ist. Wir könnten ja auch einfach im Dunkeln im Zimmer sitzen und auf dem Rad fahren. Also es ist ja beide, wir haben beide einen Anreiz, zu sagen, wir sitzen mal in deinem Fall bis zu vier Stunden auf dem Rad, ich sitze halt zwei Stunden auf dem Rad. Das mache ich ja nicht ständig, das war jetzt mal ein Ausrutscher. Ja, ja, aber ich habe halt den Anreiz zu sagen, ja, meistens macht man ja eine Stunde, anderthalb Stunden, mehr macht man ja oft nicht. Man hat einen Anreiz, anderthalb Stunden auf der Rolle zu sitzen, was früher in dem Sinne so nicht ging, ohne dass man so ein Bildschirm vor der Nase hatte. Irgendwo, bei dir ist es die Fantasie, der GPX-File, du machst dir Gedanken, vielleicht noch ein Fernsehfilm nebenbei, das mache ich natürlich auch ganz oft, dass ich Fernsehen nebenbei laufen lasse. Ja, oder das Video, Live-Video. Ja, und bei mir ist es halt so, ah, ich freue mich, dass da andere Leute fahren, ich fühle mich nicht so alleine in meinem Keller, obwohl ich alleine bin. Beide haben so ein bisschen Kopfverarsche, die einem hilft, überhaupt zu trainieren. Das ist aber das Kompliment an der Weiterentwicklung der technischen Möglichkeiten. Ja. Ja, also natürlich 30 Jahre zuvor langweiliges Rollentraining, das war wirklich extremst langweilig. Ja. Nicht, also, und du hattest nicht einen Flatscreen-Fernseher, den du da vorhängen konntest oder einen Beamer oder ein iPad oder sowas, das gab es ja alles gar nicht und du willst dir da deinen Röhrenfernseher in den Keller schleppen. Das heißt, natürlich ist das Annehmlichkeiten an technischem Fortschritt jetzt mitzunehmen und das ist es dann einfach. Natürlich ist es geil, dass ich jetzt gerade das Video sehe, wie ich Col de Turmer Leder hochfahre oder Col de la Madeleine oder Alpe d'Huez. Natürlich ist das super. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele unserer Hörer, ich glaube, 90, 95 Prozent sind sowieso auf Zwift, nutzen vielleicht ab und zu mal was anderes. Ich werde hier übrigens immer runtergemacht, nur weil ich Zwift nicht mag. Ich kann mir aber vorstellen, dass diese BeCool-Geschichte, zu sagen, ich lade da mal einen GPX-Fall rein, dass das doch jetzt viele Leute dazu bringt, das mal auszuprobieren. Also schreibt mal in die Kommentare, ob der eine oder andere sagt, das probiere ich mal aus, das ist ja eine coole Idee, weil das ist so öffentlich nicht bekannt, dass BeCool überhaupt diese Funktion bietet. Das ist jetzt, BeCool nutzt sowieso kaum einer, wenn dann, also ich glaube, das ist überhaupt nicht populär, der Dienst in Deutschland. Und ich glaube, dass das eine Funktion ist, wo jetzt viele sagen, ach Mensch, die hätte ich auch gerne. Ja, dann verlinkst du jetzt zwei Sachen. Du verlinkst einmal ein Video, das ist dann das Alpe d'Huez-Video, was ich heute Abend fahre, dann können die Leute mal Alpe d'Huez fahren. Wie kann ich denn das verlinken? Na, weiß ich auch nicht. Du kannst doch nicht die Strecken von BeCool, kann man doch nicht verlinken, oder? Dann machst du einen Strava-Link. Und dann, das ist halt... Naja, die Strava-Leute sollen einfach dir bei Strava folgen. Und dann sieht man ein Video, das ist dann Alpe d'Huez, was als Video zur Verfügung steht, was man hochfährt. Und dann kann man bei Strava die Fahrt sehen, wann bin ich das gefahren? Am Sonntag bin ich das gefahren. Dann kann man einen GPX-Track auf den Col... Col, sag ich schon, Rock de los Muchachos auf La Palma sehen. Das ist dieser 40 Kilometer-Belg. Den kann man ja aus deinem Account einfach raut. Den kann man aus meinem Account einfach nachfahren. Hab da was zu tun, den hochzufahren. Ja. Da müsste man jetzt eigentlich mal gucken, ob einen... Was ist denn der höchste Anstieg, den Leute so fahren? 3.000, 4.000 Höhenmeter am Stück? Könnte ich dir nicht sagen. Müsste man sich eigentlich bei Strava mal suchen und sich mal so ein Ding vornehmen. Ich weiß, dass Maui hat 3.000. Ja. Auf Maui gibt es so ein Ding von Null mehr. Ich glaube, Maui, Hawaii-Insel geht auf 3.000 Meter. Da hast du 3.000. Also Rock de los Muchacho ist schon ganz weit vorne mit 2.400 am Stück. Das ist schon weit, weit vorne. Na gut. Noch mehr Spaß macht es dann natürlich im echten Leben hochzufahren. Natürlich, genau. Aber jetzt, wo das Wetter schlecht ist, ja. Na, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere da zu Be Cool sich das mal angucken wird jetzt. Ja, jetzt muss ich mal sehen, dass ich da vielleicht nochmal so ein Erklärbär-Video mache. Denn eins ist auch ganz klar, das ist ein großer Nachteil von den Spaniern. Sie sind nicht so perfekt mit der Übersetzung von der Software. Auch wenn sie, also da sind schon so ein paar kleine Haken drin, wo man drüber lächeln muss, dass sie es nicht in deutscher Sprache perfekt übersetzt haben. Das muss man schon auch noch sagen. Ja, das letzte Mal Be Cool war bei mir, zwei, drei Jahre her war ich da mal drin in der Software. Hat sich da denn einiges getan? Ja. Na, werde ich auch mal ausprobieren. Wie gesagt, ich lasse dann Zwift dann trotzdem parallel laufen. Ist ja egal, also welches der beiden. Vielleicht auch nicht, mal gucken. Gehen wir mal weiter zu unseren Video-Striver-Geschichten. Letzte Sache, letzte Sache. Was ich wirklich gerne probieren würde ist, und das musst du aber machen, weil ich einfach zu blöde bin, das endlich zu machen. Wenn wir mal eine Uhrzeit verabreden, ein Group Ride Enjoy Your Bike bei Zwift zu initiieren, dann bin ich dabei, verspreche ich dir. Geht nicht. Hä? Zumindest habe ich irgendwie, habe ich Zwift mal angemeldet, ob irgendwas geht, nie eine Antwort bekommen. Falls Zwift dir zuhört, gerne mal bei mir melden oder falls ihr jemanden bei Zwift kennt. Du kannst, wenn man jetzt sagt, man kann ja diese Gruppen, diese Freunde mit seinen Freunden fahren, dann muss ich aber jeden einzelnen Freunden, die ihn bei Zwift suchen und zu dieser Fahrt einladen. Dann kann ich ein Group Ride mit dir machen, mit Ole oder sonst wie, mit Leuten, die ich kenne. Kann man denn nicht sagen, damit ich das noch einmal verschusselt, verstanden habe, Freitag Abend um 22 Uhr oder um 21 Uhr gibt es den Enjoy Your Bike Group Ride. Unsere Community kann sich dem Group Ride anschließen. Nee, nicht so einfach. Also man könnte, theoretisch könnte man sich verabreden und sagen, Ingo und Dan fahren die und die Strecke am so und so vielten dann und dann los und jeder, der Bock hat, fährt auch zur gleichen Zeit da los. Dann stehen wir da am Straßenrand, aber um uns rum, lauter andere Radfahrer und sonst wie. Nee, die will ich ja nicht. Genau, das kriegst du nicht hin. Ich will auf gar keinen Fall 5000 Leute da haben. Und so ein Group Ride, den muss Zwift irgendwie initiieren oder muss bei Zwift irgendwie da reinkommen und ich habe jetzt noch nicht den passenden Kontakt gefunden, mit dem ich das besprechen könnte. Okay, aber das würde mir tatsächlich gefallen, weil dann wüsste ich, ich habe, naja, unsere Zuhörer, Zuschauer und Freunde des Hauses und meinen eigenen Freundeskreis und eben nicht. Das könnte man machen, das könnte man auch mit dieser Gummiband-Funktion machen, dass alle beieinander bleiben, dass nur wir als Gruppe zu sehen sind. Das bräuchten wir jetzt nicht mit Gummiband, dann sind halt, wie im echten Leben auch, du fährst eine RDF und dann bist du halt mit 20 Leuten, mit denen du halt das Tempo fährst und zehnfach schneller. Aber es ist nicht so. Also, das würde mir tatsächlich gefallen und das, glaube ich, wäre etwas, wo ich mich mit als Freundin bin. Aber es fehlt mir der Kontakt, weil die Funktion, die es gibt, mit Freunden zu fahren und da kann man auch keine anderen Fahrer sehen und so weiter, da musst du halt jeden Freund per Hand einladen und das ist was, was wir natürlich nicht leisten können, wenn dann sich 200 Leute melden, dann musst du die erstmal alle bei Zwift finden, dazu klicken, sehe ich nicht, wie man das hinkriegen soll. Weil das wäre ja auch eine Motivation, das hatte ich, glaube ich, aber auch schon mal als Mensch geäußert. Wenn man sagt, pass auf, da ist ein fester Zeitpunkt oder mittwochs abends um 21 Uhr, dass man sagt, ach, ich weiß, da sind auch ein paar meiner Zuhörer dabei und ein paar meiner Freunde dabei, dann ist es nicht, das ist halt noch cooler. Ja, dann macht es natürlich noch mehr Spaß und ist natürlich psychisch noch interessanter, wenn man weiß, man kennt die Leute wenigstens oder es sind Leute, die was mit einem zu tun haben. Also ich habe da einen angeschrieben, der, den ich mal kannte, der hier in Deutschland zuständig war, der arbeitet leider nicht mehr bei Zwift. Ich habe dann den Nachfolger irgendwie gegoogelt und versucht anzuschreiben, habe aber nie eine Antwort bekommen und ich glaube, so ganz einfach ist das auch nicht. Wahrscheinlich wollen die dann auch noch Geld dafür haben, dass man da, keine Ahnung, das ist aber, das muss ich jetzt mal sehen. Alles klar. Vielleicht ergibt sich das. Okay. Gut, dann können wir eigentlich Be Cool vs. Zwift als Hauptthema für die Sendung nehmen, ne, so im Nachhinein, dann lassen wir mal, ich glaube, das dauert länger als unser Technik-Talk. Mann, wir haben ja aber noch richtig viel hier auf dem Notizzettel stehen. Das sind nur zwei DIN-A4-Blätter, letztes Mal waren es vier. Das ist Quatsch, Mensch. Also, dann geht es mal zum Thema, zu den Videos, die wir gemacht haben oder in Planung haben. Ja, ein kleiner Ausblick. Würde ich jetzt als erstes kurz nochmal über das IKA-Mind-Video sprechen, also über dein Open Mind mit der IKA-Gruppe. Da haben wir einen kleinen Talk hier gedreht, wo wir wirklich, ja, weil das Wichtige an dem Video ist eigentlich mal zu erzählen, wie schlägt sich die Gruppe, wenn man die mal wirklich lange gefahren ist. Genau, als die auf den Markt gekommen ist, hat Ingo ja nur zwei Tage die Gruppe mal so ein bisschen bewegt für Videoproduktionen und ich bin sie jetzt etwas länger gefahren und dann habe ich halt gedacht, okay, die letztendlich 600 Kilometer, die ich mit der Gruppe hatte, wie ist es mir ergangen, mit einer Gruppe zu fahren? Ich bin rennradmäßig noch keine Gruppe One-Bike gefahren, nur Gravel und Mountainbike und dafür gibt es einen Erfahrungsbericht und der kommt jetzt am folgenden Sonntag. Genau. Und da geht es auch darum, wie schlägt sich die Gruppe in der Entfaltung, kann ich schnell genug da fahren, kann ich den Berg schnell genug, leicht genug hochkommen und all diese ganzen Sachen. Und weil das Video kommt, was ziemlich umfangreich ist, ist das jetzt nur eine Ankündigung in diesem Podcast, das kommt am Sonntag. Stimmt, dann können wir jetzt, gehen wir da auf das Thema selber gar nicht mehr ein, was wir da im Video zeigen, damit wir nicht spoilern, ne? Wenn wir ein bisschen Spannungsbogen aufbauen, dann hören die Leute aber unseren langen Podcast sowieso erst nachdem sie das Video geguckt haben, im schlimmsten Fall, kann ja auch passieren. Habt ihr es schon gesehen, aber es ist… Ich glaube, es ist viel Gehirnschmalz auch im Vergleich zu Entfaltungen für 2x12 und 2x11-Fachschaltungen. Genau, du hast mal genau ausgerechnet, wir haben das genau ausgerechnet, wie weit man, wie Meter weit man mit welcher Übersetzung kommt und mit der 1x13 verglichen, mit 2x11, 2x12, was so das Übliche, eher die Kompaktscheidung verglichen. Natürlich. Jetzt um dem Video vorgreifen, du hättest die Ica, aber auch, die war auch kompakt ausgelegt, du hättest sie noch sportlicher auslegen können, oder? Klar, klar. Mit größerem Kettenblatt und hinteren, engeren Ritzelpaket, glaube ich, ne? Nicht viel, ein bisschen. Ein bisschen, okay. Okay, die Ica kann man, das ist ja ganz interessant, weil viel, weil selbst die SRAM 12-fach ist ja relativ eingeschränkt mit den 10 bis 50 oder 10 bis 52. Die Ica hat ja relativ verschiedene. Sie hat drei Ritzelpakete. Drei Ritzelpakete, ne? Sie hat zwei Ritzelpakete, die mit einem 9er Ritzel anfangen, ein Ritzelpaket, was mit einem 10er Ritzel anfängt und du kannst halt, ich glaube, die zwei wichtigsten Ritzelpakete sind 9 bis 42 Zähne oder 10 bis 44 Zähne und vorne kannst du von 38 bis 44 Zähne wählen. Und ich bin 42 9 im schnellsten Gang gefahren und hätte noch zwei Zähne mehr draufpacken können, hätte noch ein 44er Kettenblatt nehmen können. Okay. Dann hätte man 44 9 gehabt. Wenn es dir um Schnelligkeit geht, aber dadurch, wenn es nicht um Schnelligkeit geht, wäre wahrscheinlich die 1044 auch keine blöde Variante gewesen, zu fahren, um bergauf noch mehr Reserven zu haben, wenn es steiler wird. Genau. Aber du könntest natürlich, so ist ja der Witz an der Sache, du musst ja nicht ein 42er Kettenblatt machen, du kannst ja trotzdem die 9 42 lassen und machst dann statt ein 42er Kettenblatt ein 40er Kettenblatt. Ja, ja. Also das kann ja jeder selber jonglieren und dann hat er natürlich eine etwas leichtere Kassette und optisch etwas noch kleiner aussehende Kassette. Das ist ja Geschmackssache. Genau, weil das ist genau der Punkt, den wir im Video gar nicht mehr angesprochen haben. Wir gehen jetzt im Video nur auf deine Übersetzung ein und meine kompakte Übersetzung, die ich am Main fahre und auch deine kompakte Übersetzung, die du sonst fährst. Das heißt, wir sind jetzt nicht darauf eingegangen, was wäre noch alles möglich. Genau, das ist auch ganz wichtig, aber das kommt in dem Video auch ganz klar. Wir reden darüber, welche Übersetzung fährt denn an der Ultegra, welche Übersetzung fährt Ingo an der SRAM Access und wie schlägt sich das in dem Vergleich zu der ECA-Gruppe, wie ich sie mir aufgebaut habe? Gut, dann ein weiteres Video in Planung wäre das eins, was schiebe ich jetzt nochmal zwischen, damit wir nachher einen besseren Übergang haben. Ich plane jetzt das Konzept-2-Rudergerät mal zu drehen. Das wären wahrscheinlich zwei Videos. Einmal Konzept-2, wie ich das Ganze mit der Chorus-Uhr benutze, wie man das paert und so weiter und wie das funktioniert. Ja, Rudern ist auch ein neues Thema für Ingo und für Daniel. Ja, und wir haben jetzt so oft hier über die Rudergeräte gesprochen, dass immer mal wieder ein Video kommt, wann kommt mal ein Video von dir über dein Konzept-2-Rudergerät und so weiter. Und ich glaube, da kann ich auch zumindest auch technisch einiges zu sagen. Wie kriegt man die Rudereinheiten zu Strava? Zeige das Gerät vielleicht mal ein bisschen in die Kamera und warum ich das gekauft habe nochmal. Das habe ich im Plan. Vielleicht auch mal über mein Laufband. Ich habe das MyRun-Laufband, was ja auch mit Zwift zu verbinden geht, was ganz cool ist. Ist vielleicht auch mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken, so wie das Segeln. einfach Sachen zeigen und ich kriege mit, dass auch durch unsere Podcasts oder auch im Bekanntenkreis, weiß gar nicht, ob die jetzt durch uns da auch angeregt sind, also durch Gespräche oder so weiter, die jetzt, also es gehen mehr und mehr Rudergeräte bei den Leuten zu Hause rein. Und die sind natürlich auch momentan kaum zu kriegen wegen Corona. Alles, was Fitnessgeräte angeht, ist natürlich schwer zu kriegen. Aber es scheint so ein kleiner Trend zu sein, dass so ein Rudergerät eigentlich kein doofes Gerät ist. Und du nutzt es ja, glaube ich, auch. Genau, ich nutze es sogar sehr häufig, aber ich lade das nicht alles mehr zu Strava hoch, weil ich es auch nicht peinlich finde, sondern ich mache ganz oft nur so ganz kleine Einheiten von 10, 15 Minuten und dann schenke ich es mir, das hochzuladen. Bin da nicht, bin da nicht in der Datensammel, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich da mal eine härtere Einheit mache und die möchte ich gerne mal protokolliert wissen, eher für mich selber. Jetzt würde ich mal sagen, ich rudere da mal eine harte Stunde oder sowas. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das mal dann hochlade. Das mache ich aktuell aber nicht. Ich nutze das gerade, wo du das sagst, indoor-mäßig mal für kurze Zeit und das finde ich auch wirklich gut. Ja, ist bei mir auch ganz oft der Unterschied. So 10 Minuten rudern ist gar nicht doof. 10 Minuten, Viertelstunde, um warm zu werden. Danach mache ich manchmal dann diese Stabi-Übungen, die wir letzte Woche in der letzten Folge propagiert haben und sowas einfach, um warm zu sein. Und es ist auch wirklich, ja, ich habe auch immer noch Schwierigkeiten, die Lust aufzubringen, da eine halbe Stunde drauf zu sitzen. Also da ist es schon so, halbe Stunde war das Längste bisher. Was wir, der Podcast wird viel zu lang schon wieder, ich ahne es. Aber was ich noch sagen will ist, ich bin ja auch total begeistert von dem Atlantikrudern, also wo die Leute halt von Gran Canaria in die Karibik rüber rudern, nach Antigua. Das findet ja auch jedes Jahr statt und es ist gerade, die ersten drei Teams sind ins Ziel gekommen, wo wir gerade bei Challenges reden und das will ich hier nur nicht wieder aufwärmen, weil ich das schon mal letztes Jahr erwähnt habe, da war es auch ein Pick von mir. Da war ja auch ein deutsches Frauenteam am Start, ein Viererteam und auch Lance Armstrong hat in einem Podcast jetzt tatsächlich das amerikanische Team vorgestellt und wenn Lance Armstrong was vorstellt und es ist ein amerikanisches Team, das sind immer die allen Superüberflieger und das sind immer die Tollsten, das ist ja ganz klar, das ist das gehen. Dieses Jahr ganz, ganz krass, die Sieger, ein Zweierteam, overall. Über den Vierer noch? Über den Vierer. Das erste ist ein niederländisches Zweierteam, was in 32 Tagen über den Atlantik gerudert ist, dann gab es ein britisches Viererteam und dann kam das von Lance Armstrong gefeaturedte amerikanische Viererteam. Aber ein Zweierteam hat in 32 Tagen das ganze Ding gewonnen. Ja, weil die leichter waren im Boot, ne? Aber trotzdem musst du überlegen, ein Viererteam, da sind ja immer zwei Leute am Rudern und zwei Leute pennen. Beim Viererteam ist das so. Und beim Zweierteam, da muss ja echt Druck auf der Leitung sein. Also Respekt, Respekt, Respekt. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, okay. Gut, und dann hast du jetzt, deswegen steht das Rad hier hinten auch, mit den tollen Aufbauten, die kommen in deinen Pics nochmal vor, ne? Die kommen in meinen Pics nochmal vor, ja. Das Garmin Varia, hast du jetzt nochmal ein Video zu gemacht, was ich eigentlich auch die ganze Zeit auf dem Schirm hatte, endlich mal ein Garmin Varia Video zu machen, hast du jetzt endlich gemacht. Genau, und ja, ich bin von dem Garmin Varia, also es ist ein Rücklicht und ein Radarsensor, der dir sagt, wann überholen dich Autos und sind überhaupt Autos vor, dir musst du aufpassen. Und das, ja, habe ich tatsächlich durch die Festiv 500 lieben gelernt, alle um mich drum rum, die dieses Radar Varia. Wir erzählen ihm ja auch erst seit zwei Jahren, dass es das Garmin Varia total cool ist. Wir hatten ja auch einen Podcast-Gast in Amerika, mit dem wir telefoniert haben, der gesagt hat, das Wichtigste, was er benutzt hat, war das Garmin Varia Radar. Und Dan hat jetzt endlich Ende des Jahres gesagt, ach, dann probiere ich das vielleicht auch mal aus. Dazu kommt es dann ja gleich, ist vielleicht eine schöne Überleitung. Ist das Knallerteil. Ich bin aber dann auch so fair und sage, Mann, habe ich das unterschätzt, wie geil das ist. Tja. Der Knaller. Also eins kann ich euch sagen, wenn ich nachts Rad fahre und alleine auf der Landstraße unterwegs bin und wo ich fahre, das Teil kommt nicht mehr ab. Tagsüber schon nicht mehr. Ja, tagsüber ist nicht ganz so kritisch. Nachts finde ich das ganz, ganz wichtig. Tagsüber auf der Landstraße auf wenig befahrenen Fahrern finde ich es noch viel besser, weil du nicht das Heranrauschen. Nachts hast du ja wenigstens noch das Scheinwerferlicht, was dich warnt. Also es ist eine Sache, vielleicht kommt es jetzt daher, weil ich es vorwiegend nachts genutzt habe. Ja, ja, du warst es tagsüber noch gar nicht vielleicht so aufgefahren. Und es ist ein super Teil und deswegen gibt es ein Video von mir darüber, auch wenn Ingo es noch nicht gemacht hat. Knallermäßig. Also da will ich jetzt auch nicht so viel in diesem Podcast drüber reden. Ich kann euch nur sagen, ja, hätte ich, also war total unterschätzt von mir. Also sicherlich, das unterschätzt ein Teil. Wenn du das erstmal im Einsatz hast und bei mir passiert es manchmal, dass ich tagsüber fahre und ich vergesse es ranzuschrauben. Und dann fährst du los und bist auf der Landstraße und denkst, oh, also fühle ich mich richtig nackt, wo ich sage, oh, nervt ja, jetzt muss ich immer aufpassen, ob von hinten einer kommt oder nicht. Das finde ich sehr befremdlich bei mir, weil ich eigentlich auch so ein Freund bin. Ich kann wunderbar ohne Wattmesser fahren. Ich kann wunderbar auch ohne Tacho fahren. Ich kann auch wunderbar ohne Pulsmesser fahren und all diese ganzen Sachen und einfach mich hingeben, dass ich Fahrrad fahre und die Natur genieße und mir dann selber einzugestehen, scheiße, auf diese Radarfunktion will ich jetzt nicht verzichten. Ja, es ging natürlich, also ich habe das ja auch in meinem Wintervideo, ich habe ein schönes Video über meine Winterkleidung und ähnliches gemacht, kann ich hier vielleicht auch nochmal erzählen, wo ich tatsächlich auch über die festive 500 erzählt habe, was ich tatsächlich an Kleidung anhatte. Welche Handschuhe, welche Socken beheizt und so weiter. Und da haben sich auch viele, viele schon bedankt, gesagt, Mensch, das mit den Socken war ja wirklich ein super Tipp. Also es scheint auch anderen gut zu helfen. Und da hatte ich das Ware ja auch nochmal angesprochen. Und dann kommen natürlich auch immer gerne mal in Kommentaren, naja, ich habe mir für 10 Euro so einen Rückspiegel gekauft. Geht auch? Klar geht der auch. Also will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Also ist aber was, wo ich natürlich aktiv hingucken muss. Das heißt, wenn ich jetzt in der Landschaft rumgucke, werde ich halt nicht akustisch gewarnt, sondern muss ich gucken. Und finde ich auch gut, hatte ich früher auch schon an meinen Rädern und kostet natürlich ein Zwanzigstel. Na, roundabout. Und ganz viele hier auch sagen ja, so ein Quatsch, ich kann noch einen Schulterblick machen und so weiter. Aber der Punkt, den das Ware ja so wertvoll macht, ist erstens ja das akustische Feedback, wenn du es haben möchtest. Und es sind nicht die viel befahrenen Straßen, wo ich sowieso einen Spiegel und sowieso einen Schulterblick machen würde, sondern es sind die wenig befahrenen Straßen. Ich bin irgendwo da bei mir hinten raus oder nach Wolfsburg, hatte ich jetzt auch wieder so ganz schöne Strecken. Und es kann auch ein blöder Feldweg sein, wo du kein Auto erwartest. Und dann fährst du in der Mitte des Feldweges, du weißt aber, wenn das Auto kommt. Oder ich fahre mit meinem Kumpel irgendwie eine schöne Rennradtour auf einer Landstraße, die jetzt zu Corona-Zeiten vielleicht weniger befahren ist als sonst. Ganz stressbefreit nebeneinander. Fahren wir schön nebeneinander. Und wenn es piept, dann fahren wir halt hintereinander, lassen das Auto vorbei und fahren wieder nebeneinander. Das sind alles Dinge, die vorher so nicht möglich sind. Wo du andauernd am Gucken warst, kommt jetzt einer und am Hören warst und so weiter. Du willst ja die Autofahrer auch nicht nerven. Und das sind so für mich diese Killer-Argumente, wo ich einfach dann nicht mehr ohne will. Das ist schon echt cool. Davon kommt ein Video. Sicherlich dann wahrscheinlich übernächsten Sonntag. Aber da freue ich mich auch drauf, weil mich auch das Gerät so gefreut hat. Ja, das ist jetzt so der Plan, was die Videos angeht. Über Chorus wollte ich noch was drehen. Da gibt es auch einige Funktionen, die jetzt neu kommen und so weiter. Und ja, das so viel dazu. Dann ist das eigentlich die perfekte Überleitung, über unsere festive 500 nochmal zu sprechen. Ja, wollen wir eigentlich diesen ganzen Teil in den nächsten Podcast mit reinnehmen? Weil nur so als Idee. Ich habe am Anfang des Podcasts einen Ausblick auf diese Sendung gemacht und habe gesagt, wir sprechen mal über die ganze, in die Glaskugel, was so an Technik in 2021 kommt. Ich glaube, das müssen wir in den nächsten reinnehmen. Wir gucken mal. Aber über die Festiv würde ich doch gerne mit dir plauschen. Also wenn wir jetzt dann noch den Smalltalk machen, über die Festiv würde ich ja gerne plauschen. Ja, da müssen wir drüber sprechen. Weil die hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, also bei mir, was ich ja vorhin schon kurz erwähnt habe, hat es ja den Spaß zum Rennradfahren im Winter auf einmal irgendwie entfaltet. Weil wir ja sonst viel im Dicestyle, in meinem Schlamm und sonst wie gefahren. Und ich fand das mal richtig gut, wieder Rennrad zu fahren. Und deswegen habe ich ja auch dieses Video gemacht mit meiner Kleidung und so weiter. Weil ich auf einmal, weil ich ja auch irgendwie seit letztem Jahr so mit meinem Setup, so wie ich unterwegs bin, auch super zufrieden bin, dass ich sagen kann, ich kann auch drei, vier Stunden einfach im Wind stehen. Bei Kälte minus drei Grad und trotzdem ist es schön und ich bin nicht komplett ein Eisklotz, wenn ich nach Hause komme. Weil du immer vergisst den Leuten das zu sagen, für die Leute, die komplett neu eingestiegen sind, gar nicht wissen, worum es geht. Es gibt diese kleine Sache zwischen dem 24. und dem 31. Dezember, 500 Kilometer zu fahren, das nennt die Welt da draußen festiv 500. Das gab es auch schon ohne Strava, aber jetzt in der Zeit, dass viele Leute das mit Strava aufnehmen, ist das auch eine Strava-Challenge von Raffa ins Leben gerufen. Und das nur mal am Rande. Da haben wir ja hier im Podcast auch schon drüber gesprochen. Also 500 Kilometer zwischen Weihnachten und Neuerfahren. Wenn wir hier sind, ist das vielleicht nochmal der letzte Hinweis, dass man da vielleicht mal sagt, im nächsten Winter, das nehme ich mir auch vor, weil jetzt ist es gerade gelaufen. Ja, aber man kann es sich theoretisch ja auch sonst wann vornehmen und einfach mal eine Woche nehmen, wo man sagt, ich fahre 500. Man kann es ja auch unabhängig davon machen. Und wir haben auch viele, viele angeregt, das zu machen. Manche haben auch geschrieben, ich habe nur eine Raffa 200 geschafft oder eine festive 200 oder eine festive 300 geschafft, weil es irgendwie angefangen hat zu schneiden. Wir in Norddeutschland hatten Glück, nicht so, also waren auch schlechte Tage dabei, aber kein Schnee. Manche mussten irgendwann abbrechen, weil Schneefall war in Süddeutschland. Ich habe mich ganz dolle gefreut, dass viele, viele Kommentare kamen und wo ich gesagt habe, ich fahre eine Minute nach Mitternacht am 24. los. Dass viele Leute gesagt haben, das macht der doch nicht wirklich. Und dann geguckt haben, doch, erst eine Minute nach Mitternacht losgefahren. Da habe ich mich tierisch gefreut, dass so viele Leute... Und da haben, glaube ich, Leute auch nachgemacht. Du warst nicht der Einzige, der unterwegs war. Genau, und das ist dann auch das Schöne, ein paar Leute angestiftet. Ich hatte auch vorher in unserem Strava, wie heißt das, Fanclub oder in unserem Strava-Club reingeschrieben, gleich geht's los, euch viel Spaß und alles Gute. Und dann haben auch viele Leute gesagt, ja, ich fahre auch gleich los. Das hat mir wirklich viel, 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 viel Spaß gemacht. Aber die erste Fahrt hat mich auch komplett ausgezogen mit Wetter. Das war auch eine kalte Nacht, ne? Echt, dich auch, weil wenn wir jetzt mal über den ersten Tag sprechen wollen, ich habe auch einen Tag richtig reingeschissen und das war der erste Tag. Ja, also der 24. Wie gesagt, ich bin eine Minute nach Mitternacht losgefahren und ich müsste jetzt bei Strava nochmal gucken. 70, 80 Kilometer meine ich. 70, 80 Kilometer. Ja. Und ich bin jetzt mit Lutz gefahren und wir hatten, wir hatten kurz vor Oberenkirchen einen Regenschauer. Ich musste wirklich anhalten, weil es war so starker Regen und so schlechtes Wetter und dann, wenn du da nachts um halb drei da irgendwo stehst, dann war ich bedient. Okay, auch kalt? War kalt, es war das volle Programm, wo man sagt, jawohl, es kann nur besser werden. Habe ich dir von meinem ersten Tag erzählt? Du hast mir erzählt, dass du die Hände irgendwie verkrampft hattest oder was? Ich bin auch los, habe einen Tag vorher geguckt und irgendwas von sieben Grad gesehen. Bei mir in der Wetter-App. Da dachte ich, na gut, sieben Grad kann ich, ich bin ja empfindlich mit Händen und ich habe ja auch dann netterweise dieses Video gemacht, damit mir sowas nie wieder passiert, was ich im Winter alles so anziehen muss. Aber am ersten Tag auch komplett daneben gelegen. Ich hatte eine dünne Jacke, ging alles noch. Ich bin nur mit Beinlingen gefahren und habe gedacht, naja gut, das bisschen Regen ist ja warmer Regen. Deswegen mit dem, wie ich gefahren bin, mit meinem Kumpel Jörn, der hat auch noch gesagt, naja, es ist ja ein warmer Regen irgendwie, hat irgendwie das Wort warm in der WhatsApp stehen. Und dann habe ich auch nicht wieder geguckt und dachte, naja, fährst du mal los? Und hast du gar keine Handschuhe mitgenommen? Nee, ich habe irgendwie einen ganz dünnen Handschuh, der nicht wasserdicht war und habe darüber diese Röcke wasserdichten Handschuhe einfach nur gezogen. Die aber auch auf Dauer nicht wasserdicht sind, wenn man die stundenlang durch die Gegend fährt und losgefahren. Ich hätte eigentlich schon nach, wenn du die ersten fünf bis zehn Minuten merkst, das ist ja noch gar nicht so. Aber nach zehn Minuten habe ich gemerkt, oh, jetzt hast du aber schon kalte Hände. Das stimmt ja irgendwas, es ist ja kälter als erwartet. Auf dem Wahoo stand zwei Grad. Ich damit durchgefahren und sonst wie. Dann wurde das immer, weiß ich nicht, dann sind wir auch nur eine kleine Runde gefahren, so eine kleine Hausrunde. Am Ende waren es 40 Kilometer, die ich auf dem Tacho hatte. Habe zwischendurch versucht, mich warm zu fahren, indem ich einfach gesagt habe, Björn, ich gebe jetzt hier alles, den Berg, diese kleinen Hügel da hochgestiefelt, im Wiege tritt sonst wie und bin nach Hause gekommen. Und mir war schlecht vor Kälte, was die Hände angeht. Also ich bin, ich musste klingeln. Gott sei Dank hat jemand, war jemand zu Hause, hat aufgemacht. Also Schlüssel wäre gar nicht mehr gegangen. Ich konnte mir nicht mal richtig die Handschuhe ausziehen. Schuhe mit den Klickschuhen gingen auch nicht auszuziehen. Ich habe mich zu Hause bei mir erstmal in den Flur gesetzt oder gelegt und habe gewartet, irgendwie diese Hände wieder beweglich zu kriegen. Also so eine schlimme Erfahrung, was die Hände angeht, hatte ich noch nie. Und dann gibt es ja diesen Trick, unter kaltem Wasser auflösen und sonst wie. Das ist auch kein Geschenk, weil das tut richtig weh. Ja und da seitdem die nächsten Tage, dann lieber die beheizten Handschuhe und die Heizung auslassen, wenn es zu warm wird. Also nie wieder so einen Fehler machen. Krass. Also vor allem erzähle ich ja im Podcast, was ich für Wind. Wir haben einen Podcast über Winterkleidung gemacht. Und du fährst da ohne Handschuhe los. Und ich fahre in dem Moment fast und ja gut, dadurch, dass es noch geregnet hat und das Wasser denn dann plus Wind war natürlich die Hölle. Krass. Also da habe ich vor allem die Hände, habe ich am nächsten Tag noch gemerkt, dass die Haut sich so komisch angefühlt hat. Und Gott sei Dank friert einem da ja nichts ab, weil es noch über Null Grad war. Also es ist ein Jammern auf hohem Niveau. Anderen Leuten frieren in der Arktis die Zähne ab. Aber du hast natürlich auch wirklich ein Thema mit deinen Händen, was bei mir Gott sei Dank nicht so ein Thema ist. Und bei mir sind es die Füße. Aber das ist ziemlich interessant. Jörn ist dann noch weitergefahren. Bei mir ging gar nichts mehr. Und es war wirklich so, dass ich auch rein vom Kreislauf, es mir nicht gut ging. Auch am nächsten Tag habe ich es in den Beinen noch gemerkt, weil ich wirklich schnell gefahren bin. Ich habe gedacht, ich kriege es doch irgendwie hin, indem ich einfach hier 350 Watt auf die Uhr und dann hoffentlich werden die Hände wieder warm. Nee, keine Chance, habe ich nicht hingekriegt. Also mit Intensität ist dann auch nicht das Mittel, zumindest bei mir nicht. Ja, ja, das war so die, danach wurde es dann aber besser mit der Kleidung. Deswegen auch diese, habe ich tatsächlich gedacht, das Video musst du eigentlich machen. Das ist das perfekte Setup bei Kälte, egal wie. Naja, und das ist ja interessant, dass das bei dir auch so war. Das war aber auch ein scheiß Tag mit nur Regen. Der erste Tag war aber auch wirklich voll daneben. Ja, ja. Aber wie gesagt, wenn man dann zu Hause ankommt und dann erstmal geduscht hat und dann, tja, bin ja dann doch auch stolz minimal auf mich, dass ich nicht geklemmt habe, dass ich es dann durchgezogen habe. Danach ist das ja alles super, dass man es durchgezogen hat. Dann ist das auch so schnell vergessen und man freut sich, dass man dann dem Wetter nicht den Sieg gegeben hat, sondern in Anführungsstrichen das Wetter besiegt hat. Es war auch von vornherein, war mir klar, also wir haben immer so schön über die Festiv 500 geredet und wir haben das ja auch schon mal hinter uns gehabt. Du kriegst dieses Ding nicht geschenkt. Du musst im Schnitt 60 Kilometer am Tag fahren. Jetzt hatte ich am ersten Tag nur meine 40, bedeutet mindestens einen Tag muss ich schon mal 80 fahren und es ist schon, muss ich ganz ehrlich sagen, schon so eine Drucksituation gewesen, wo ich gesagt habe, okay, ich bin dann einen Tag morgens, glaube ich, 80 oder 70 oder 80 mit Jörn gefahren zusammen, wieder nach Hause. Dann war Kaffee trinken und so weiter, dann ist ja auch noch Weihnachten und man macht ein bisschen was mit den Kindern und bin dann tatsächlich abends nochmal ein zweites Mal losgefahren, einfach um mir schon mal einen Puffer zu schaffen. Dann bin ich nochmal 70 gefahren, hatte ich an einem Tag 150 Kilometer, wo ich gesagt habe, okay, plus die 40, jetzt habe ich zumindest schon mal einen kleinen Vorsprung, wo ich sagen kann, wenn jetzt mal ein Tag richtiger, nochmal so ein richtiges Mistwetter ist, kann ich wenigstens zu Hause bleiben. Also dieses Vorarbeiten war bei mir so ein ganz wichtiger Punkt im Kopf, wo ich gesagt habe, das muss jetzt sein. Ja, das war bei mir ein bisschen anders, also ich finde das super, dass ich weiß, ich muss 80 Kilometer fahren und so, aber am meisten habe ich mich einmal gefreut, weil ich, das sage ich jetzt, das habe ich dir nie gesagt, ich bin ja auch abends dann nochmal losgefahren. Und dann, ach, das ist schön für Ingo, wenn er morgen reinguckt, dann einfach nur, weil wir uns ein bisschen necken, da sage ich, naja, dann muss Ingo auch was abliefern. Und wir hatten, glaube ich, ich glaube, immer die gleichen Kilometer. Ja, so roundabout, ich weiß, dass ich mit Ole hatte ich am Tag, genau, am Tag, wo ich die festive Folge gefahren bin, hatte ich dann irgendwie 400, war dann auch unspektakulär, ich bin dann jeden Tag so meine 60, 70, 80 Kilometer gefahren. Und dann hatten wir beide, kam, habe ich mich mit Ole verabredet und als wir bei uns vor der Haustür losgefahren sind, hatten wir beide genau roundabout 400, 402 Kilometer. Ole und du jetzt, ja, ja, aber nicht ich. Und dann waren wir, war das so, dass ich, das war zwei Tage vor Ende, drei Tage vor Ende, weiß ich gar nicht, wo wir dann beide gesagt haben, komm, wir fahren jetzt mal los und wo wir beide aber auch schon wussten eigentlich, jetzt müssen wir auch 100 Kilometer fahren. Jetzt da nach 60, 70, 80 Kilometer nach Hause zu kommen, war auch irgendwie komisch und war ganz witzig, was natürlich so ist, dass wir jetzt jetzt… Ich glaube, da fehlten mir dann noch 50, aber das da ist wieder mein Gen nicht gut genug gewesen. Da habe ich dann 450 gelassen. Ja, das war auch, wenn ich alleine losgefahren wäre, wäre es auch, aber dadurch, dass wir beide jetzt in der Situation waren, haben wir es dann durchgezogen. Da waren wir natürlich auch schön kaputt hinterher. Und dann habe ich mich gefreut, dass wir noch eine Fahrt gemacht haben. Genau, dann habe ich am nächsten Tag, bin ich dann mit dir noch gefahren, so als, als für mich als Abschluss. Dann habe ich auch, du hast ja auch ein bisschen mehr als 500, ich hatte auch ein bisschen mehr als 500 hinterher auf dem Tacho. Und das war, glaube ich, auch noch einen Tag vor Silvester, wo du es abgeschlossen hast. Also wir sind auch, haben es auch beide irgendwie hingekriegt mit, ja, fast 80, 90 Kilometer pro Tag im Schnitt, glaube ich, sind wir gefahren. Und es war halt nicht möglich, also wir hatten ja auch zwischendurch gesprochen, es war halt nicht möglich irgendwie zu dritt, war halt nur zu zweit erlaubt. Sonst wären wir vielleicht auch mal zu dritt irgendwie losgefahren und so weiter. Das ist halt dieses Jahr alles ein bisschen komisch und dadurch musste ich es aufteilen. Ich bin halt mit drei verschiedenen Leuten halt immer, habe ich meine Touren gemacht. Mal mit Ole, mal mit Jörn, einmal mit dir. Das war, war, war ein bisschen, wäre natürlich schöner gewesen, wenn man mehr hätte zusammen machen können. Du bist dann mal mit Lutz gefahren und so, alles ein bisschen schwierig. Und was war aber am Ende, fand ich, fand ich es doch wichtig, dass wir dann nochmal eine Fahrt zusammen gemacht haben. Und das war auch eine der schönsten. Ja, weil du ja mit mir gefahren bist. Genau, also unabhängig da, obwohl ich mit Dan gefahren bin, war es eine der schönsten. Da hast du jetzt aber einen draus gedreht, den habe ich ganz anders geformuliert. Du wolltest sagen, warum es die schönste Fahrt war und nicht, weil du mit Dan gefahren bist, sondern weil Dan einfach so klasse Strecken kennt. Genau, das war, wie gesagt, die Strecke hat das alles wieder wettgebracht. Du stotterst schon, das zugeben zu wollen. Nein, also es war, jede, jede Fahrt war an sich irgendwie schön und war ja, waren ja auch allein, selbst eine Alleinefahrt war schön, da in der Nacht durch die Gegend zu gucken. Hat auch Spaß gemacht. Aber das war Ober- und Kirchenrunde, die wir da gefahren sind und dann hinterher die Schaumburg nochmal über Kopfsteinpflaster hoch, haben wir auch ein schönes Foto hochgeladen. Das war nochmal ein schöner Abschluss mit wirklich, glaube ich, mit super Wetter. Ich glaube, sogar die Sonne kam ab und zu mal raus. Der letzte Tag war der Knaller. Ja. Der war super. Und das war nochmal so eine schöne Belohnungsfahrt für diese ganzen Strapazen, die man auf sich genommen hat. Und ja, insgesamt dann, wenn man es geschafft hat oder auch während man drin ist, wirklich so schön. Und ich habe mich so an, dann bis auf diesen ersten Tag, wo ich die Kälte mich da ja fast umgebracht hätte. Die anderen Tage mit richtiger Kleidung waren alles super. Und bei mir ist das, wie gesagt, hängen geblieben. Also so einmal jetzt am Wochenende in die Kälte fahren mit dem Rennrad habe ich Bock. Also ich würde jetzt nicht freiwillig bei Regen rausfahren, aber so im trockenen Wetter finde ich schon cool. Da habe ich jetzt richtig Spaß dran gefunden. Und ich will auf diesem Wege den Lutz grüßen, mit dem ich den Großteil gefahren bin. Und das ist natürlich auch eine tolle Sache gewesen. Wir haben uns auf der Strecke verabredet nach Mitternacht und sind dann praktisch den ersten Tag danach zusammengefahren. Das macht wirklich Spaß. Wenn du weißt, da steht auch noch jemand anders auf. Das wird wirklich schön. Der hat es auch geschafft, ne? Der hat es auch geschafft, ja. Viele, viele. Also viele, die ich gesehen habe und da sind auch Leute dabei, die ein bisschen älter sind schon und die es durchgezogen haben. Genauso Leute, die das ambitioniert, die dann auch mal ein zwei, irgendwie das in drei Tagen weg haben wollen. Gibt es ja auch. Ja gut, das ist ja, das war nicht. Aber es ist ein schöner Anreiz, hat Spaß gemacht. Und trotzdem, mein Fazit war tatsächlich, und das habe ich dir auch, glaube ich, als war das eins der ersten Dinge, die ich dir erzählt habe, Geschenk kriegst du das Ding nicht. Du musst schon was tun. Das wohl war zwei Sachen, die mir noch wichtig sind als Feedback. Ich denke, das wird auch immer von mir eingefordert. Ich habe die Zeit genutzt, technikmäßig auch was auszuprobieren. Über das eine habe ich jetzt schon berichtet. Das ist das Garmin Varia Radar, was ich wirklich sehr, sehr lieben gelernt habe über diese Fahrt. Und deswegen sage ich das hier so. Und was für mich auch unheimlich klasse war, ich bin bis auf eine Fahrt immer mit dem Open Mind, mit der EK-Gruppe gefahren, einmal 13-fach. Dann hatte ich einen Spaß mit der Schaltung. Also das sage ich jetzt, wie gesagt, wir sind ja nicht gesponsert. Das hat mir wirklich viel, viel Freude gemacht. Die Schaltung hat mir wirklich viel Freude gemacht. Das ist, ja, ganz klasse. Letzte Sache noch, behaltet das doch mal im Sinn für die nächste Festive 500 zwischen dem 24. und 31. Ob das nicht was für euch ist, ob ihr uns das nicht nachmachen wollt und euch da anschließt. Und wenn es nächstes Jahr zu spät ist, zu Ostern, könnte man sich ja auch sowas noch ausdenken. Aber irgendwie finde ich das schon cool, dass es in dieser Fressphase zwischen Weihnachten und Silvester da auszubrechen und sagen hier, das finde ich irgendwie cool. Ja, also es ist definitiv ein Anreiz. Es ist aber, kommt bei mir immer von Jahr aufs Jahr, von Jahr aufs Jahr darauf an. Weil letztes Jahr hatte ich zum Beispiel gar keine Lust. Ich habe gesagt, nee, den Druck will ich nicht haben. Letztes Jahr hatte ich genauso viel Spaß. Ja. Ja, mal gucken, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ich weiß auch nicht, wenn jetzt Schnee liegen würde oder sonst wie, dann würde ich auch sagen, mache ich nicht. Also das wäre auch ganz klar, wenn dann irgendwann so ein Schneegestöber kommt und es gefährlich wird oder glatt oder sonst wie, dann schaffe ich es halt nicht. Die Option halte ich mir offen zu sagen, dann mache ich es nicht. Oder im schlimmsten Fall gehe ich vielleicht sogar auf die Rolle und mache es da zu Ende oder so. Das wäre das. Na, das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht. Weiß ich nicht. Kommt drauf an. Ich hätte es wahrscheinlich nicht auf der Rolle angefangen, wenn das Wetter Mist gewesen wäre. Aber wenn ich jetzt irgendwie 300 Kilometer oder 350 schon geschafft hätte, hätte ich es vielleicht auf der Rolle zu Ende gefahren. Ich weiß es nicht. Ja, hätte ich jetzt für meinen, also Respekt für Leute, die das auf der Rolle machen, habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist nicht ein Geschenk, das ist auch hart. Irgendwie ist mir aber für mich selber, für meinen Seelenheil unheimlich wichtig, dass ich nicht einmal auf der Rolle war und wirklich hardcore-mäßig draußen mich der Witterung gestellt habe. Das ist irgendwie für mich ist das wichtig. Und wenn es schneit und nicht geht, geht es halt nicht. Dann hätte ich halt gesagt, dann habe ich es halt nicht geschafft. Das ist aber krass auf der Rolle, einer unserer Kunden auch, der ist jeden Tag ein Hunderter auf der Rolle gefahren. Fahr mal jeden Tag ein Hunderter auf der Rolle, das ist auch verrückt. Vielleicht fahre ich jetzt am Wochenende mal ein Hunderter auf Be Cool. Wenn du mitmachst, mache ich das. Welche Strecke denn? Das kommt ja immer drauf an. Was flach ist, geht immer einfach 100 Kilometer. Ich würde dann mal La Palma Runde nehmen. Einmal rum. Aber einmal rum sind ja 140. Oh. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Einmal sehen. Das ist ja ein 4.000 Höhenmeter. Das ist ja eine 6-7 Stunden Fahrt. Ja. Wolltest du jetzt Geschenke sammeln oder was wolltest du? Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Erst mal gucken, wie das Wetter ist. Also das versuche ich momentan. Also tatsächlich, wir haben ja über Zwift und Be Cool vorhin gesprochen. Ich versuche eigentlich momentan einmal in der Woche wenigstens mit dem Rad mal draußen zu fahren. Das ist so mein Ziel. Samstag oder Sonntag. Mal gucken, welcher Tag mit einem schöneren Wetter. Muss nicht stundenlang sein. Wenn es nur 50 Kilometer sind wie letztes Wochenende, ist es einfach auch mal ganz schön. Und dann versuchen diese Tour de Zwift da zu Ende zu fahren. Mal gucken. Gut. Dann kommen wir mal zu unserem Hauptseema nach zwei Stunden und fünf Minuten. Jetzt ist es wirklich durchziehen? Ja. Müssen wir. Wir haben es ja vorne angekündigt. Können wir jetzt nicht sagen, machen wir nächste Sendung. Ich glaube, das ist auch gar nicht so lang. Das ist ja wirklich nur so ein kleines Ding. Ein kleiner Blick in der Glaskugel. Und das sieht mehr aus. Also es ist jetzt zwar hier eine DIN A4-Seite, aber es sieht, glaube ich, mehr aus, als es ist. Leg mal los. Moderier es mal. Ich habe kein Problem damit. Unser kleines Hauptthema heute habe ich mir so ein bisschen ausgedacht. Wir haben ja jetzt, wir sind ja auch ein Technik-Podcast so ein bisschen. Erzählen viel über Technik und wie wir welche Räder fahren und warum und mit welchen Übersetzungen. Und so einen kleinen Ausblick habe ich mir selber auch schon ein bisschen Gedanken gemacht. Ja, was passiert denn so? Ja, auch geschäftlich macht man sich ja Gedanken. Was kommt für neue Produkte dieses Jahr? Was werden wir für Räder verkaufen? Was sind Trends, die in den letzten ein, zwei Jahren angefangen haben, die entweder weitergeführt werden oder jetzt vielleicht auch zu Ende sind schon? Oder auch den ganzen Radmarkt umkrempeln und einfach mal diese Thema durchgehen. Und dann hatte ich mir überlegt, gehen wir mal wirklich durch Bremsen, Reifen, Rahmen, also alles, was das Rad angeht. Was denken wir, wird dieses Jahr gekauft? Was denken wir, ist dieses Jahr sinnvoll? Und wo geht da die Reise hin? Schaltungen und so weiter. Und dann am Ende vielleicht auch noch mal ein bisschen, was das Fahrradzubehör angeht. Was sind so Dinge, die uns auffallen, wo wir denken, dass da einfach ein Trend hingeht? Das ist so die Idee. Machen wir. Fangen wir an mit den Bremsen. Glaube ich, dass, gibt es ja eigentlich nur das Thema Scheibenbremse und Felgenbremse. Und ich glaube, dass wir wahrscheinlich sowieso nicht mit unseren Rädern, die wir verkaufen, noch ein Rad, also ich glaube vielleicht von, verkaufen wir dieses Jahr noch ein Rad mit Felgenbremse? Nein. Ich glaube gar keins, ne? Also nicht mal Ausnahme irgendwas Mäßiges, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und interessanterweise glaube ich, dass die Scheibenbremse ja überhaupt, auch wenn wir später zu den Reifen kommen, überhaupt letztendlich uns diese Möglichkeit Gravel eröffnet hat. Mehr Reifenfreiheit im Rennradrahmen. Und aber auch sehe ich es im Profi-Peloton, bei wirklich echten Racern, die irgendwie schnell und leicht und das beste Material haben müssen. Egal, welche Podcasts ich höre oder was ich so lese an YouTube mit Profi-Radfahrern oder sonst wie. Immer wenn das Thema Scheibenbremse zum Sprechen kommt, sagt jeder, ja, will ich nicht mehr zurück zur Felgenbremse. Wo wir uns aber vielleicht vor ein, zwei Jahren noch unsicher waren, wo wir gesagt haben, naja, Gewichtsnachteil. Na gut, wir geben jetzt einen Ausblick, das war deine Frage und das sehe ich jetzt genau auf den Punkt gebracht. Machen wir einen Strich drunter. Der normale Konsument, der ein neues Fahrrad kauft, egal ob Triathlonrad, ob Gravelbike oder klassisches Rennrad, Mountainbike sowieso nicht mehr. Der wird nur noch ein scheibengebremstes Rad kaufen. Ich denke auch der verkaufende Laden, und wir sind ja auch einer von denen, wird nichts anderes im Angebot mehr haben. Ich denke, das ist Geschichte. Und in der Tour de France wird sicherlich immer noch dieses am Limit, vielleicht muss es da nochmal leichter sein oder das wird wahrscheinlich noch in der Tour de France doch noch auftauchen. Aber ich glaube nur noch bei Ineos. Ganz, 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 ganz wenig. Und es wird sich in der Tour de France sicherlich auch demnächst, was heißt demnächst, also vielleicht noch dieses Jahr, aber irgendwie, wenn ich dafür eine Prognose geben würde, würde ich sagen, dann ist es spätestens nächstes Jahr auch komplett durch das Thema. Was mich sehr traurig macht, was mache ich denn jetzt eigentlich zu Hause mit meiner Rennradsammlung? Muss ich jetzt, jetzt habe ich beides zu Hause, ne? Ich habe ganz tolle felgengebremste Räder und ich habe natürlich auch schöne scheibengebremste Räder. Soll ich die jetzt verkaufen? Also wenn jemand so ein Limited Edition Kubica S5 haben will, mit Felgen gebremst und nicht einen bekloppten Preisvorstellungen hat, das ist so gut wie nicht gefahren. Das soll jetzt keine Werbung für meinen privaten Verkauf sein, aber solche Gedanken gehen mir durch den Kopf, denn auch ich bin felsenfest der Meinung, das war es mit Felgenbremse. Das ist der Ausblick, ja, also da gehe ich davon aus, Scheibenbremse. Sehe ich auch so. Also es gibt, glaube ich, sowieso nur noch ein begrenztes Angebot an Rädern und ich habe auch im Bekanntenkreis Leute, die sich jetzt noch ein felgengebremstes Rad kaufen oder irgendwo zusammensuchen oder auch Gebrauch kaufen, was auch immer. Aber einfach nur deshalb, weil sie Laufräder da noch sitzen haben und sonstige. Aber es ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung zu sagen, mache ich das oder mache ich das nicht oder verkaufe ich lieber den Laufradsatz oder das ist schwierig. Aber ich sehe es auch so und ich glaube auch bei der Tour de France wird, glaube ich, dass nur noch Ineos felgengebremst fahren wird, alle anderen nicht mehr. Das sind so die letzten Mohikana sozusagen. Dann sind wir uns, was den Ausblick, was die Bremsen angeht, einig. Genau, Reifen und Felgen. Ja. Da ging das ja letztes Jahr auch mit einer unserer meistverkauftesten Laufradsatz, den wir hier auch haben, schon los mit dem Zip 303S, der auf einmal hookless und tubeless ready war und wo die Reifendrücke auf einmal unter 5 Bar waren. Und ja, dieser Trend zu breiteren Reifen hat sich ja jetzt über die letzten Monate schon an oder über die letzten Jahre. Erstens durch die Scheibenbremsen überhaupt wurde es ermöglicht. Wir sehen es auch, dass es immer mehr wird. Ich sehe auch die Tour de France irgendwann auf 28 Millimeter fahren und nicht mehr auf 25. Ich glaube, das machen die jetzt zum Teil schon auf bestimmten Etappen. Und ja, das ist es so. Die Reifen werden etwas breiter. Es wird tubeless. Es wird hakenlos. Ich glaube, da werden die Hersteller jetzt auch gezwungen sein. Also auch so ein Conti, der momentan hakenlos beim 5000er verbietet, wird irgendwann gezwungen sein, eine hakenlos Variante anzubieten. Ich glaube, dass wir in zwei, drei Jahren nichts anderes mehr sehen. Ja, das glaube ich auch. Also das Problem an der Sache, was wir wahrscheinlich hier haben, dass ich jetzt hier fünfmal sage, das glaube ich auch. Ja, das ist ja selten, dass wir uns einer Meinung hier sind. Ja, Hookless Felgen, breite Felgen, immer breitere Reifen. Tubeless kommt automatisch ins Spiel bei Hookless Felgen und breiteren Reifen. Und wenn wir bei 28 Millimeter Rennradreifen sind, das ist etwas, hättest du vor zehn Jahren gesagt, hätten die dich ausgelacht. Hätten sie dich ausgelacht, hätte ich aber gesagt, der Quendler, was hat der denn für Fantasien? 28 Millimeter will der noch Rennradreifen nennen, das ist doch schon fast beim Cross. Aber sehe ich jetzt auch so, genau wie du sagst, Hookless, ja, Breite Felgen, ja, Tubeless, dreimal ja. Und das 28 Millimeter wird die Standard-Rennradbreite werden. Da sind wir uns einig, gell? Genau. Und das Thema Schlauchreifen, die ich übrigens auch noch liebe und fahre, auch scheibengebremst noch, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das aussterben wird, dass es auch bei uns selber aussterben wird. In dem Augenblick, wo wir nämlich 28 Millimeter auf nur fünf Bar fahren müssen, wird auf einmal Tubeless ja möglich, ohne viel Risiko, dass das von der Felge runterspringt, weil man, das hatten wir im Podcast ja auch schon öfter, dass wir gesagt haben, naja, Tubeless, mit hohen Drücken haben wir ein bisschen Angst vor, mögen wir nicht so vom Sicherheitsgedanken. Schlauchreifen sehe ich so ein bisschen wie die analoge Fotografie. Es gibt immer noch Liebhaber, die mit Filmen fotografieren, weil es einfach eine besondere Haptik hat, man hat ein besonderes Bildgefühl und man hat eine besondere Originalität bei einem Bild, weil es eben nicht gephotoshoppt oder auch die Kameras selber photoshoppen da ja schon intern viel an den Sensordaten rum. In der Masse wird es aussterben und ich habe jetzt mittlerweile auch schon, bei welchem Rad war es, beim Open Mind oder sonst wie habe ich, oder auch beim Triathlonrad, beim Triathlonradscheiben gebremst, war ich jetzt auf der Suche nach einem Schlauchreifenlaufradsatz, habe ich keinen gefunden, der irgendwo passend war. Also es geht ja nur, geht um eine Scheibe und vorne ein hochprofiliges Laufrad, habe ich nichts gefunden, was das einzige Chance ist, Tubeless. Das, glaube ich, stirbt nach und nach aus, obwohl wir ja nun extreme Schlauchradverfechter sind. Schlauchreifen. Schlauchreifenverfechter, ich glaube, es wird normale Rennradfelgen weiterhin geben, auch fürs Profi-Peloton und davon werden wir auch profitieren und mal so eine Felge kaufen können. Da hast du, glaube ich, auch eine ganz coole von Specialized jetzt, glaube ich, gerade irgendwo noch liegen. Habe ich extra bestellt, oval. Aber beim Schlauchreifen ist es auch so, unser Lieblingsreifen, den Conti Competition, den gibt es halt in 28 Millimeter nicht. Und ich würde, diese 25 Millimeter Schlauchreifen sind ja echte 25, der baut ja nicht breiter auf oder irgendwas. Da hätte ich schon gern 28er. Und das ist ja so noch so meine Hoffnung, dass da irgendwann mal was kommt. Das Profi-Peloton hat ja solche Reifen, die gibt es halt nur nicht im freien Verkauf. Genau, und das, ja. Und das sind so Dinge, aber ich glaube, das ist so, analoge Fotografie ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, weil es eine ähnliche Liebhaberei ist. Man hat so eine andere Haptik, auch immer noch leichtere Felgen, auch noch ein schönes Fahrgefühl auf diesen Schlauchreifen. Ich würde jetzt mal so verbleiben wollen, für meine persönlichen, privaten Gedanken. Ich habe mir jetzt ein bisschen was auf die Halde gelegt, Scheiben gebremst, Schlauchreifen. Wenn das jetzt noch die nächsten zehn Jahre mit mir mitmacht, dann bin ich zufrieden. Dann bin ich 60 und dann kann ich es vielleicht ad acta legen, dass ich nochmal mit 90 den Berg runterrasen möchte. Momentan ist noch so ein bisschen, da ist immer noch so ein kleines Teufelchen in mir. Und es geht mir nur um die Bergabfahrt bei den Schlauchreifen. Es geht mir um nichts anderes. Mehr Sicherheit. Mehr Sicherheit. Mehr Grippe in der Kurve, ne? Mehr Grippe in der Kurve. Und wer weiß, vielleicht kommt dieses irgendwann mal weg. Ich gehöre noch zu den Liebhabern und ich will, dass solche Sätze müssen bei mir noch. Jetzt habe ich da ein bisschen Vorrat geschafft. Und wen das interessiert, es gibt einen Roval-Laufradsatz von Specialized. Und wer da Interesse hat, kann mich gerne anschreiben. Dann kann man den auch verkaufen. Der ist super leicht, Scheiben gebremst und für Schlauchreifen. Drei Wünsche auf einmal und auch bezahlbar. Traumhaft, der Laufradsatz. Wer da Interesse hat, schreibt mich an. Die Fraktion Schlauchreifen sehe ich im Ein-Prozent-Bereich. Ja, wenn überhaupt. Also in der großen, ganz großen Masse, wo auch Discounter mitspielen, glaube ich. Das brauchen wir jetzt. Das brauchen wir, genau. Wenn überhaupt im hochwertigen Bereich. Okay, gut. Dann zu den Rädern an sich. Also Rahmenformen, wie nennt man es? Also was werden wir für Räder verkaufen? Und wir haben ja jetzt das Open Mind hier im Hintergrund stehen. Es gab auch dieses Jahr das Caledonia und viele andere Hersteller haben auch Räder auf den Markt gebracht. Rennräder. Endurance-Rennräder nennt man die auch gerne mal. Wo aber auch 30, 32, 34 Millimeter Reifen reinpassen. Und das ist ja dieser neue Begriff Allroad. Ich glaube, der hat sich jetzt so etabliert. Auch da stimme ich dir wieder zu 100 Prozent zu. Ist schon beängstigend. Aber da waren wir uns auch schon damals, als wir das Video gemacht haben für das Caledonia. Wen das interessiert, ist ein Cervelo-Modell. Weil auch das sehe ich als Haupt-Rennrad oder Hauptsegment. Ob 25, 28, 30, 32 Millimeter. Das muss heutzutage alles in ein Rennrad reingehen. Und dann ist es dieser Begriff Allroad. Ja, sehe ich auch so, dass das klassische Rennrad den echten Rennfahrern, den Racern sozusagen übrig bleibt. Also Amateur-Klasse, Elite-Klasse, Profi-Klasse. Da macht das echte Rennrad noch Sinn. Ansonsten, jeder Hobby-Breitensport-Radfahrer wird wahrscheinlich eher Richtung Allroad liebäugeln. Weil du bist ähnlich leicht unterwegs. Du hast einfach viel mehr Reifenfreiheit. Kannst damit auch über Schotter mal fahren und solche Sachen. 100 Prozent. Und auch da werden wir uns sicherlich einig sein, weil wir uns auch natürlich nicht nur im Podcast darüber unterhalten, auch sonst unterhalten, dass seit vielen Jahren von manchen Leuten, auch von der Begrifflichkeit, komisch verstandene Gravel-Bike, wird einen Mega-Boom noch mehr bekommen in den nächsten zwei, drei Jahren. Das wird noch penetranter werden, wo dann nochmal die Leute einen on top setzen und sagen, okay, und jetzt fange ich an bei 35 Millimeter oder bei jenseits von 30, gar nichts mehr schmaler und gehe eher bis 45 Millimeter oder 50 Millimeter Breite, um jeden Feldweg fahren zu können, um die Waldautobahnen fahren zu können. Und wenn wir den englischen Begriff Gravel dafür nehmen wollen, über die Schotterpisten fahren zu können. Und das wird, da sind wir uns einig, das weiß ich schon, das wird auch nochmal einen Mega-Boom weitergeben. Glaube ich auch, dass da noch kein Ende in Sicht ist. Ich glaube, wir sind immer noch, Kinderschuhe nicht mehr, Gravel-Kinderschuhe war irgendwann vor fünf, sechs Jahren. Als wir mit Specialized Diverge angefangen haben, sage ich mal. Ja, da war das sozusagen komplett strange, überhaupt mit so einem Rad rumfahren. Jetzt ist es so, dass die Leute das verstehen. Ich glaube aber, dass es immer noch nicht weit verbreitet ist. Ich glaube, das ist, wir sind noch ein kleiner, feiner Haufen, die Gravel und Bikepacking und solche Sachen machen. Ich glaube, dass das irgendwann ein kompletter Mainstream wird. Denke ich auch. Dass das Rennrad eher so die, jeder, also ich glaube, dass der Breitensportler irgendwann Gravel fährt und dann gibt es zwischen dem Racer noch die kleine Allroad-Fraktion, weil gegenüber Gravel sehe ich Allroad eigentlich auch prozentual weit, weit drunter. Ja. Das ist ganz interessant. Und da ist ja wieder das Thema mehr Reifenbreite. Also, dass sich das durchsetzt und dass da auch keiner mehr Angst vor hat, mit dickeren Reifen durch die Gegend zu fahren und denkt, er ist ein Trecker. Das ist ja auch nicht der Fall. Und was sich sicherlich auch nochmal schließt, wo wir vorhin das Garmin Varia hatten als Radarsystem, was wir natürlich super gerne nutzen, wenn wir auf der Straße fahren, dass solche Produkte auf den Markt kommen, weil man sich als Rennradfahrer ja auch ein bisschen, naja, der Gefahr ausgesetzt fühlt, im Straßenverkehr teilzuhaben mit den Autos und dieser Dschungel. Das treibt ja schon viele Leute weg von der Straße, auf den Feldweg, in den Wald. Und deswegen suchen solche Leute nicht nur den Feldweg, sondern auch das Fahrrad, was das wunderbar abkann. Und deswegen wird da noch ein Riesen, das sind so viele Leute in meinem eigenen Bekanntenkreis, die sagen, auf diesen Dschungel mit den Autos im Großstadtkampf, auf gar keinen Fall. Ich bin froh, wenn ich weg bin von Autos. Deswegen glaube ich auch, dass der Mindeststandard Allroad sein wird. Einfach sagen, ich brauche keinen Gravel, weil ich halt keinen Dice da vor der Tür habe. Da brauche ich vielleicht auch nichts mit Stolien-Felgen. Ich fahre den Feldweg. Weil eins ist klar, ich bin ja auch meine Rafa Festive 500 mit dem Mind gefahren. Ich fahre mit 28 Millimeter Reifen, die so ein bisschen breiter aufbauen durch die Hooklis-Felge. Die sind dann also ein 30er-Äquivalent. Alles super leicht. Vielleicht an diesem Tag, als wir diesen Sturm hier hatten, wir hatten ja so einen stürmischen Tag. An dem warst du auch draußen? Ja. Ja, das war ja wirklich die Hölle, wo ich viel zickzack gefahren bin und sonst wie. Das war der Tag, wo ich mit meinem Rennrad im Wald unterwegs war. Da habe ich gesagt, ach, hier ist nochmal ein Wald, wo ich reinfahre, kann ich mal ein bisschen, dann drehe ich hier nochmal um. Dann bin ich ein bisschen durch die Eilenriede in Hannover gefahren, auch die Schotterwege. Das Rad kann es halt. Man muss sich mal überlegen, dass ich ein schnelles Rennrad, nur Rennrad gefahren bin, bis auf den einen Tag, wo ich gesagt habe, okay, fahre ich Schotter. Und am Ende, dass diese Freiheit oder halt eben zu sagen, Feldwege, die sind ja immer nicht so ganz so schön und nicht so ganz so sauber wie eine Bundesstraße. Aber wir haben natürlich in Niedersachsen ein super Feldwegsystem, wo auch mal asphaltierte Feldwege sind. Perfekte Rad. Das hätte ich mit meinem Cervelo S5 nicht machen können oder wollen. Schon gar nicht. Das kommt noch dazu. Ja, und Cervelo S5 ist nun mal ein mega knaller Aero-Fahrrad. Das finden wir total cool. Fahren wir beide. Ich, wie gesagt, nicht die scheibengebremste Version, du die scheibengebremste Version. Was für eine Waffe, was für ein cooles Fahrrad. Das wird auch weniger werden. Dieses komplett auf Limit ausgereizte Aero-Rad. Das ist mein Ausblick, weil du nach Ausblick fragst. Das ist ja jetzt schon so. Einige Hersteller haben das Aero-Rad aus ihrem Sortiment eliminiert. Cervelo ist eigentlich einer der letzten übrig gebliebenen, die ein reines Aero-Rennrad überhaupt noch haben. Ich liebe das auch, weil es für mich, es ist sehr, sehr weit weg von diesem Allroad. Also ich habe das Allroad und habe dann dazu dieses S5. Ein guter Gegenpol. Wo ich dann einen Racer habe, obwohl ich kein Rennfahrer bin. Aber ich habe, wenn ich auf das Rad gehe, dann race ich auch. Dann fahre ich auch schneller, als ich sonst fahren würde. Dann, das brauche ich auch nicht an so einem Tag, wo ich schwere Beine habe. Dann nehme ich das nicht. Aber wenn ich dann, dann habe ich auch Bock zu sagen, okay, da trete ich jetzt mal richtig rein. Ja, ansonsten, Carbon hat natürlich überhaupt Rahmenformen jetzt in den letzten Jahren ermöglicht, die sowas können. Die Scheibenbremsen haben sowas ermöglicht. Ich glaube, das ist technisch auch alles ausgereift. Man muss sich gar keine Gedanken machen. Ich weiß nicht, ob die Rahmen nochmal leichter werden oder nicht. Es ist ja so, dass der Trend vom Leichtbau auch im Profi Peloton so ein bisschen weggegangen ist. Die sind nicht immer im UCI-Limit, die Räder gebaut. So jemand wie Hirschi ist das S5 gefahren, obwohl es 7,4 Kilo wiegt statt 6,9 in den Bergetappen. Das ist 6,8, glaube ich, das Limit, oder? 6,8 oder 6,9, genau. Das heißt, der ist die Bergetappen und hat die gewonnen. Und für den war Ero am Ende dann doch wichtiger als das Gewicht. Und auch die anderen Räder im Peloton, die Scheibengebremsen, sind nicht mehr an dieser Niedriggewichtsgrenze. Das ist auch ganz interessant, dass das Gewicht dann doch weniger Rolle spielt. Es darf natürlich nicht sackschwer werden, aber glaube ich auch, dass das sich so alles einpendeln wird. Bei den hochwertigen Rädern wird es sich bei sieben bis siebeneinhalb Kilo einpendeln. Viel mehr braucht man vielleicht auch nicht. Ja, Schaltung. Elektronik, Elektronik oder vielleicht Elektronik. Da wird mehr und mehr noch Elektronik kommen. Ja, also das ist halt die Frage. Jetzt ist natürlich die 1x13 IK, ist jetzt wieder eine mechanische Gruppe geworden. Da wird es natürlich spannend, ob das irgendwann mal elektronisch nachgeliefert wird. Das erwarte ich aber nicht in diesem Jahr. Das erwarte ich jetzt nicht bei der IK-Gruppe. Aber ansonsten glaube ich, nehmen wir mal SRAM und Shimano, dass da in dem Einstiegsbereich was passieren wird. Das ist meine Prognose. Naja, bis jetzt sind die elektronischen Gruppen ja doch immer noch eine Einstiegshürde haben die, ne? Klar. Es ist bei Shimano, es ist halt Ultegra. Da kannst du zwischen Ultegra und Dura jetzt wählen. Das sind die beiden Topgruppen. Bei SRAM sind das Force und Red, die beiden Topgruppen. Da erwarte ich, dass da jetzt dieses Jahr nochmal was passiert. Tja, was erwarte ich von Shimano noch? Das ist momentan der einzigste Hersteller, der aktuell in der Topgruppe nicht 12- oder 13-fach hat. Da kann ich nichts zu sagen. Ich erwarte, dass da sicherlich was passiert. Da wird es ja interessant, ob das 12-fach oder ob sie 12-fach vielleicht sogar überspringen. Du stellst das in Frage. Ich kenne die Antwort schon, aber sag die hier nicht. Ach so. Da muss man mal gucken. Also ich glaube… Das gehört sich so. Das heißt, da wird sicherlich auch was passieren. Ja, aber das… Ich glaube, dass wir, und das wird unser Mind-Video mit der IKA-Gruppe, was wir unser Talk-Video, was wir am Sonntag veröffentlichen, wir sind schon, selbst mit der 11-fach-Gruppe ja schon mit der Entfaltung so weit, vielleicht, dass auch kaum noch Wünsche übrig offen bleiben. Also das… Mit 1x13 haben wir jetzt diesen Sweetspot auf einmal erreicht, wo es wirklich… Wo man wirklich sagt, man kann alles abdecken. Ja, freut euch auf das Video. Das erklärt halt viel. Und 2x13 wird spannend. Ich glaube aber nicht, dass wir das dieses Jahr schon sehen werden. Weiß ich nicht. Muss man mal gucken. Wäre natürlich hochinteressant. Und es wird da nicht aufhören. Ich glaube, wir werden irgendwann 15 Ritzel hinten haben. Das dauert vielleicht nochmal 5-10 Jahre, aber ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass da irgendwo Grenzen gesetzt sind. Vielleicht gibt es irgendwo einen kleinen Knopf, dass elektronisch eine Nabenschaltung ins Spiel kommt. Ja, die gibt es ja schon. Ja, dass du einen elektronischen… Verstehst du, was ich sage? Elektronisch klack und jetzt schalte ich mal einen Gang in der Narbe. Ja, hatten wir das nicht hier sogar schon mal vorgestellt, diese eine Firma? Aber doch nicht elektronisch. Ich bin mir nicht sicher, ob das sogar elektronisch ist. Also es gibt ja jetzt ein System, wird das nicht in diesen Ridley-Rädern verbaut? Ja, ja, aber ich glaube nicht, dass das elektronisch ist. Nicht, dass ich mich vertan habe. Es gibt ja das eine Start-up, was hinten sozusagen nochmal in der Narbe… Schalten die das elektronisch in der Narbe? Eigentlich schon. Das könnte ich mir durchaus noch vorstellen, dass da nochmal statt 2x13, dass es bei 1x13 ist und dann in der Narbe nochmal vielleicht sogar drei Gänge zur Verfügung stehen. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da nochmal was passiert. Statt Umwerfer vorne schaltet man dann in der Narbe. Aber das System gibt es schon, das weiß ich. Das haben wir ja im Podcast schon angekündigt, aber ich war mir nicht sicher. Soweit ich weiß, ist das aber nicht elektronisch. Na gut. Weiß ich nicht mehr. Aber beim Rennrad, wie willst du es sonst hinkriegen? Das reiche ich nach. Nee, das war so viel. Ich glaube, übersetzungsmäßig ist es auch tatsächlich so, dass wir in den letzten Jahren einfach Möglichkeiten bekommen haben, die so nicht vor drei, vier Jahren noch nicht möglich waren. Auch jetzt eine der Revolutionen für mich war eigentlich die elektronische SRAM-Mountainbike-Scheibe. Leitung mit den Rennrad-Täbeln zu schalten. Kriegt man ja mit Shimano, glaube ich, über Umwege auch hin jetzt mittlerweile. Und das, ich glaube, da ist die Revolution gerade schon passiert. Und das, was jetzt kommt, ist eher so ein bisschen Feintuning. Wo man sagt, ja gut, vielleicht kriegen wir es nochmal erschwinglicher hin. Aber ansonsten ist es so, dass wir da, glaube ich, schon sehr, sehr weit vorne sind. Da erwarte ich zumindest keine Revolution mehr. Ich glaube, die ist vor ein, zwei Jahren passiert. Aber das ist ja mit ganz vielen Bereichen auch so. Es fängt immer oben an bei den Hightech-Schaltungen und das geht immer ein bisschen mehr downgegradet nach unten. So wie das, was weiß ich, nehmen wir jetzt meinetwegen Airbags bei Autos. Erst hatte das nur die Mercedes S-Klasse und jetzt hat es jeder Mercedes. Jetzt hat es jedes Auto. Gut, dann beim Zubehör habe ich jetzt nur mal so ein paar Sachen, die natürlich uns auch betreffen, weil ihr so versucht, stichpunktartig aufzuschreiben. Was ich tatsächlich beobachtet habe, ist das Thema Licht. Und zwar aus eigener Erfahrung, weil wir natürlich viel über unsere eigenen Lampen hier erzählt haben und schöne Videos gemacht haben, auch ganz, ganz viel Feedback bekommen haben. Und ich auch mitbekomme, wie der ein oder andere Kunde von uns oder Bekannte von mir sagt, naja, die Lampe, die du da gezeigt hast, ist ja wirklich cool und will ich mal ausprobieren und so weiter. Und ich glaube, dass das Thema Licht auch durch die geänderte Art Rad zu fahren und da kommen auch deswegen, weil es ja jetzt Gravel-Bikes gibt und Allroad-Bikes gibt, ist es ja auf einmal möglich, mit Bikepacking unterwegs zu sein, ein Orbit zu fahren und ein Everest-Ding zu machen und solche Sachen, Overnighter. Ich glaube, das wird immer, immer populärer und dadurch wird das Thema Licht eine viel, viel tragendere Rolle spielen als in den letzten Jahren. Und wir sehen es ja selber auch an unseren Verkäufen und an unseren Kunden, die sagen, naja, mir ist es das wert, 400 Euro für eine Lampe auszugeben, wo viele mit der Hand über den Kopf zusammenschlagen, 400 Euro für ein Licht, aber ich will halt so hell leuchten wie ein Auto. Und das ist auch ein Trend, glaube ich, der dieses Jahr, der, glaube ich, in den letzten ein, zwei Jahren erst losging, der jetzt auch nochmal viele Dinge ermöglicht, wo viele, viele Leute sagen, sie werden in Licht investieren. Da würde ich auch gerne was zu sagen, das ist eine der schönsten, positiven Feedbacks, die ich gerne und die ich auch wahrnehme, wirklich wahrnehme per E-Mail, auch in YouTube-Kommentaren, wo du merkst, 400 Euro für ein Vorderlicht ist ja völlig absurd teuer. Und dann gibt es die Fraktion, die einen, die sich das einfach nur denkt und keinen Kommentar schreibt und dieses Produkt auch nicht kauft. Alles ist gut und die Welt ist befriedet. Dann gibt es die Fraktion, die sagt, das muss ich der Welt mitteilen, wie doof Ingo und Dan sind, überhaupt so ein Licht als Review zu machen, ist ja völlig absurd. Und die solche Kommentare schreiben, okay, die nehme ich jetzt noch zur Kenntnis und die mir dann sagen, ich kann auch eine China-Lampe kaufen, die nicht zugelassen ist. Und das nehme ich auch noch zur Kenntnis, richtig cool sind die E-Mails, wenn die Leute sagen, ich wollte eigentlich nicht 400 Euro ausgeben, fand euer Video ziemlich überzeugend. Ich bin mal über meinen Schatten gesprungen und habe gesagt, ich riskiere es mal, ich kann es ja zur Not zurückschicken. Keiner schickt die Lampe zurück. Das ist erstmal der Witz an der Sache, schickt keiner die Lampe zurück. Das Geld ist ja Gott sei Dank schon mal vom Konto weg. Und dann aber, dann aber sich die Mühe machen, uns eine E-Mail zu schreiben und sagen, gut, dass ich euch vertraut habe, dass ich dieses Licht gekauft habe. Es war die bestinvestiertesten 400 Euro, die ich am Anfang mich selber gefragt habe, muss das wirklich so teuer sein? Und nichts ist ja schöner, als wenn wir das nicht in die Welt posaunen, sondern wenn wir ein Feedback kriegen. Und das passiert oft, dass die Leute sagen, danke für dieses geile Licht. Und ich habe es ja auch selber gerade gesagt, ich bin ja bei der Festiv auch viel abends gefahren. Und ja, geil, das Licht macht den halben Spaß aus. Schlechtes Licht ist Käsekram. Also ich bin früher auch mit einer normalen STVZO-Lampe nachts durch die Gegend gefahren und vielleicht zusätzlich noch eine Helmlampe. Also das geht alles. Aber überleg mal, du müsstest Auto fahren mit einer schlechten Funzel vorne dran. Dann wird die Nachtfahrt halt um einiges anstrengend, weil du viel besser gucken musst und weil du, weil du, ja, weil es halt schwieriger wird. Wenn du dich heute in so einen Oldtimer setzt, denkst du, was ist denn das für ein Licht da vorne dran? So zwei Kerzen vorne. Ja, ja. Und auf dem Fahrrad musst du ja gucken nach Schlaglöchern und sonst wie. Du kannst halt super entspannt mit diesem hellen Licht durch die Nacht fahren, ohne irgendwie, dass du irgendwas übersiehst. Und das ist für mich auch eine kleine Revolution, die in den letzten Jahren passiert ist. Das war in den letzten Jahren schon möglich mit illegalem Licht, dass du einfach irgendwie so einen hellen Strahler per Dingst. Das haben wir ja auch schon erzählt hier, dass das im Wald auch mal benutzt wurde von uns. Aber jetzt gibt es das auch legal. Jetzt hat man das legal und hat natürlich auch neben der Legalität mit dieser SL-Lampe da, mit der SL AF7 von Lupine. Ich kenne, ich weiß nicht, ob es andere Hersteller das auch mittlerweile so hell hinbekommen und so homogen. Es ist auch einfach ein homogenes Licht, so wie man es beim Auto auch kennt. Das sind nicht irgendwelche Ritzel, irgendwelche verschiedenen hellen Bereiche auf der Straße mehr und sonst wie. Das ist einfach extrem krass, muss man schon sagen. Ja, und das wird auch ein Trend sein. Wir sind ja in der Zukunft, das wird sicherlich auch sein. Gutes Licht wird der Standard werden. Keiner gibt sich da mit schlechtem Licht mehr. Und auch da wird es… Das wird eingefordert von den Leuten, sagen wir es mal so. Auch da wird es sicherlich irgendwann Hersteller geben, die auch heller werden im niedrigerpreisigen Segment. Das wird auch wie der Airbag sein, der dann irgendwann im niedrigerpreisigen Segment auch angeboten wird. Jetzt ist es halt high-end. Muss man ja zugeben. Aber es ist ein Trend, wo wir auch, glaube ich, sagen, die letzten zwei Jahre, wow, was wurde da aufgerüstet. Auch bei den E-Bikes, ja. Also die haben ein Licht da vorne dran. Wenn du so ein Pedelec kaufst oder so, da ist ja auch alles mega cooles Licht. Die verbauen ja ganz oft diese SL-Alf, nur in der Akku-Version, dass sie dann an dem Akku mit angeschlossen wird. Nee, das, glaube ich, ist auch eins der einzigen Dinge, wo ich denke, da ist eine Revolution passiert, die jetzt erst so richtig wahrgenommen wird. Und sicherlich auch eine der, again, sehr gut investiertes Geld, kann man mal sagen. Wird dann im Sommer ein bisschen unwichtiger hier bei uns in Norddeutschland oder in Deutschland. Aber es ist tatsächlich so, glaube ich, dass der Trend weitergeht, insbesondere wenn man dann über Nacht auch in die Nacht reinfährt. Was denkst du denn zu Fahrradcomputern, Ingo? Weil Fahrradcomputer, wissen jetzt unsere Zuhörer, du bist ein ziemlicher Fan von Element Roam, Element Bolt von Wahoo. Ich fahre Garmin 1030+. Wir sind jeder auf seine Art mit den Geräten super zufrieden, was die alle können. Über die Akkulaufzeiten, über die ganzen Sachen. Da wüsste ich jetzt nicht, ob da eine Revolution. Das ist, da ist die Revolution irgendwann vor fünf Jahren passiert, als das Routing mit dazu kam. Und die Anbindung an Routing-Dienste mit Komoot, was erst in den letzten, glaube ich, in den letzten ein, zwei Jahren so ist, dass es auch bedienbar wurde. Da hat Wahoo einen großen Anteil dran, dass es leicht bedienbar wurde. Da war Garmin ja früher so ein bisschen schwieriger, die GPX-Datei aufs Gerät zu bekommen. Garmin ist mittlerweile auch direkt an Komoot angebunden. Und wer es nicht weiß, wie es geht, der kann bei Dan in seine Videos gucken. Bei Wahoo kann man bei mir in die Videos gucken. Also glaube ich, das ist ein gelöstes Problem jetzt. Komoot, da erwarten wir keinen Stepper. Ne, da wird auch, was soll man denn jetzt noch mehr haben wollen? Ich habe die Schrecken drauf, ich habe eine Navigation rechts, links. Es ist einfach bedienbar, finde ich, in meinen Augen. Es wird immer einfacher bedienbar. Also das sehe ich nicht viel, genauso wie bei den Laufuhren auch und Triathlon-Uhren. Da ist auch sehr, sehr viel ausgereizt worden. Da ist jetzt Wahoo als neuer Player noch mit dabei. Denen fehlt aber noch einiges an Funktionen, weil die einfach noch neu sind. Kouros war revolutionär mit der Krone. Das fand ich noch wirklich geil, was die Bedienbarkeit angeht. Garmin hat natürlich auch Technologien. Die schlafen ja auch nicht. Akkulaufzeiten werden immer besser. Genau, das Thema Akkulaufzeit ist kein Problem mehr. Also ich glaube, da sind wir auch an so einem Punkt. Die Geräte laufen in meinen Augen fast alle irgendwie stabil. Ganz selten Abstürze. So gut wie gar nicht mehr. Also sind auch gelöste Probleme, wo ich gar nicht mehr eine Revolution sehe. Es gibt jetzt den Hammerhead Karou, der ja so ein bisschen außer der Reihe tanzt. Die sagen, sie machen mal ein anderes Konzept. Ich hatte das Gerät mal hier liegen. Ja gut, aber das war das Vorgängermodell. Das war das Vorgängermodell, was aussieht wie so ein Toastbrot, so riesig. Die haben ein neues Modell gemacht, aber da ist jetzt auch nichts Revolutionäres dran, weil es einfach nur ein kleineres, also das andere Gerät war einfach viel zu groß. Das Gerät ist jetzt kleiner, aber immer noch so groß wie ein 1030, glaube ich. Ich habe es noch nicht in der Hand gehabt. Ich habe tatsächlich mir mal eins bestellt jetzt, einfach um da über den Tellerrand blicken zu können. Gibt es auch bis jetzt nur bei Karou über den Direktvertrieb. Ich hoffe, ich kenne ja das Bedienkonzept. Also vom Bedienkonzept bin ich jetzt noch nicht so ganz überzeugt gewesen, aber es ist zumindest mal eine ganz interessante Geschichte. Du kannst eine SIM-Karte drin haben, du kannst ein bisschen per Touchscreen drauf mal arbeiten, musst aber nicht per Touchscreen drauf arbeiten. Das heißt, wenn es regnet, schaltest du ihn einfach ab und kannst es per Tasten auch bedienen. Ist auch nicht doof, aber es ist am Ende auch wieder nur eine andere Bedienoberfläche mit den gleichen Funktionen. Also funktionsmäßig sehe ich nicht mehr viel. Navigation ist gelöst, Wattmessung ist gelöst, also Trainingsanalyse live auf dem Fahrradcomputer ist gelöst. Da sehe ich gar nicht mehr viel Potenzial. Weiß ich auch nicht, was jetzt an neuen Geräten da noch kommen soll. Ja, also da wüsste ich jetzt auch nicht einen Ausblick zu geben. Ein Garmin 840, ein 1040. Wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten, wo jeder so ein paar Sachen hat, die dir vielleicht beim Roam gefallen würden, dass es vielleicht ein vollflächiges Display ist, dass die Tasten bei Garmin gefälligst anders angeordnet sind, als sie jetzt sind. Das ist alles so Feintuning. Aber die Funktion betrifft das jetzt nicht. Das ist genauso wie ein iPhone oder jedes Smartphone. Das sind alles schicke Geräte mit einer Glasscheibe vor. Da kannst du so ein bisschen an der Software noch was machen, aber sonst ist das eigentlich gegessen. Ein Smartphone von heute kann auch nicht viel mehr als das von vor drei, vier Jahren. Ah, Kameratechnik ist auch nochmal besser geworden. Das ist das Einzige, aber auch die Kameras. Anders damit verkaufen sie es ja auch. Alles andere läuft ein bisschen schneller, aber es ist nicht so, dass du stirbst, wenn du es nicht hast. Naja, dann glauben wir im Zubehörbereich, dass sich noch viel bei den Bikepacking-Taschen tun wird. Da ist ja auch letztes Jahr die Post abgegangen. Weil natürlich auch wahrscheinlich durch diese ganze Corona-Problematik, dass viele Leute jetzt das Fahrrad auch als Urlaubsreisemittel genommen haben, sind natürlich Bikepacking-Taschen komplett durch die Decke gegangen. Und nicht nur bei, wir sehen ja diese Gravelblase, Leute, die ein Gravelbike kaufen, fahren mit einer Arschrakete rum, übernachten vielleicht irgendwo da, fahren in Orbit und nehmen da ihren ganzen Regenjackenkram mit. Also eine riesen Satteltasche hinten dran. Ich sehe das auch bei Otto-Normal-Menschen, die sich jetzt so eine riesen Satteltasche da hinten dran machen. Also die normal in der Stadt rumfahren mit ihrem normalen Trekking-Bike. Das ist jetzt genehmigt. Genau. Das machen ja die anderen auch. Und da sind verschiedenste Marken, verschiedenste Geschmäcker. Und kann ich nur den Tipp geben, wer da für nächstes Jahr eine Reise plant oder sagt, ich mache viel mit Bikepacking, deckt euch frühzeitig mit den Sachen ein. Ich habe gerade über Instagram hat einer gefragt, Mensch, die Apidura schraubbare Top-Tube-Bag. Ich habe immer auch nur gesagt, naja, du trag deine E-Mail ein bei uns im Shop, wenn die wieder da ist. Und dann auch nicht lange zögern, sondern gleich klicken. Da wird es immer wieder zu Engpässen kommen. Das ist halt die Corona-bedingte Zeit momentan. Haben wir schon in der letzten, also in der vorletzten Sendung schon drüber gesprochen, auch als wir hier offen geredet haben. Die Ware, die reinkauft, die hat eine Standzeit von drei, zwei Wochen. Da könnte man jetzt denken als Händler, hurra. Das wäre so, wenn ganz, ganz viel Ware reinkommen würde und ganz, ganz viel Ware wenig Standzeit hätte, wäre das super. Aber es ist tatsächlich so, wir müssen von dem leben, was wir kriegen momentan, was das Zubehören gibt. Weil zumindest bei bestimmten Herstellern. Sonst so technikmännisch, also die Routenplanung, glaube ich, da ist zumindest hier in einem deutschsprachigen Raum Komoot der Platzhirsch. Gibt es aber auch viele andere, die uns da immer wieder empfohlen werden. Wir können nicht immer alles testen. Wie gesagt, es taucht öfters dieser Name auf Locus. Locus Pro oder so ähnlich, genau. Und ich muss mich da immer verteidigen, wenn eine App nicht auf Windows und Mac läuft, dann ist das nicht in meiner Welt so, dass ich das unbedingt testen möchte. Ach, die lief nur auf Android, glaube ich. Genau, da bin ich nicht, das turnt mich total ab. Ja, was heißt abtören? Ich glaube, das Problem ist einfach und da bist du ähnlich geschrickt wie ich. Ich finde etwas, was super funktioniert. Warum soll ich, also da bin ich wirklich so geschrickt. Ich finde jetzt, sei es die super Lupine-Lampe, finde ich, ist super geil. Dann gehe ich jetzt nicht los und gucke mir nochmal zehn andere Lampen an, sondern ich habe ja die eine. Oder ich finde einen Dienst wie Komoot, wo es alles super und perfekt funktioniert. Ich habe gar nicht die Schmerzen, mir was anderes auszusuchen, weil für das, was ich mache, funktioniert es ja super. Naja gut, wie gesagt, ich möchte schon gerne ab und zu auch mal was ausprobieren. Vielleicht entdecke ich ja doch noch was Besseres. Da bin ich ja schon so. Aber ja, wir waren jetzt bei dem Thema Apps. Da ist auch schon viel, viel passiert. Und da geht es auch einfach um Funktionspflege. Einfach ein paar mehr Funktionen reinbringen noch, aber im Grunde kann man schon Strecken super gut planen. Genau, also ich sehe das auch. Und da muss halt, jeder hat dann immer, das ist so wie bei Be Cool und Zwift. Dann hat der eine, macht Be Cool, der andere Zwift. Wir machen halt Komoot, beide. Da sind wir uns einig. Gut, ja, das war jetzt so unsere kleine Glaskugel. Ausblick Videos, auch für eine kleine Serie über, wie füge ich Strecken zusammen, wie mache ich aus vier Teilstrecken eine Strecke. Da wird es ein Video von mir noch geben, das wird noch kommen, das dauert vielleicht noch jetzt ein bisschen. Und grundsätzlich das Arbeiten an GPX-Dateien, auch wenn das viele Leute nicht interessiert, gibt es aber einen kleinen Teil, den es interessiert. Und für diesen kleinen Teil werde ich das machen. Gerade, weil du mich auch nochmal bestätigt hast damit, in Vorbereitung möchte ich mein GPX-Datei bereinigt zu Be Cool laden oder sonst wo hinladen. Okay. Also da bin ich halt ein bisschen nerdig unterwegs und da werde ich meinen Stiefel durchziehen und euch zeigen, wie ich es tue. Mit allen Kritiken, die jemand dann sagt, das kann ich aber viel schneller oder viel einfacher. D'accord, aber es ist mein Video und nicht deins. Na, jetzt muss ich die ganze Podcast-Sendung umschneiden, um diesen Videotipp, den du jetzt gegeben hast, dahin zu bringen, wo er eigentlich hingehört zu unserer Videoplanung. Das ist mir aber jetzt erst eingefallen. Ich weiß, das war ein Witz. Wir lassen den auch hier hin. Wegen den Apps, ne? Ja, ja. Den lasse ich auch hier unten. Aber der hätte gut zu unseren geplanten Videos gepasst. Ja, aber das ist jetzt auch nicht, dass ich sage, das kommt jetzt in drei, vier Wochen. Das tut auch nicht weh, nee, nee. Das kommt auch nicht in drei, vier Wochen und dann kann man das auch bei dem nächsten Podcast nochmal sehen. Der Witz ist, die geplanten Videos, von denen ich vorhin gesprochen habe, im schlimmsten Fall kommt das Konzept-2-Video auch in drei, vier Wochen erst, weil ich es vorher nicht schaffe, wer weiß. Ja, du hast dich ja selber unter Druck gesetzt. Das machst du jetzt. Das ist auch gut so. Nee, das ist auch wirklich in Planung. Da bin ich jetzt auch fast fertig mit meinen Vorbereitungen, dass ich weiß, wie ich es drehe. Die wichtigste Neuerung, das vergesse ich sonst, du musst das rauskriegen, wie kann ich mit meinen Fahrrad-SPD-geklickten Schuhen Konzept-2 rudern? Ich habe diese Rieben satt am Konzept-2. Ach, du willst sie da einklicken? Genau. Das gibt es ja von Shimano, macht ja auch was für Rudern. Also die Firma Shimano macht ja nicht nur Angeln und nicht nur Fahrrad, sondern die Firma Shimano macht auch Rudern und da gibt es das auch von Shimano. Aber für echte Ruderboote. Für echte Ruderboote und nicht für einen Konzept-2. Das heißt, diese, auch wenn das jetzt manche Leute langweilt, aber vielleicht hat der ein oder andere eine Lösung schon und kann mir das mal als Foto schicken. Wie baue ich meinen Konzept-2 so um, dass ich im Prinzip ein Klick-Pedal habe, dass ich einklicke? Verstehst du? Stimmt tatsächlich, dass mich das auch nervt mit den Riemen? Genau. Ist natürlich doof, wenn die Kinder drauf und keine klicken. Die müssen ja auch Klick-Schuhe dann haben. Ja, das ist nicht das Problem. Aber es ist tatsächlich so, dieses Riemen-System, also ich kann damit leben, aber nur weil ich Musik auf den Ohren habe. Da komme ich auch gleich zu meinem Pick, weil wenn ich die nicht habe, dann klackt das jedes Mal. Der Fuß geht so ein bisschen nach vorne und dann knallt das dagegen und macht Geräusche. Und ich werde unseren Shimano-Kontakt jetzt anschreiben, dass er mir nochmal sagt, wie sieht das Shimano-System für Rudern eigentlich aus? Das kenne ich ja. Ja, das muss man doch googeln können, oder nicht? Ja, aber besser ist ja, wenn ich jemanden einrufe und sage, berate mich mal. Google du mal. Der witzig. Nein, nein, aber ich würde gerne so ein Produkt natürlich dann testen. Ja, habe ich jetzt, das habe ich, stimmt. Das ist tatsächlich, das hat mich auch schon genervt. Ja, gut. Ja, kommen wir weiter zu den Picks. Ja, mein Pick steht schon da. Genau, dann fange ich mal an, weil das passt zu dem Klicken, zu dem blöden Riemen-System, wo man tatsächlich klackern hört, wenn die Schuhe hinten manchmal rausrutschen. Ich picke mal wieder Kopfhörer. Und zwar habe ich hier schon ganz, ganz oft, haben wir beide schon die Aftershocks-Kopfhörer empfohlen. Das sind diese Kopfhörer, die über Knochenschall in die Wangen sozusagen den Sound machen und die Ohren frei halten. Was ich auch super für Sprache finde, in Sachen Musik ist es nicht so, als hätte man in ihr oder irgendwie hochwertige Kopfhörer auf, würdest du auch so sagen. Ja, aber ich finde die trotzdem gut. Genau, also zum Musikhören war es aber mir eigentlich von der Qualität zu schlecht. Ich finde es aber super für Sprache und die nutze ich auch weiterhin ganz oft im Alltag von A nach B fahren, Podcast hören, was weiß ich, Deutschlandfunk hören, was, wo ich auch gerade Bock drauf habe. Das knalle ich mir dann auf die Ohren. Und jetzt habe ich tatsächlich schon länger die Apple AirPods Pro. Das sind die, es gibt ja die Apple, ja, heute picke ich tatsächlich mal Apple wieder. Habe ich schon mal gemacht, glaube ich. Es gibt ja die normalen AirPods, die nicht in ihr sind, sondern die so ein bisschen frei im Ohr sind. Die finde ich auch schon cool. Da kann man sich auch nur einen reinmachen, um irgendwie Sprache zu hören, das andere Ohr frei und so weiter. Kann man mit den AirPods Pro übrigens auch machen. Ich habe aber mit den AirPods Pro das erste Mal einen Kopfhörer, der mich beim Sport erstens nicht stört, mit dem ich einen super Sound habe und mit dem ich eine Funktion habe, trotzdem die Umgehungsgeräusche mitzuhören. Das ist ja der Witz, dass du nicht so ein komplett abgeschottetes Ding hast. Und es funktioniert natürlich seamlessly mit meinem ganzen anderen Apple-Kram. Das ist ja immer das Schöne an Apple, wenn du dann in dem Ökosystem gefangen bist, dann funktionieren die Sachen auch super. Und ich habe die lange schon im Besitz und auch hier und da mal benutzt, aber gar nicht so oft zum Sport und sonst wie und habe es jetzt erst gemerkt, wie cool die sind. Und ich habe jetzt auf einmal lieben gelernt, auch mit Musik joggen zu gehen und solche Sachen, weil die mich einfach, sie fallen nicht aus dem Ohr raus, sie sitzen am Ende des Laufes noch so, wie sie am Anfang des Laufes saßen. Der Sound ist cool und es ist ein wenig Hürde, weil ich ja auf meinem iPhone die Musik habe. Das iPhone passt in meine Laufseitentasche rein und ich habe, das heißt, ich habe meine Musik dabei. Und irgendwie ist das alles so einfach, dass ich auf einmal das cool finde, mit Musik Sport zu machen. Also ich gucke viel weniger Fernsehen, wenn ich jetzt auf der Rolle sitze, habe ich auch ganz oft Musik drin unter dem Zwift-Bildschirm. Beim Rudern habe ich die Dinger drin, auf dem Laufband habe ich die Dinger drin und halt jetzt draußen bin ich da mitgelaufen und merke auch, dass das ein motivierender Faktor ist, so ein bisschen nach dem Rhythmus vielleicht auch mal Bock zu haben, ein bisschen schneller zu laufen an bestimmten Stellen. Und eine Funktion für draußen ist halt der Knaller, du kannst, wenn du lange auf den Kopfhörer drückst, schaltet der auf so eine Art Durchzugmodus. Und dann ist es nicht so, wie bei normalen In-Ear-Kopfhörern, dass einfach das Noise-Canceling abgeschaltet ist, sondern der nimmt die Außenmikrofone, mit denen man ja auch telefonieren kann, nimmt das und neben mir spricht einer und höre ich den komplett, als würde, also es ist natürlich unhöflich, wenn du mit jemandem sprichst, die Kopfhörer drin zu lassen, aber du hörst den, als hättest du keinen Kopfhörer drin. Im Gegenteil, also sogar eigentlich, wenn du die Musik ausmachst, sogar ein bisschen klarer, weil ja die Mikrofone das sogar verstärken. Das ist eigentlich ein Killer-Feature, dass du einen In-Ear-Kopfhörer mit extrem cooler Soundqualität hast und trotzdem die Nebengeräusche einschalten kannst. Dann passt das jetzt noch zu dem Kickerbike, was ich fahre. Vielleicht muss ich das nochmal mit den In-Ear-Dingern testen. Wenn du den Berg hochfährst und trittst mit einer langsamen Geschwindigkeit deine 180 bis 200 Watt, ist das Kickerbike lauter, als wenn du mit 40 Sachen flach fährst, also mit einer höheren Trittfrequenz, dann wird das Kickerbike leiser. Und das wäre ein kleiner Minuspunkt am Kickerbike, wo ich denke, ah, wenn man nicht ein bisschen Geschwindigkeit drauf kriegt, dann hat es ein gewisses Grundgeräusch. Also wenn die Geschwindigkeit halt nicht hoch ist und viel, in Anführungsstrichen, viel Watt getreten wäre. Wenig Frequenz, wenig Trittfrequenz, da gibt es einen so einen Bereich, wo halt diese Magnetbremse einfach so eine Schwingung. Genau, da könnte man dann auch wieder über die Kopfhörer ein kleines bisschen tricksen. Genau, also die Kopfhörer habe ich auch schon, die lassen sich auch mit dem Apple TV verbinden. Wenn du da irgendwie ein Video guckst, kannst du da auch die drin haben. Das ist total geil. Und die haben halt wirklich, das muss man Apple schon lassen, was die Soundqualität hat, sind die schon super. Und sicherlich, es gibt ja auch dieses Samsung Buds und so weiter, die habe ich halt alle nicht, weil ich im Apple mit Universum unterwegs bin. Aber kann ich wirklich empfehlen, weil es das erste Mal so ist. Und ich habe schon früher zu Bluetooth-Zeiten, wo Bluetooth noch ganz neu war, bin ich mit so Jabra-Dingern rumgelaufen, das war alles nichts. Aber die Apple-Dinger halten vier, fünf Stunden, sind klein. Dieses kleine Case macht auch Spaß, das da reinzumachen, aufzuladen und so weiter. Ich habe auch die normalen AirPods, die habe ich im Alltag, die nutze ich sehr gern zum Fotografieren, zum Telefonieren und sowas. Da möchte ich dann nicht in ihr. Tatsächlich, das muss ich dazu sagen, also wer, ich mag eigentlich die AirPod Pros nur beim Sport. Im normalen Alltag, wo ich, mag ich eigentlich so diese normalen AirPods lieber, komischerweise. Das ist doch deine Meinung. Also es ist ganz komisch. Aber für den Sport, das sind die besten Sportkopfhörer, die ich je hatte. Und das habe ich erst jetzt gelernt, nachdem ich irgendwie die öfter eingesetzt habe. Macht richtig Spaß. Das war mein Pick. Ja, mein Pick, wie gesagt, da steht das. Nein, mein Pick ist deswegen so, das habe ich auch lieben gelernt, das sind so Halterungen von Nein-Solutions. Und normalerweise machen wir bei den Picks immer keine Picks, womit wir Geld verdienen oder die wir auch verkaufen. Also wir würden jetzt nicht die beheizbaren Handschuhe, die wir verkaufen, als Pick nehmen, als Beispiel. Und witzigerweise stehe ich ja hier für Enjoy Your Bike und nicht für Enjoy Your Camera. Und deswegen picke ich was aus dem Nachbarshop, Enjoy Your Camera. Und zwar sind das von Nein-Solutions so Klemmen, die ich dann jetzt nutze, wenn ich was an meinem Fahrrad filmen will. Und weil ich dieses Varia filmen wollte, hatte ich jetzt die Aufgabe, aber Mensch, ich muss ja meinen Garmin schön von oben filmen und dann möglichst vom Abstand vom Lenker vorbeifahrende Autos filmen. Das ist vielleicht jetzt nur für den einen oder anderen, der in YouTube ist, das so ein bisschen erkennen kann. Aber ansonsten wird das jetzt beim Varia-Video, werde ich das vielleicht auch noch mal kurz abschwenken, wie ich das gemacht habe. Ja, und das sind halt unheimlich tolle Klemmmechanismen. Wie kriege ich eine Kamera an die Position an meinem Fahrrad, wo ich sie gerade brauche? Das ist nicht für den Otto-Normalverbraucher, der Fahrrad fährt, geeinigt, sondern für jemanden, der in einer Videoproduktion ist oder irgendwas abfilmen muss, weil er jetzt die Kamera an diese Position schaffen muss. Ja, und die sind der absolute Knaller. Ja, Nein-Solutions kenne ich ja nun. Die hatten wir schon vor fünf, sechs Jahren, glaube ich, ins Sortiment genommen bei Android Camera. Und das ist eins der Systeme, die halt auch wirklich bombenstabil sind, wenn man die miteinander kombiniert und solche Sachen. Das ist alles untereinander kombinierbar. Die klicken magnetisch aneinander und solche Sachen. Das ist jetzt kein billiger Kram. Aber wenn irgendwas fest ist, dann ist es fest mit den Dingern. Das ist halt wirklich ganz gut. Also es ist was anderes als jetzt ein Plastikärmchen. Genau. Alles Metall, ne? Das können die User jetzt so nicht sehen. Aber selbst unsere Studiolampen, die wir oben an dem Rack hier über uns gehängt haben, die sind mit Nein-Solutions-Klemmen festgemacht. Ja, diese Klemmen sind sowieso der Knaller. Ja, das ist ein schönes Produkt. Verlinken wir jetzt mal zu unserem Nachbarshop drin. Für denjenigen, der da was mal filmen möchte und sagt, Mensch, wie kriege ich das dran? Der Name Solutions sagt schon, die bieten halt einfach Lösungen an, wo man einfach relativ individuell überall seine GoPro, egal wo, am Auto, sonst wo befestigen kann. Ja. Das ist schon echt ganz cooles Zeug. Gut. Das ist, glaube ich, eine dänische Firma, oder nicht? Kann das sein? Ja, dänisch in Kooperation mit einer, ich meine, chinesischen Firma zusammen. Na gut. Aber das Design in Dänemark, meine ich. Also auch die Patente. Also es ist wirklich, wirklich, auch die Klemmen sind schon relativ schlau gemacht, dass sie auch verschiedene Rohrdurchmesser alle stabil halten können, ne? Wenn ich das zehn Klemmen für zehn Rohrdurchmesser brauchst und sowas. Ja, ich habe jetzt hier eine, wie gesagt, am Lenkerende festgemacht. Wo ich die 360-Grad-Kamera... Wusstest du denn? Ich habe da von dem Zeug auch zu Hause. Ich habe damals das Fitlock, mein erstes Fitlock-Video, und das ist eins der ersten Videos, die ich überhaupt gemacht habe, auch mit dem System gemacht, wo ich dann die Kamera auf den Fitlock-Flaschenhalter während der Fahrtflasche rausflasche reingefekt hatte. Ja. Super. Gut. Gut, okay, dann haben wir es für heute. Gott sei Dank keine drei Stunden, es sind zwei Stunden 56. Mann, 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 sind wir aber froh. Gucken wir mal, ja, aber wir haben ja viel mehr über die anderen Themen als über unser Hauptthema gesprochen, was ja aber vielleicht auch ganz schön ist. Das ist ja mal wie ein Klassiker bei uns beiden, ne? Ja, dann haben wir doch mal wieder was für die Homeoffice-Zeit, oder wie soll man es sagen, für Leute, die ein bisschen in der Pandemie was konsumieren wollen. Gegenüber der 4 Stunden 45-Folge, die wir letztes Mal gemacht haben, mal 4 Stunden 50-Folge, es ist ja eine kurze Folge geworden. Ja, denke ich auch. Und ganz, ganz viele Kommentare mit Weiß ich nicht, die ist wirklich zu Ende gekommen. Ach ja, 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 stimmt, ja, ja, ja. Ich habe ja am Ende gesagt, schreibt Weiß ich nicht in die Kommentare, dann weiß ich, ob ihr es zu Ende gehört habt, waren schon viele dabei. Ja, ja, waren wirklich viele dabei. Es gab zumindest keinen Shitstorm, dass die Folge zu lang war, das war schon mal gut. Gut. Okay, dann wünsche ich alles Gute, wir hören uns in circa zwei Wochen wieder und dann bis bald. Auch von mir, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Untertitelung. BR 2018